Ah, sind sie krass, dass sie nicht so gut sind. Ich hatte wen zum reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt sie das? Ne, kaum? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind fünf Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber sechs Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und in Sicherheitsprotokollen. Vorsicht, ist es als Nachsicht, Daniels. Das ist okay. Isaac hat jetzt also eine Stimme im ersten Teil. Im Original komplett stumm. Bis auf... So, Grafik sieht auf jeden Fall schon mal mega geil aus irgendwie. Aber das war ja zu erwarten tatsächlich. Oh, könnte ja schon so ein bisschen... So Leute, was haltet ihr denn von dem neuen Isaac? Ich hab' den Zuella Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht dein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Überraschst du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. Es geht noch. Yuschi Ishimura, ihr sprecht das Notfallteam der Yuschi Kalian in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die Yuschi Kalian. Also, hier haben sie älter gemacht. Ja, vor allen Dingen... Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, gib endlich ans Telefon. Ja, so ein bisschen, aber... Was ist das denn? Ah, da ist nur das Kommunikations-Aribe-Effekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, denn Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Jan, Johnson, bringt uns rein. Tatsächlich hat er ja auch im ersten Teil ausschließlich, glaube ich, nur den Hilf. Dann los. Bis zum Schluss. Falscher Kurz. Die Steuerung reagiert nicht nach Überbrückung. Ich stehe auf diese Displays bei denen. Das ist so geil. Okay, wir gehen hart rein. Alle festhalten. Okay, das war ein gut. Wenn okay. Gut schon. So, komm, setz deinen Helm auf, Junge. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparatur, nicht? So. Der Landebooster ist nicht kaputt. Wir haben den ganzen Landebooster verloren. Ich bin zur Schenise. Der Singularitätskern ist überlastet. Auch jetzt meine erste Theorie gewesen. Da wollen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken Hansani. Alle anderen zu mir. Na los, komm, setz ihn auf. Yes. Zack, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Wir spielen heute das Remake von Dead Space. Auf geht's. Wir haben lange drauf gewartet. Ich habe lange drauf gewartet. Ihr habt lange drauf gewartet. Selbst Isaac hat lange drauf gewartet. Auf geht's. Jawohl, mein Liebling sind ja. Gib bitte her. Gib mir eins. Oh Mann, oh. Ich glaube, wir haben noch einen Schraubenzieher. Sound ist schon mal der gleiche. Sehr geil. Du sollst stolz auf dich, Chen. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnson. Aber wenn du einen ausgeben willst. Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. So. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein. Niemand. Unser Raumschiff sieht auch noch relativ gut aus. Im Gegensatz zum Original. Aber ich finde schon mal cool, dass die Sounds die gleichen sind. Ich finde, das macht es halt, das ist richtig retro dann irgendwie. Also die Optik können sich das gerne ein bisschen verändern. Aber die Sounds, wenn die gleich sind, muss ich es leider feiern. Muss ich es leider feiern. Wie wenn ich sagen würde. Bin ich ehrlich. Muss ich es feiern. So. So, es kann natürlich durchaus zu Spoilern kommen in diesem Spiel. Es ist jetzt auch nicht mehr das Jüngste. Ich hoffe tatsächlich. Also jetzt ist hier einfach eine Spoilerwarnung ausgesprochen irgendwie. Ja, an der Stelle. Wenn ich mich irgendwo verquatsche. Na, ist ja da wie. Seid nicht böse irgendwie. Aber wer hätte gedacht, dass das wieder Lukas Vater ist. So, los. Mach an das Ding. Das sieht so detailliert aus. Wie so eine Glasröhre auf dem Rücken. Richtig bang. Wum, Alter. Sehr geil. Chinese- und Stase-Module von stellvertretender Chef-Ingenieur Jacob Temple. Standort. Das ist witzig. Der jene war auch ein Asiat, der mit drin gegangen ist. Tatsächlich. Und der andere hat ein Vollbartjahr. Diesmal fisch das nur in der Beine. Was ist mit der Kommunikation? So, auf geht's. So. Dunkel wie Hupe. Oh, haben wir schon gleich gegründet. Gleich erstmal Cola eingesackt. Kein Fuß hier auf der Traumschöpfeltahn. Erstmal gleich die erste Cola eingesammelt. Der alte Gierschlund. Der alte Gierschlund. So. Okay. So. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Ah, schön. Erstmal bei Tricks nicht. Erstmal in den Schicksal. Kein Dienstplan. Kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. So. Zack. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, wer mit dem Schadensbericht? Ah, okay. Wegfinder ist mit X. Kann sein, dass ich danach nachher nochmal frage, wie ich nachher durch die Steuerung überfrachtet bin. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die Habe Shimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay. Der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder das haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch mal Fehlfunktion? Nein. Die Quarantäne-Systeme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ja, ich hör's. They're coming. Und auch wieder über die Luft umschächtert. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Okay, da wird nicht lange gefackelt. So, die anderen, denen müssten es eigentlich überleben. So, lass mich was. Mal auf den Ding. So, ich muss mir jetzt nämlich verkündigen. Ah, ich hab nämlich noch keine Waffe, okay nichts. Rumble, run, run, the demon in the world. Oh, schnell. Also, grafisch ist, ist ja wohl. Aber ganz weit vorne. Und benutzen bitte. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, guckt euch doch mal an, wie der besudelt ist. Mein Lieber, ihr Sangsver... Alter. Wer soll denn da Zauber kriegen? Oh. Gitt. So, Cut of their limbs. Ja, einer der klassischsten Zitate hier aus diesem Spiel. Klasma Cutter. Give it to me. Yes. Ach, guck mal, er bauten sich nur so schön zusammen. Wie gesagt, wie ich das, ich bin freudig erregt. Ich denke, er wachsen. Hat die Rüstung Fensterbücher? Ja. Scheibenbücher auf jeden Fall. Plasma Cutter. So, Zielen. Boom, Primärfeuer. Und Projektile rotieren. Okay, alles klar. Muss man mit Space machen. Interessant. Interessant. So, hier haben wir ein paar Container. Credits. So, für die, die Deaths bis jetzt noch nicht kennen, irgendwie Credits muss man natürlich einsammeln. Weil wir finden sowas wie Werkbänke, an denen wir... Ich schlafe das mit Schlaustaste, okay. An denen wir tatsächlich unsere Waffen irgendwie aufnutzen können irgendwie und uns einige Sachen kaufen können. oder auch verkaufen können. Deswegen Credits immer einsameren Signals zu Sternen fangen. Absolut. Ach so, ein Schreie ist ja schon mal sehr wütend. Ach so, Scheiße, Alter. So, nachladen mit R. So, und die, die bei Alien Isolation schon bei waren, wissen, ich speichere gerne. Ich speichere gerne. So, guck mal hier vorne, da sieht man auch noch was leuchten. Uh. Schön. Schön, dass das Spiel jetzt schon schafft, mich zu erschrecken. Nicht. Scheiße. So, okay, alles klar. Da geht's lang. So, manchmal muss man so ein bisschen Umwege laufen und ein bisschen Backtracking betreiben hier in dem Spiel. Irgendwie, da kommt man gar nicht mehr rum, leider. Ähm. Aber ich versuche es aufs Minimum irgendwie so zu reduzieren. Das Inventar wurde ein Minipack hinzugefügt. Nutze es, um deine Gesundheit sofort wieder herzustellen. Tab. Okay. Und Minipack verwenden. Tab ist anscheinend Menü. Ah, das hier liegt alle klar. So, und das ist halt unser Holo-Menü. Ach, steht auf. Das ist geil. Das ist geil. Finde ich gut. So. Der Sound ist auch der gleiche. Das ist einfach, das ist einfach geil. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Im Original zu erzwillotarisch. Was ist das, was diese Dinge? Einige von denen, die ich gesehen habe, tun. Das ist die Crew? Wir können das die Crew sein. Ich meine, sie sieht ihr doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren tausend Leute an Bord. Irgendwer in Deutschland. Das sieht ja auch geil aus, Alter. Hammer. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Profi 7, grüß dich. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie geht die... Schon 9 Uhr? Zeit für Dead Space. Grüß dich. Ja. Heute war irgendwie... Heute war irgendwie scheiße. Der Start war gut. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Wir haben gerade angefangen. Wir haben gerade eben angefangen. Die Abregelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Oder Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Aber er hat's noch nichts passiert, wa? Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. So. Und... Damit erstmal an 2.5.7. Herzlich Willkommen. Wir haben um 17 Uhr damit angefangen. Irgendwie. Wir wollten anfangen. Irgendwie. Wir mussten noch ein bisschen warten für den Download. So. Hier wird die Platine benötigt. Irgendwie. Weil tatsächlich erst weltweit um 17 Uhr das Go für Spielen rausging. Außer du warst... ...ein bekannter YouTuber. Oder Twitcher. Oder Streamer. Oder sonst irgendwas. Ein Twitcher. Irgendwie ein Twitcher. Kennen wir ja. Die Fernsehserie. Die Fernsehserie. The Twitcher. Das ist... Mach nicht sowas, Alter. Siehst du? Und das ist auch der Grund irgendwie, warum ich jedes Mal beim Todesstern bemängel, dass die, die die Todesstern abfeuern. Warum ist da kein Gitter? Denn passiert sowas. Denn passiert sowas. Von da ganz oben kam er. Das ist doch scheiße. So. Kann ich wenig ohne looten. Alter, ist das eine Blutorgie, Hate. So, für diejenigen, die das Original schon kennen wissen, oder auch schon das Let's Play von uns diesbezüglich sehen haben, oder auch das eigene gemacht haben, sobald ihr hier Leichen habt, irgendwie auch eine Puppe, Alter. Da sagt doch mal... Wissen, dass einfach die Leichen... Die müsste ich nahenlos zerstümmeln, weil alle, was tot ist, kann wieder aufstehen. Ne, also... Oh, mit Arm diesmal, Alter. Oh, disgusting. I like it. So, Ice High, grüß dich. Einst bekannter... Einst bekannter Content-Creators. Ja. Absolut. So. Okay, also zielen. Und was stand jetzt da? Zählen. Und da nehmen wir was an. Naja, fast. Mal nochmal. Ich schaff das. Genau, so ist es. Träume groß. So, okay. Hier ist du. Wo, 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 Alter. Ah, krass. Und wir bekommen schon die ersten Auswirkungen. Aber... Das ist echt fies irgendwie. Man will so losquatschen. Da muss man lang. Okay, okay, gehen wir da. Ja. So zertretet ich auch immer jedes Mal Kissen. Irgendwelchen Mark erschütternden Schreien. Ice High, aber schön, dass du da bist. Grüß dich. So. Hallo? Ist jemand da? Scheiße, Alter. Sieht auch ein bisschen aus, als wenn ihr da war. Oh, das Gesicht noch. Mann, Leute. Also das ist ja schon wirklich... Das ist ja schon... Krass. Das ist schon krass dargestellt. Und wenn die schon so aussehen, möchte ich gerne wissen, wie die Todessequenzen aussehen. Also die Todesanimation. Und ihr werdet natürlich keine sehen. Ja, weil hier ist Pro-Gaming. Ganz groß geschrieben auf dem Kanal. Nicht. Wie ist das? Ja. Benni und ich haben schon überlegt, ob wir einen Kill-Counter machen irgendwie. Aber ich... Das ist schon von vornherein so demoralisierend, wenn man da so einen Kill-Counter hat. So geht es sofort irgendwie... Ja, du wirst oft sterben. Ganz, ganz oft. Weil du es nicht kannst. Aber wir werden es nicht schaffen. Wir werden es durchziehen. Das ist ja auch. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, Ihre Beine. Bringt sie das schnell um? Oder können sie sich da nur nicht mehr bewegen? Schön. Exposition. Oh, Audio-Lock? Nachricht abgerufen. Benzen an Maschinenraum. Habt ihr ein Stase-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, den rufen sie dann wohl. Hier Tempel, wir schicken ein Stase-Modul. So. Aufgeladen was Ding. Keine Ahnung. Wie geht gerade eben, wie alles kaputt? Oh nein. Und ich? Lade, das ist immer reinitialisiert. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. So, ich zeig hier ein bisschen Lärmchen macht es irgendwie. Und das Audio noch ein bisschen übertönt. Bitte wenden Sie sich an einen Reparatur-Techniker. So, alle klar. Haltekralle manuell anbringen, um Reparatur zu beginnen. So ein Käse. So, wir müssen also... Also, ich fände relativ spät los, muss ich sagen, irgendwie. So, Credits, Credits, Credits. Üppig, üppig vertreten, alle. Das finde ich gut. Ähm. Warte, würde ich jetzt sagen. Verschlossen. Ja. Wir müssen jetzt erstmal einen Ersatzwagen holen, irgendwie. Und die Mono-Royer jetzt wieder hier. Die Fizip ziehen. Verrecke! So. Okay. Und normale Tänze. So, Swam. Schnell zum anderen Panel. So, nachladen. Gut. Da hinten hat doch noch einen gesehen, oder? Hallo. Also, er rennt halt auch einfach. Also, ich drücke jetzt tatsächlich Renntaste und... Dann will er nicht so richtig. So. Tatsächlich spielt es jetzt auch zum ersten Mal mit Maus und Tastatur. Davor hat es mit einem X-Box-Controller gespielt. Mit dem... Da sind wir nicht so. Das war ja nicht schlimm. Visawicht, grüß dich! Na? Spiel ist ab 12 oder ab 6. Ist tatsächlich... Zusammen im Familien-Bundle raus irgendwie mit Disney+. Nein! Oh! So, links und rechts. Oh, Mann. Oh, Kacke! So. Aber natürlich in der Bad Spencer... Eben nicht mal nie haben wir das hier löst. Das Problem. Nachladen brauchen wir nicht. Alles klar, weiter geht's. So, da sieht man, die kommen halt non-stop aus. Die kommen aus den Schächten raus irgendwie und setzen dich hier unter Stress. So. Was ist... Hat er das jetzt gemacht, oder nicht? Also, mit dem Rennen halt so ein bisschen meine Probleme hier tatsächlich. Wer schafft? Der Waggon hat das ganze System blockiert. Alles ist erledigt. Und deine Datenpatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzpatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben. Okay. Schnell die Stase aufladen. Immer auf die Ome. Ja, eigentlich tatsächlich nicht. Eigentlich immer schön auf die Gliedmaßen. Wer keine Beine hat, kann nicht auf dich zurennen. Wie meine Oma schon zusammenfliegte. Hallo? So, finde die Platine. Ekelhaft gemacht. Ekelhaft gemacht. So. Ne? Wer speichert, der bleibt. So, Lehrer. Speicherslot. Den nehmen wir. Boom. Speichern, bitte. Und er ist erstmal komplett rausgesprungen. Kann man machen. Kurzer... So, okay. Das sind natürlich die Sachen, die im Video wahrscheinlich... Also im Original hat Benni die alle rausgeschnitten. Irgendwie, weil ich so dermaßen oft gespeichert habe, dass man das Spiel halt tatsächlich irgendwie speichern, das Full Game nennen können. So, finde die Platine. Na nun, was ist los? Why? Achso, nach da. Gut. Keine Arme. Keine Kekse. Das ist aber... Oh, so eine Lebensweisheit, die von dem Kalender stammen könnte. Schön. So. Jui. Also ist ja schon beschissen, von so einer Tür zerquetscht zu werden, aber in Zeitlupe von so einer Tür zerquetscht zu werden, das ist nämlich nicht beschissen. Da noch einer? Nee. Guck da nicht. Auf geht's wieder. So, ich bin hier ein ganz großer Freund. Der Plasma Cutter ist mega geil. Gibt's ja ja keine Frage irgendwie. Ich bin aber ein ganz großer Freund des Stomivers. Also des Impulsivers. Da freut mich schon, wenn ich das bekomme irgendwie. Weil damit los zu schlonzen irgendwie, finde ich richtig geil. Benutze den Kartenbildschirm und wiege die Orte, um Ziele zu überprüfen. Halte. Tab. Nein. So. Okay. Momentan, mal erstmal durchschalten hier. Okay, das haben wir. Das ist schön. Kann man hier zumachen. So, jetzt geht's dort vorne weiter. Na dann. So, hab tatsächlich nie eine andere Waffe als Plasma Cutter benutzt. Hab ich auch tatsächlich. Irgendwie auf der Playstation 3 hab ich's durchgespielt gehabt. Ausschließlich vom Plasma Cutter. Habst du ja eine Trophäe, glaube ich, dafür bin ich der Meinung. Spare Munition, indem du feindliche Gliedmaßen abtrennst. Trenne Gliedmaßen ab, um Feinde schneller zu töten. Zerstückte deine Gegner, um sie zu verlangsamen. Das kann ich nicht einfach mit Koffer schmeißen. Achso, ich hab das Kinesium. So. Könnten wir so einfach... Wir können es doch ausdiskutieren. Das wäre doch auch in Ordnung, oder? Musst du einfach drüber reden. Äh... Dachte ich's mir doch. Der Schlingel. So, was ist das? Das ist neu. Schutzschalter. Wartungssektor. Was ist denn das jetzt? Ja, einschalten. Nein, hab ich dafür jetzt einen Energieknoten verwendet? Hab ich dafür jetzt einen Energieknoten verwendet? Moment. Ah, das find ich ja nicht gut. Ne, den Energieknoten hab ich noch. Uh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Benni feiert schon wieder. Benni feiert schon wieder. So, was hab ich denn jetzt überhaupt freischaltet? Das ist nämlich neu hier, das Ding. Ein Schutzschalter. Für was denn? Für was ist der? Was soll das sein? Wartungssektor und Frachtlager. Ah, so, jetzt setze ich quasi die unter Strom, oder was? Jetzt... Jetzt haben die Energie, ne? Dann fangst du erst mal mit dem Wartungssektor an. Cool. Nice. Also, das ist anscheinend ein neues Feature. Find ich gut. Ah, schön. Und eine Lintenzange, nehmen wir noch mit. Aber, weiter jetzt. Hallo? Oh, mein Gott. So. Diese ganzen Kästen hier, irgendwie mit diesen blauen Punkten drauf, die können wir alle zertreten. Scheiße. Ho, 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 ho. Ja, wie fandst du das? Wie fandst du das? Ich stehe auf diese Explosivdinger. Find ich gut. Die machen so... Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, irgendwie, weil man jetzt sagt so, aber die machen halt so Spaß innerhalb des Gameplays. Wenn ich würde sagen, die machen ganz schön damage. So. Das Gegner-Design ist auch wirklich übel. Das sieht richtig krass aus. Geil gemacht. Schön. Also der Plasma-Cutter ist auch wirklich, der ist, er macht auch Spaß. Der macht auch wirklich Spaß. So, hier haben wir noch einen Energieknoten anscheinend drin. Aber hier kommen wir nicht mehr hin. So, guck mal mal kurz. Genau, das hat Benni auch ganz gerne. Nice. So. Ja, ich spielte auch heute leider alleine schweren Herzens irgendwie, damit ihr tatsächlich die bestmögliche Qualität irgendwie im Stream habt, weil für die Leute, die unseren Stream schon mal das eine oder andere mal verfolgt haben, es ist tatsächlich so, sobald ich anfange zu streamen, reicht meine Bandbreite nicht mehr aus zu Hause, wenn ich Benni quasi huckepackt nehme, damit er das Spiel sieht. Und wir das zusammenspielen können. Deswegen müssen wir immer von ihm spielen. Und, ähm, wir haben jetzt lange Finger-Wrestling gemacht, während ich das Spiel spielen darf. Ich hab's tatsächlich gewonnen, irgendwie, weil ich einen fiesen Trick benutzt habe. Deswegen spiel's Benni nicht und deswegen spiel's alleine. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne, 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 Benni. So. Lücken hin, hier muss ich gleich, ich muss runter. Rapsdi-Rapsdi-Boh. Es sieht auch so geil, so neblig alle. Also, Mann, ey. Haben sie schön gemacht, haben sie schön gemacht irgendwie. Wenn ich euch so schnell irgendwie durchrenne, irgendwie sagt bitte Bescheid, dann lobe ich langsam. Ja. Wenn ihr euch ein bisschen mehr umsehen wollt, einfach raushauen. Chat, ihr hat, ihr schummelt. Gibt es nur nicht zu. Man sagt ja nicht umsonst, im Krieg, in der Liebe und im Finger hakeln, ist alles verlaufen. Dann nur rules. So. Second Stage. Das sieht so geil aus, ey. Oh, er hat dann auch zu melden. Alter. Das ist so eklig. Das ist so eklig. So, schön ein bisschen kaputt machen. Aber kaputt, das kann es uns nicht kaputt machen. Na dann, benut... Okay, Minispielchen oder was? Oha. Oha. Jetzt aber im Dunkeln. Jetzt wird es schön. Tatsächlich ist es halt immer, sobald es dunkel wird und wir nur noch den Plasma Cutter als... oder die Waffe als... als Lichtlieferer haben, irgendwie als Lichtgeber, das stresst einen dann schon ein bisschen, finde ich. Das ist so richtig, weil dann verlierst du den Überblick irgendwie. Also bei mir ist es jetzt so. Und dann... wird man dann schnell so panisch. Und... Und dann eben flöten. So, okay. Und jetzt... Ich folge jetzt den Kabeln. Wahrscheinlich ist jetzt unten die Tür öffnen. Oh, hinter mir, hinter mir. Ja, lauf, lauf. Lauf, Forrest, lauf. Forrest, tritt, los. Na, das meine ich. Wartet dann irgendwann alle nur noch im panischen... Tasten, ihr Mescher aus, irgendwie. Backen, ihr Smascher. So. Nee, er schickt uns wirklich wieder runter. Okay, alles klar. So, dann kommen wir jetzt vielleicht dort rein. So, wir versuchen auch heute hier so weit zu kommen, wie es nur irgendwie möglich geht. 2, 5, 7. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Mensch, ihr Lieben. Ganz, ganz lieb. Bitte nicht wundern. Irgendwie, wir haben die Alerts deaktiviert. Irgendwie, damit die hier nicht im Spiel jetzt mit aufploppen. Irgendwie, während wir das aufnehmen. Ähm, also, wenn ich es jetzt ein bisschen später sehe, seid bitte nicht böse. Alter. Rotische Bande. Oh, Mann, 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 Mann. So, ist jetzt hier unten die Tür offen? Strom haben wir. Ey, mit dem Rennen, der liegt nicht grün, wa? Das ist tatsächlich... Da ist er bockig. Ah, die Platine. Wir haben die Platine. Sehr schön. Moment, ich hab die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Ja, Neal, mach dich bereit. Monorail. Text auf. Oh, ja, das... Ich erinnere mich, das liest ich immer recht beschissen, diesen. Okay, R. N. M. Smith von J. Bright. Betreff. Pokerabend. Ich halte das, äh, von Rickling fern, äh, falls Benson mithört. Falls du heute Abend, äh, pokern oder lässt du Catelyn weiter mit deinen Credits rumlaufen? Äh, ja. J. F. W. Antwort betrefft Pokerabend. Ich bin dabei, aber kannst du Pavey dieses Mal nicht einladen? Ich weiß, dass er sich immer noch die Schuld an, äh, Sorossis Unfall gibt. Aber niemand will sich diesen verdammten Albträumer anhören. Vor allem nicht den, den er sah, wie Sorossi aufstand und mit dem halben Kopf umherlief. Oh, krass. Und mach mir deswegen keine Vorwürfe. Ich meine es ernst. Es hat mich, äh, es macht mich fertig. Letzte Nacht hatte ich einen dieser Träume, von denen man aufwacht. Aber mein Dad saß neben meinem Bett und redete mit mir. Es fühlte sich so echt an, dass ich ihn den ganzen Tag aus den Augenwinkeln gesehen habe. Und glaub mir, dieser Mistkehr sollte lieber tot bleiben. Smith. Ah, ja, durch das Flimmern lässt sich das richtig Käse lesen irgendwie. Also, seid mir bitte nicht böse. Ähm. Oh, hier haben wir eine Bank. Also, eine Workbench. Die wollen wir benutzen. Und zwar, es ist tatsächlich so, irgendwie, dass, ähm, Auswirkungen in diesem Spiel tatsächlich auf die Psyche der Leute sich auswirkt. Irgendwie, und die langsam alle durchdrehen. So viel kann ich mal jetzt schon verraten. So, Waffe ausrüsten. Verpasst die Fähigkeit der ausgerütteten Waffe oder des Ricks, in den du Energieknoten in ihr Upgrade-Diagramme investierst. Okay, neue Upgrade-Fallschheiten. Zurücksetzen kann man auch machen. Okay, alles klar. So. Denn wollen wir, ach cool, das ist ja auch noch so, so pixig gemacht, das ist ja nice. So, ich bin natürlich erstmal voller Freund, äh, davon erstmal die TP zu erhöhen. Und wir dürften tatsächlich bloß, sägt das gerade, ja, wir haben noch einen Knoten. Hauen wir den nur in Luft. So, und damit haben wir tatsächlich erstmal unseren, unseren Rick ein bisschen verbessert. Das sind ein paar mehr Treffer-Punkte. So, und weiter geht's. Oh, ist das fies, Alter. Ist das fies. Oh Mann. So, schön. Alter, guckt euch doch mal den Anzug an, ey, wie er aussieht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Meine Fresse. Meine Fresse. Gut, dann schalten wir mal hier um. Und sagen. Kraftlager muss jetzt aktivieren. Ist auch schön, dass die Schläuche denn leuchten. Tatsächlich ist es wirklich ganz gut, irgendwie, weil man sich dadurch besser orientieren kann, wo es hingeht. Aber es ist halt schon, ja, wenn wir die Ishimura bauen, ist ein Bergbauschiff, alle klar. Aber die Schläuche müssten leuchten. Das wäre mir persönlich ganz wichtig. Aber was spottet, hängt nicht rum. Irgendwie, heutzutage muss am Rechner, muss überall irgendwie eine LED drin sein. Irgendwie wurde letztens zwei angekühlt. Wie, deine Grafikkarte hat keine LED drin? So, was? Ja. Sorry. Jetzt bin ich diese Kacke. So, dann packen wir mal die Platine rein. Schlup-di-lup hier. So. Super geil. Prost. Herzlich willkommen. Ich bin eigentlich der Einzelne, der, wenn das Wort Monorail kommt, irgendwie immer an Simson denken muss. Ist das bei euch auch so? Diese beknackte Szene, Folge bei Simson mit der Monorail? Muss ich dir mal da denken. Ah, Monorail. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei. Aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson rebeliert die Kallion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hermes. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Alles klar. So. Okay, also zurück zur Kallion. Hallo? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Nicht gestorben. Jetzt musst du ihm die verdammten Arme und beide wegschießen. Wir brauchen Hilfe. Ach, Hayini, Alter. Die Soundkulisse war schon damals krass und ist immer noch richtig. Eine der ernst großen Stärken in diesem Spiel irgendwie. Weil du halt wirklich hinter jeder Klimpernden Ecke irgendwie sofort irgendwas vermutest. So, wir müssten drück jetzt hier hin, ne? Exakt. So. Fahrstuhl fahren. Geil, Alter. Also, da muss man wirklich mal sagen, Chapeau. Also, grafisch ist das schon ganz weit vorne hier. Ich werde mal nachladen. Vorratsraum waren wir hier schon drin. Nee, ich glaube, verbusten soll ich heute noch nicht. Aber schlimm, wie sieht die hier? Für Loot ist immer Zeit. So, zack, zack, zack. Und Energienknoten, sehr geil. So, das, was wir jetzt überwiegend finden, ist halt natürlich Munition. Wow, Alter. Und Credits. Ja. Also, wundert euch bitte nicht, wenn ich das alles so schnell abgreife irgendwie. Da ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie, wie bei Ain Isolation, irgendwie Einzelkomponenten findet oder irgend so weiter. Das ist, äh, tatsächlich sehr rudimentär gehalten von dem, was man findet. Cash, Munition. Mehr braucht ihr, wenn ich in den Spielen. Hey, 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 hey. So, tatsächlich bin ich erstaunt, dass ich immer noch relativ viel aufnehmen kann. Ja, so, ne, warum, wenn man es allehnt. Ist ja klar. Ich muss tatsächlich auf, auf Shift noch so nachtappen für trennen. Das ist nicht schön. Checklog. Dieser Artikel wurde von der CEC Print and Publishing Division gesponsert und gibt nicht unbedingt die Meinung des Amazing Universe Magazine wieder. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der grundlegende Ressourcen wie Treibstoff, Erze, Vitale und Eisnuss schwer zu bekommen sind. Stellen Sie sich vor, die Bedürfnisse der Menschheit wären vollständig von den fast verschwundenen Ressourcen der Erde und den schwindenden Vorräten der Kolonien abhängig. Ältere Leser müssen sich eine solche Welt nicht vorstellen. Sie haben sie vor weniger als einem Jahrhundert selbst erlebt. Die Suche nach zusätzlichen Ressourcen im Weltall ist nicht neu. Damals gab es jedoch nur kleine Schiffe wie Shockpoint mit Shockpoint-Antrieb, die in der Nachfrage kaum gerecht werden konnten. Und dann kam die Ishimura. Die USC Ishimura, benannten nach dem berühmten Astrophysiker und Erfinder des Shockpoint-Antriebs, Hideki Ishimura, war das erste riesige Abbauschiff. Das 2446 gebaute Schiff hat eine lange und bewegte Laufbahn hinter sich. Die Ishimura war das erste Schiff ihrer Größe, das den Shockpoint-Antrieb für große kommerzielle Weltraumexpeditionen einsetzte. Bei ihrer Vorstellung wurde die Ishimura als die Retterin der Kolonien gepriesen. Sie wurde geschaffen, um Asteroiden und sogar kleine Monde mit bewerkungsmärter Effizienz zu sammeln und zu verarbeiten. Sie war auch das erste Schiff, das die bahnbrechende Scan-and-Catch-Technik zur Gewinnung mineralienhaltiger Asteroiden einsetzte. Mit Hilfe riesiger Gravitationsstrahlen konnte die Ishimura Asteroiden erfassen und zur schnellen und effizienten Schmelzung in die massive Auffangbehälter des Schiffes ziehen. Mit ihren 62 Jahren ist die Ishimura noch immer in bemerkenswerter Form. Ihre Ausstattung wurde im Laufe der Jahre aufgerüstet und viele ihrer Innenräume wurden nachgerüstet, um die Verteilung der aktuellen Technologie zu nutzen. Trotz ihrer langen Dienstzeit ist sie nach wie vor der Stolz der CEC-Flotte und das größte Abbauschiff des Unternehmens. Wann immer ein wichtiger Abbauprojekt im Weltall, Fähigkeiten, Erfahrung und Engagement erfordert, ist die Ishimura zur Stelle. Schiffe wie die Ishimura und das Engagement ihrer Besatzung haben die Concordance Extraction Corporation, die die ernstlich von der Zunge, zu dem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Rohstofflieferanten gemacht, der sie heute ist. Wieso sind auch immer diese Werbebroschüren die längsten? So, haben wir hier noch irgendwas? Diese Seitenklimper ist so fies. Warte mit. Eklig. Einfach eklig. So, hier war eine Kiste von mir. Hier war vorhin eine Kiste. So, aufs Okayen. Ich frage mich gerade, ob Isaac auch schon im ersten, also im Original so, läuft so ein bisschen nach vorne, so ein bisschen Primaten mäßig. Klar, komm mal. Das soll ich eben oft, Junge. Ich verstehe. Gut. Man läuft noch selbst heutzutage. Was hast du da? Ist das Blut? Hailey, hör mir zu. So ein bisschen. Die Ishimura ist voller. Was, wie sie schaut. Das sind Monster. Sie sind richtig skeptisch. Hast du nichts gehört? Geil. Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac. Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Äh, ja. Da ist er. Okay. Kann ich ihn, darf ich den mal lesen? Dankeschön. Was ist das? Das ist tatsächlich jetzt nämlich auch nur gut. Sie haben den Singularitätskern kaputt gemacht. Oh. Oh, okay. Sieht aus dem Kopf mit draus. Direkt. Und das war dann auch die Kellien. So, glaub mal ganz kurz nach hinten. Weil im Original lag da nämlich noch was. Und hier an der Seite liegt irgendwo Peng. Die Leute, die Dead Space kennen, wissen was Peng ist. Ich hoffe natürlich, dass sie Peng in diesem Spiel op-bricht. Also im Remake. Wer bist denn du? Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Oh, kalt. Ist da so ein bisschen Blut. Wir sind gefangen. Nein. Oh, Wahnsinn. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann aus der Aufrechner helfen. Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Käpt'ns. Suchen wir Käpt'n Matthias. Trank sein Rigg. Okay. Trank sein Rigg. Ja. Okay, hier. Käpt'n Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht. Er ist verstorben. Er ist sogar der Käpt'n. Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Find die Leiche des Käpt'ns und hol dir seinen Rigg. Mit den Codes können wir... Was war das? Jim. Hermann, hilf! Wir kommen. Ja. Toilette, hier war ich schon, ne? Scheiße. Hier hatte ich auch schon mal einen Abstecher hingemacht. Und habe diese Credits übersehen. Ah, okay. Jetzt ist auch die Türfen. So. Ah, okay. Auf zur Krankenstation. Letzte Krankenstation war ja auch schon so geil. Im letzten Spiel. Ich sag mal so. Plopp! Macht natürlich jetzt nur auf YouTube Sinn. Also nicht wundern, bitte. So. Credits. Und ich hoffe natürlich, dass, wenn ich mich umdrehe, etwas da ist. Weil ich hoffe, dass da ist. Sehr kryptisch, weiß. Okay, und? Jawohl, der Shop. Jawohl, der Shop. Da ist er. Welcome to the King of the Shop. I can take the... ...in the... So, hier kannst du... ...fue Credits... ...Gegenschänder... ...wie... ...bringe Schemata zum Shop. Genau, alles klar. Wir finden auch sowas wie die Baupläne. Und die können wir hier zum Shop bringen und verkaufen. So. Was habe ich im Inventar? Tatsächlich. Okay, das ist natürlich komisch, dass man... Wenn du im Shop bist, musst du auf die Pfeiltaste zugreifen. Du kannst nicht mehr über WASD arbeiten. Ähm... Stars-Modul würde ich tatsächlich... ...verkaufen wollen. Okay. So. Und ich verkaufe mal... ...eins von den kleinen Midi-Packs. So, ich bin der Meinung. Können wir uns schon mal den nächsten Anzug kaufen. Menge. Einmalig. Kostet 10.000. Ja, damit. So. Also im Original war die... ...war die... ...die Sequenz des Umziehens... ...die war schon... ...also da ist das schon... ...das... ...Testosteron für mich durch die Adern geflossen. Ah, wie geht mit jetzt aus? Fette Gitarren einsetzen. Ah, bin ich ehrlich, bin ich auch schon... ...Heroische aus der H&M... ...um Kleiderhose gekommen, als er jetzt gerade irgendwie... ...also im Original müsst ihr euch mal angucken. Tatsächlich ist das wirklich... ...ziemlich krass inszeniert irgendwie. So, okay, alle klar. Da würde ich doch mal sagen... Achso, wir haben ja hier auch ein Lager. Hier kann ich natürlich erstmal ein paar Sachen nochmal deponieren. Und tatsächlich ist es... ...mit dem Lager so ähnlich wie... ...ich sag mal ernst blöd mit dem Keller. Ist halt immer im Lager... ...holt es halt eigentlich nicht mehr raus. Aber... ...ich will mal nicht so sein. Wir machen es mal so. Wir verkaufen es irgendwie... ...weil wir finden so viel Munition. So, okay. Das war es aber. Jetzt geht es weiter. Schwupp. Wuh. Kann nur besser werden. Kaffeebecher. So, können wir mal jetzt die Monoregel bitte holen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist ja witzig. Im Original sind wir jetzt tatsächlich... ...glaub ich in die Monoregel eingestiegen, oder? Oder täusche ich mich jetzt gerade? Okay. Hier können wir noch eine Werkbank... Ähm... Wir haben noch einen zusätzlichen Energieknoten. Den würde ich jetzt aber nicht anfassen. Gut. Okay. Alles klar. Weiter geht's. ...dip, dip, 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 dip. So. Ach, scheiß Alter. Überall haben sie die Leute fertig gemacht. Ich muss doch erstmal... ...sein Respekt vor seinem Leichnamen auftreten. Sorry, bro. Gehe jetzt zur Krankenstation. Chinesen-Modul. Oh yes. So. Wie ist das für die Mal? Chinesen-Modul ist halt mega geil. Irgendwie. Und mit F. Alles klar. Und zwar, ja, Chineser, ne? Das heißt, wir können uns Objekte greifen und können die schmeißen. Ja, und das macht natürlich in gewissen Kampfsituationen, wenn man den Überblick dafür hat, irgendwie, und die Nerven aus Stahl behält, ähm, macht das richtig viel Spaß. Weil du halt einfach irgendwie die Feinde oder Teile der Feinde so gegen die anderen verwenden kannst, irgendwie. Das ist dann schon übel. Das ist dann schon übel. So. Wie geht? So, okay. Das ist schon mal weg. Das Gute ist auch, dass sich Telekinese so jetzt nicht abnutzt, wie zum Beispiel das Starse-Modul. Ja, das heißt, wir müssen sich irgendwie aufladen. Wir müssen die Stellung halten. Das hat jetzt zwickt. Oh, okay. Oh, was hast du da für mich? Was hast du da für mich? Oh Gott. Steckt da eine Hand drin. Oh, sorry. Hallo, Impulsivir. Und schon muss man mir nicht lächeln mit einem Bunsenbrenner aus der Fresse schneiden. Ich stehe auf das Ding, Alter. Ich finde es einfach geil. So. Okay, gut. Dann können wir uns das jetzt vielleicht mal ganz kurz auf eine Kurzfalltaste legen. So, und zwar, wie kann ich denn das Impulsgewerz dahin legen? So, ausrüsten. Ah, sehr schön. So, auch da können wir noch die Magazingröße, die Feuerkraft, etc., etc. verändern. Das ist ganz geil. So, und das Ding schlonzt halt schön raus. Na, mit 50, 50 Schuss ist natürlich halt Primärfeuerkontaktmina. Ah, schön. Na, wir haben hier ein wunderbares Sekundärfeuer. Ich zeige euch mal beim nächsten Feind. Wollen wir hier nichts verschwenden. Aber ich sag mal, 50 Schuss sind natürlich schnell rausgebummelt. Ja, das ist ja geil, das ist ja geil. Ich glaube, hier sind wir auch erst zum Schino dazu gestoßen. So, können wir denn jetzt... Wir müssen aber noch da rein. Wir müssen aber zur Konkretion machen. Alter, das sieht das geil aus. Sieht das gut aus. So, halt mal ein bisschen bei Säti hier. So, Chinesemodul wäre schon halt eine geile Kiste, Alter. Oha, Alter. Oha, okay. Oha, okay. Oha, nee. Oha, nee. Ich schwör dir das, Matschen. Ich hab ihn sterben sehen. Wenn du alle verberikardiert hast, dann vielleicht um etwas einzusperren. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. So, da hinten haben wir noch einen Shop. Müssen wir jetzt tatsächlich erstmal nicht ran. Und... Wir gehen da ran. Oha, so, hier ist noch ein Paket. Das holen wir uns noch. Okay, also ein Shoppad finden und wahrscheinlich... Äh... Was Explosives. Um die Barrikade aufzusprennen. Geil. Schön, dass wir das mit drin haben. Ich hab mir damals in die Hosen geschissen. Wirklich. So übel. So übel. Das ist übrigens Benni, wenn er mir jedes Mal erzählt... Oder wenn ich ihm erzählt habe, was ich für Spiele mit ihm spielen will. Steht auch immer so da an der Wand. Und so. Nein. Wo kommst du alle mit beknackten Spielen an? Ich möchte die nicht spielen. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Er hat es auch nicht einfach mit dir. Das war ein Tag. Benni. Ich küsse deinen Haaransatz. So. Okay. Alle klar. So. Shabishabu. Okay. Können wir erstmal hier eine Seite schaffen. Und fort. Und hier. CT-Röhre. So. Jetzt kommen wir da lang. Wunderbar. Hier haben wir noch Credits. El Creditos. So. Können wir noch irgendwas holen? Nee. Komm nicht. Weiter geht's. Ich bin tatsächlich versucht, in der Steuerung das so umzustellen, dass ich die ganze Zeit renne. Irgendwie. Weil das ist ja wirklich... Das geht ja auf keine Kuh raus. Diese Doppel-E-Drücke hier auf Schiff. Das geht ja gar nicht. Ich stehe einfach drauf. Ich finde es einfach geil. So. Sekundärfeuer war, glaube ich, mittlere Maustaste. Ne? Wenn ich mich recht entsinne. So. Wir haben eine Batterie. Die muss natürlich hier hinein. Schwump. Leertaste. Okay. Alles klar. Vielen Dank. So. Wir haben einen Schutzschalter. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Irgendwie. Dass du tatsächlich erstmal nur für gewisse Areale irgendwie eine Freischaltung machst. Und nicht gleich für alles irgendwie. Das heißt, du musst mal zum gewissen Punkt zurück. Und quasi... Kumpel, Mann. Was ist los mit dir? Das ist ja ekelhaft, Alter. Boom. Das war übrigens gerade so eine Schockgranate. Also eine Sekundärfeuer. Achso. Hier kann ich einfach kriegen. Kann ich gar nicht umführen. Sicherheitsfreigabe 2? Wie bitte? Bitte was? Das ist ja auch neu. Jetzt gibt es hier Sicherheitsfreigaben für Kisten. Wo kommen wir denn da hin? So. Dann merkt jetzt natürlich ganz schnell erstmal ein bisschen die Kapazität. Dankeschön. Die Kapazität vom Impulsewehr. Ein bisschen erhöhen. Dass wir einfach ein bisschen mehr Munition drin haben. Das macht das schon einfacher. Okay. Den zweiten haben wir noch. Der geht natürlich auf Damage. Nice. Sehr cool. Und jetzt können wir, glaube ich, Fläche 75 oder so lahmen. 60? Oh, die sind es aber knauserig diesmal. Die sind es aber knauserig. Na gut. Okay. Alles klar. So, okay. Scheinbar habe ich jetzt die Fallche Ecke angemacht. Die muss ich hier auf Zug anmachen. So. Zug bitte. Mein Ausbilder damals beim Bund hat immer gesagt, so klingt es scheiße, aber der Sound ist geil. Und genau, der Gedanke kam mir gerade bei dem Impulsewehr. Der klingt so fett. Finde ich gut, finde ich gut. Ne, kann ich die nicht ziehen? Achso. So, Plattform steht. Das Sekundärfeuer braucht immer ein bisschen mehr, tatsächlich. Ein bisschen mehr Munition, aber das treibt mir einfach ein unverschämtes Grinsen. Das ist einfach jetzt... Bis jetzt muss ich sagen, ist dieser Remake sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Bis auf da drin. Das steht wohl nicht in den Fachzeitschriften. So. Okay. Wo muss man hin? Da muss man hin. Impulsionsraum. So, so. So. Geht doch nur der Weg. Ist aber auch so, die Gänge sind offensichtlich lebensbehahrend. Muss man mal sagen. An der Stelle hier ist auch kein Lichtfeuer gewesen, irgendwie. Ne, das, was Licht ist, ist hier an der Seite. Und that's it. Es gibt immer Peng. Ja, ist tatsächlich ein kleiner Insider, irgendwie. They're always peng. Eintritt in Vakuum. Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Atemlos durch das All. So. Muss immer so ein bisschen gucken. Hier schwebt auch immer ganz her. Irgendwie immer noch so ein bisschen was rum. Irgendwie was man so hinziehen kann. Mit Telekinese. Aber dem sieht wohl nicht so aus, leider. Schade. So, Luft hier noch haben wir auch noch. Das passt. Wupp. So, auch da können wir tatsächlich noch so ein bisschen den Sauerstoff tanken. Ein bisschen bei uns erhöhen. Irgendwie über die Jagdbank. Mit einem Energieknoten. Das kommt alles noch. Das machen wir alles noch. Oh. Oh. Schwerelosigkeit. Und hier. Alles klar. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh. Krass. Was ist denn mit euch? Warum? Warum seid ihr hier drin? Warum zur Hölle sind hier Menschen drin? What? Tja. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ist doch wirklich cool gemacht. Also du hast stellenweise wirklich neue, neue Sachen mit drin irgendwie. Ah. Der Hydrazinkanister. Wunderbar. Wir haben schon mal das Sprengmaterial. Klar. Kein Problem. Töten alle einfach, die uns entgegen kommen. Aber wir machen schnell. Klar. So. Was ist da? Junge. Wir nutzen halt die Macht. So. Schwerelosigkeit aktiviert. Der Sound ist so geil. Der Sound ist so geil, ey. Fly me to the moon. So. So. Zack. Nütz. Was will er sich denn ansehen? Bitte. Moment mal. Mein Ausgang ist zu. Achso, jetzt kann ich hier auch noch abheben. Na, ihr grasst ja aus. Ihr grasst ja aus. Das ist ja geil gemacht. Coole Sache. Haben sie auch neu gemacht? Chapeau, Freunde. Das ist ja, das ist cool. So, hier können wir Luft auffüllen. Können wir einfach mal immer machen. So. Kurz mal ein Schnuffi dran gewesen hier. Wunderbar. So, wir können also nicht in einer Schwerelosigkeit schlagen. Dann muss ich halt so hin. Hey, hey, hey. Ach cool. Zieht es natürlich ebenfalls alle raus. Schön, immer. Oh. Oh, 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 oh. So. So, dann muss der erst mal landen. Kurz. Ja. Runterspringen oder was? Super. Super grün. Alles okay? Ich habe ihn in einer bestätigen Rettungskasse eingestellt. Der Knot wie... Das ist Wahnsinn. Schnell, Isaac. Schema dafür Impulsprojektive. Sehr schön. Jetzt können wir quasi die Munition kaufen. Sehr gut. So. Oh. 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 Holla, die Walfi. Holla, die Walfi. Oh. Macht man auch öfters halt so, ne? Da hast du eine geschlossene Tür, einfach mal den Sicherungsblock daneben, einfach mal wegprügeln. Irgendwie ist ja nicht so, dass da irgendwie tausende von Wolken drüber laufen. Nein. Ach, Isaac, man kann ihn ja, man muss mögen. So. Ist das überhaupt noch der Weg? Ne. Ist schon ja nicht mehr der Weg. So ein Käse. Da muss man lang. Das ist der Weg. So, jetzt lass mich raten, jetzt müssen wir wahrscheinlich nach da. Exaktum. So, Leute, wie fällt es euch denn bis jetzt so? Wisst ihr das, was ihr euch drunter versprochen, äh, so drunter erhofft habt, irgendwie? Hey. Unternehmen hierballer, wunderbar. So, zack. Hasratoma, grüß dich. Ist cooles Game. Schön, dass du da bist. So. Wupp. So, hier haben wir zum Beispiel halt so ein schönes Stäbchen, wenn wir das halt mit Chinesen nehmen. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Können wir die Jungs halt richtig geil irgendwo ranpinnen. Oh. Tatsächlich funktioniert, ähm, die Chinese mit den Körperteilen sehr langsam. Äh, im Gegensatz zum Original. Im Original hast du sofort... ...quasi das Körperteil dran gehabt. Klingt jetzt auch ein bisschen martialisch irgendwie, aber... ...ne, und hier ist das halt eher so... ...ja, wartet eher so ein bisschen langsam an dich ran. Was jetzt nicht schlimm ist, aber, ähm, wenn ich mich daran entsinne, im Original... ...also, im Original waren noch ein paar andere Szenen, wo du wirklich echt auf Speed sein musst. Also, wo du echt ordentlich auf Geschwindigkeit sein musst. Nicht auf Drogen. Äh. Und da könnte das tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Wir müssen mal schauen, wie sich das dann gestaltet. So. Okay. Was haben wir denn noch hier schönes? Finden wir hier noch irgendwas tolle? Dave, ja, richtig gut bisher. Oder? Fähig, also, ist es halt... Benni, was sagst du denn dazu, irgendwie? Mega Game. Hab das Original vor 10 Jahren gespielt. Ja, denn... ...you know, wie... ...you know, wie wir alle wahrscheinlich irgendwie... ...2,5,7. Bei mir war 2009. Also, ein bisschen mehr als 10 Jahre, aber... ...trotzdem mega. Ich hatte dann nochmal hier für den Kanal tatsächlich gespielt, auf dem PC. Aber es ist natürlich... Boah, jetzt mal, wie ist das? Bloody disgusting. Oh, was vibriert hier gerade tierisch? Und ich weiß tatsächlich nicht was, weil mir ein Handy ist im Flugmodus. Das sieht mega aus, absolut. Nee, Controller sind nicht angeschlossen. So. Okay. Alles klar, hier vorne können wir nochmal die Staza aufladen. Voll ist er. So. Wo muss da sein? Alles klar. Super. Was aber da? Schema? Vom Starse-Pack, alles klar. So, jetzt können wir auch die Starse-Pack tatsächlich kaufen. Äh, im Shop. Obwohl, ein Starse-Pack zu kaufen, ist eigentlich tatsächlich damals nicht wirklich nötig gewesen. Ich denke, dass es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nötig sein wird. Aber, nice to have irgendwie ist immer wichtig. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Das ist ja ekelhaft. Schön konforiert, Alter. Ach, du Scheiße. Und es ist im Lüftungsschacht. Kinderni. So. Babys. Das ist tatsächlich schon damals recht makaber gewesen, irgendwie. Sieht ihr da vorne, ne? Ich gehe mal hier kurz hier an den Schreibtisch ran, irgendwie, und hole noch ein paar Sachen in den Textblock. So, okay. Schreibfehler. Zoe. Das Exemplar 426 ist bereits zur Entnahme. Ich wollte gerade Alvarez benachrichtigen, dass sie sich auf den Krankenhaus-Urlob vorbereiten soll. Aber als ich die Datenbank überprüfte, sah ich, dass Lieutenant Sable vorgezogen wurde. Ist das richtig? Alvarez steht schon seit drei Monaten auf der Warteliste. Ich dachte, Arm-Transplantationen haben Vorrang vor einer Hornhaut. Die. Haben die gerade japanisch? Haben die ja gerade japanischen Sprachen mit, will ich ja feiern. Makaberer Shit. Makaberer Shit. Und das Schlimmer an der Sache ist, irgendwie. Die leben noch. Und hier ist jetzt Kinder, der die rausholt. Lass das mal sacken. Das ist schon übel, irgendwie. Okay, alles klar. Wir müssen zu diesem Aufzug. Mist. Boah, ist das. Krass, ihr macht's. So, Plasma-Energie. Und ihr seht, wir finden natürlich extrem viel Munition für den Plasma-Cutter. Deswegen, ähm, bin ich tatsächlich immer so ein bisschen verführt zu sagen, ob wir, hey, lass uns einfach ein bisschen Plasma-Cutter-Munition verkaufen. Umso mehr Energieknoten können wir uns kaufen, umso mehr können wir unseren Stuff, den wir ja tatsächlich benutzen, irgendwie aufmodellieren. Aufmodellieren ist aber auch geil. Weiß ich nicht. Wer bist denn du? So, ach, guck mal, hier ist so ein Sitzball. Wie geil. Schön. Hey du. Du. Oh Gott, Alter. Oh Gott. So, jetzt ist die Frage, komm ich da ran? Kann ich auch für die Batterie rausnehmen? Oh, hier ist noch ein bisschen die Lichtnoten. Oder muss ich tatsächlich eben das? Nee. Oh, 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 oh. Völkerball hier. Hier werde ich wahrscheinlich mit Telekinese nicht reinkommen, aber man muss nichts halt riskieren. Okay. Gut, ist auch nicht so schlimm gewesen. Haben wir hin, nicht richtig. So, Schockpads. Sehr schön, hier haben wir ein Schockpad. Lass uns das mal mitnehmen. Daniels, antworte nicht auf Ihrem Rig-Link. Wie ist dein Status? Ich habe ein Schockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Wollzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren. Pass auf die Wollzahl auf. So. Ah, okay, alles klar. Ich bin da, so lange gelaufen. Das war doch eine schöne Abkürzung jetzt hier. So, komische Musik. Ach so. So, Starz-Modul ist halt Rohgoody. Starz-Modul ist halt echt auch ziemlich träge. Wartet aber so ein bisschen spannender macht, muss ich sagen. Weil dadurch, dass es langsamer wird, irgendwie, kannst du halt einfach nicht mehr so schnell reagieren, irgendwie. Und dich schnell irgendwie durch, durch Panikreaktionen aus irgendwas rausholen, irgendwie. Martin! Und es ist, es ist der Kracher, Alter. Es ist einfach mal der gottverdammte Kracher. Wirklich. Also, es ist ein Burner. Martin musst du auf jeden Fall auch spielen. Ist geil. Ist geil. Bleib mal kurz ein bisschen nah. Gib ein bisschen zu. Ich sagte, du musst so geflasht sein. Und jetzt mal schnell Verpissung hier, mein Freund. Auf, Mann! So. Und ruf Ballern, Alter. Geh in Deckung. So, ich hab jetzt gerade auf die, auf die, auf den Pack, äh, auf die Dings nicht gekickt. So, was sollen wir machen? Tab? What? Kann man Auslöser? Nee. Gleiche Story wie Original. Ich denke, ja, also, ja klar, natürlich. Ist jetzt nicht so, dass du jetzt plötzlich irgendwie Peaches retten musst. Irgendwie. Ist schon, ne? Du bist drin gekracht in den Ishimura, irgendwie. Alles ist plötzlich scheiße. Und. Aber du hast schon Abweichungen vom Original. Original mit bei. Die sind echt gut. Also. So ein bisschen variiert irgendwie. Und das ist, das ist auch geil. Passt. Oh, okay. Alles klar. In Deckung gehen. Ich dachte, das da hinten reicht schon. Irgendwie. Natürlich stellt mich jetzt hier vor ne Glasscheibe. Irgendwie. Das ist für mich halt natürlich ein bisschen mehr Denkung. So. Alles klar. So. Und schon. Bitch. Gegnertypen sind auch mega gemacht, Martin. Wirklich. In der Leichenhalle musst du nach Ketten mit Highest Leiche suchen. Wohl dir seine Rickhouse, damit wir den Computer nutzen können. Hallo, Ketian. Passierschein. A38. So. It's time. So. Was haben wir da? Waffen Upgrade. Waffen Upgrade? Auch ein neues Ding. Ihr habt es vorher auch nicht. Tatsächlich. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ihr habt es auch nicht. Ne? Wir können jetzt an manche Kisten können wir tatsächlich nicht mehr ohne Sicherheitsfreigabe ran. Irgendwie. Das ist natürlich totale Knete. So. Okay. Ich denke mal, da ist der eigene Teil der Ausgang. Gehen wir da lang. Ich finde die Leichen des Kapitans. So. Reload. Was ist denn da? Ist das ein Hologramm oder was? Was? Wie hieß denn der Doktor von der Enterprise? Ach, Nicole. Das ist Nicole. Pille? Ne, ne. Nicht das ganz alte, sondern ich glaube auf der Voyager. Auf der Voyager hatten sie ja nur so ein Hologramm, glaube ich, als Arzt. Wenn ich mich recht entsinne. Der Doktor. So. Auch neue Schutzschalter. Dusche. Na, du. Aber. Was haben wir sonst noch im Angebot? Lichter. Meucht die Lichter aus und dafür die Dusche an. Oh, was? So, okay. Alter. Müssen wir überhaupt lang? Ne, müssen wir ja nicht. Aber ich geh trotzdem mal hin. Hallo? Wer duscht hier gerade? Wer hat hier gerade Duschzeit? Audio-Lock. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unithologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Ich bin schon damals gefragt, warum haben wir so eine Zeichnung da dran. Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment. Wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Finden wir eine Karte dafür? Müssen wir unsere Rig modifizieren dafür? Was müssen wir da machen? Finden wir so eine Karte? So einen Ausweis? Hallo, das ist mein Schüler-Ausweis. Darf ich jetzt bitte diesen Schrank öffnen? So, okay. Dann müssen wir anscheinend doch die Lichter anmachen. Weil da anscheinend der Schutzschalter drüber hängt. Oh, doch nicht. So, gucken wir mal kurz. Dann verfolgen wir mal kurz die Leitung. Ah, wir brauchen so eine Batterie-Klumpen. Okay. Der Batterie-Block. Oh, dann müssen wir doch nochmal anders machen. Naja. Ansonsten kommen wir nämlich nicht an die Batterie dran, die hier dahinter sitzt wahrscheinlich. So, okay. Ups. Und. Er hat immer noch Saft. Okay. Er hat immer noch Saft. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Was machen wir denn jetzt? Kriegen wir denn noch woanders einen Batterie-Block hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wie können wir jetzt... Können wir das hier zerstören? Ah, lesen den Tustern. Blockbuch der Krankenstation. Dr. B. Warwick. Leitender Psychiater. Bericht über die psychiatrische Beobachtung des Patienten Harris B. Mitarbeiter, hast du mich hier sehen, ist Urial. Harris ist nach einer weiteren Dosis Beobachtungsmittel eingeschlafen. Ohne chemische Hilfe kann er anscheinend nicht mehr schlafen. Die meisten Menschen erliegen der Erschöpfung nach mehr als 15, 50 Stunden nach dem Erwachen. Unabhängig von den Umständen. Harris nicht. Seine bizarre Erklärung für die Ereignisse auf der Kolonie deuten auf die gleiche Paranoia hin, die wir auch anderswo auf dem Planeten gesehen haben. Seine Schuld steht außer Zweifel. Zwei Sicherheitsbeamte waren anwesend, als der Dr. Cyril Yellow als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Und Harris leugnete seine Tat nicht. Aber er zeigt keine Reue. Vielmehr besteht er darauf, dass es kein Verbrechen gab. Und dass Evans keine Krankenschwester war, als er sie tötete. Dies ist ein klassisches soziopathisches Verhalten, aber Harris zeigt keine anderen Symptome. Er ist umgänglich und freundlich, kann sich einfühlen und seine Meinung äußern. Wenn er jedoch zum Mord an Evans befragt wird, zieht er sich zurück und wird unkommunikativ. Er behauptet, die Erklärung stecke in seinem Kopf fest. Und das Sprechen darüber bringe die Botschaft durcheinander. Außerdem leidet er zeitweise unter Halluzinationen, die den anderen Kolonisten ähneln. Während seiner langen Wachphasen schreibt Harris auf jede verfügbare Oberfläche und behauptet, dass die Träume sprechen müssen und dass er versucht, sie wieder vollkommen zu machen. Was das bedeutet, habe ich noch nicht herausgefunden. In Anbetracht der Komplexität seines Falls werde ich mich an meinen Kollegen wenden. Ah, Consulting. Ich freue mich, wegen Skals und Bones quatschen wir morgen. Alle klar, Martin? Alle klar, ich freue mich, ich freue mich. Schön, dass du da warst. Die Koffel, du kriegst noch ein bisschen zu. Wenn nicht, wünsche ich dir einen schönen Abend und die Doppelkartoffel geht an dich raus. Mein Bester. Beifragers. So, okay. Aber wir haben jetzt das Problem immer noch nicht mit dem Batterieklopsel löst. So, heißt also... Also ich muss mich auch wahrscheinlich tatsächlich für eins der beiden Sachen entscheiden. Ich kann nicht jetzt einfach sagen, wenn beide... Man kann doch beides rausnehmen. So, nehmen wir mal den Wolfglock mit. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt aber schnell. Aber flink. Wo, wo? Wo ist er? Wo ist er? Ich muss noch erinnern. Was ist los mit dir, Mann? Okay, schön. Ein paar Quäleks noch mit angesackt. Na und dann? Verpissung. Uh! Alter. Ich weiß nicht, warum. Warum sind Krankenstationen immer so übel in Horrorspielen irgendwie? Ach, Quatsch. Ich meine, es gibt halt echt auch eine Menge Leute, die wahrscheinlich halt auch echt... Ich sag mal, sich unwohl führende Krankenhäuser. Ich kenne doch keinen, der sich wohlfühlt der Krankenhaus. Ich kenne keinen, der sagt, oh, krank aus. Wo ist das Krankenhaus? Uh! Feuchtig. Ne? Also die Reaktion ist halt grundsätzlich recht normal. Aber es gibt auch Leute, die haben ja regelrecht Angst vor dem Krankenhaus. Ne? Irgendwie. Oha! Jetzt ist es aber hier mal vorbei, Freund. Und wahrscheinlich rasten die bei so einem Settel total aus dann irgendwie. Also ich ziehe mich jetzt nicht dazu, dass ich jetzt irgendwie Angst vor dem Krankenhaus habe. Aber tatsächlich verspüre ich halt ebenfalls dieses absolute Unwohlsein, wenn ich hier die hygienische Maßnahme sehe. Muss ich mal ehrlich sagen. Also hierfür würde ich nicht auf dem Balkon stehen und applaudieren. Sag mal so, wie es ist. Freunde, hier kann man mal auch, lass den Lappen mal durchgehen hier. So. Nehmen wir mal weiter. So. Okay. Guck mal kurz da hinten hin. Das sieht mir aus, versteckt für coole Sachen. Oha! Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber wir fehlen die Daten. Mörser, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brant Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Hm, das sind schlechte Ausfänge. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jetzt ist es verlassen. Es war dunkel und sie trotzten an den Bänden mit dem Ratten. Ja, der wird ihnen eingespitzt. Scheiße, wir rauf! Nicht, scheiße, wir rauf! Krass. Krass, krass, krass. War auch im Original jetzt nicht ganz so heftig dargestellt. Auch schon krass, aber nicht so krass wie jetzt. Mann, 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 Mann. So! Time for save! So! So! Und nehmen! Sag mal, kann das sein, dass ich immer noch im ersten Kapitel bin? Ei, 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 ei. Okay, irgendjemand hat das Fenster auf mir gelassen. Null, aber schnell. Oh, krass. Okay, wir mussten batterieren. Wir haben keine Energie. Da hinten ist er. Hier ist er. Da ist er. Wunderbar. Schön. So, rein in den Wolflock. Und Energie. So. Plan. Sauerstoff nochmal. Leichenhalle. Jetzt, doch, jetzt auch kein Place to be, Alter. Scheiße. Come on, ey. Nicht, bitte nicht. Das ist da, so Peck. Oh, nee. Warte mal, ich glaube, mir schwarnt, mir schwarnt Schlimmet. Mir schwarnt Schlimmet. So, und wir haben scheinbar die Leiche des Käpt'ns gefunden. Oh, krass. Der Imperator. Hat's da nochmal? Ah! Ja, na, mach mal weiter noch dran rum, Alter. Die Drecksinfekter, ja, die sind auch wachsiedelig. Oh, krass. Das, ihr macht. Das, ihr macht. Tritt ihn auch weg, Mann, Alter. Macht doch irgendwas. Käpt'n, mein Käpt'n. Es tut mir leid. Du musst dir leider deine Ring wegnehmen. Hat die der Infektor jetzt? So, bei dem Infektor muss ich nämlich tatsächlich echt aufpassen. Weil der nämlich alle Leichen in Nekromos verwandeln kann. Also die sind die allerersten, die du sofort in einem Raum definitiv mit Leichen ausschalten musst. Irgendwie, ansonsten bist du so schnell in der Scheiße. Flump. So. Ring des Kapitans. Wunderbar. Oh, läuft so. Ich übermittele jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Käpt'ns in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Jen passiert sein. Klar. Vielleicht finden die was im Hauptrechner. Wo ist der jetzt, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da hast du sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. So. Gut. Wir haben die Mission geschafft für den Direkt des Kapitans. Gehen zur Sicherheitsstation. Gehen zur Sicherheitsstation. Alles klar. Sicherheitsfeigabe ist jetzt Level 1. Cool. Das heißt, wir könnten theoretisch zurückgehen. Die Frage ist, wollen wir das für Spinde machen? Irgendwie. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen angezeigt hat, war tatsächlich irgendwie das Enefach mit dem Energieknoten. Chat, was sagt ihr? Sollen wir zurückgehen und jetzt aufmachen? Ihr entscheidet. Sagt mal was. Backtracking oder Story vorwärts. Die CDC übernimmt keine Haftung für CO2-Narkose. So, tatsächlich sehe ich den Stream-Chat über Streamlabs. Das heißt, ich habe immer so eine ganz leichte Latenz drin. Das heißt, wenn ihr schreibt und ich sehe das, wir hatten es glaube ich im letzten Chat auch, im letzten Stream, das wird so ein bisschen zeitverzögert bei mir aufploppt. Also, du wirst ja nicht mit einer Latenz von, ich sag mal 30 Sekunden manchmal. Bitte nicht wundern, wenn ich sofort auf die Nachrichten eingehe. Aber ich schaue gerade sehnsüchtig. Abstimmung. Ja, nice. Okay, Benni macht eine Abstimmung. So. Okay. Cool. Ja, Benni macht natürlich als Moderator heute, hält er mir den Rücken frei, sag ich mal, mit solchen Sachen. Das ist natürlich super cool. So, in der Zwischenzeit kann ich hier mal einen Schluck trinken. Mal meine Hand ein bisschen ausschütteln. Ihr wisst, die alte Nintendo-Verletzung damals. Ich leide immer noch sehr drunter. So, wie läuft die Abstimmung? Ergebnis ist, ja, zurückgehen. Alles klar, gut, dann machen wir ein bisschen Backtracking. Alter. Was macht der aus? Mann. Echt, ja? Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Shimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung EG7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Außerrückwatter. Hier. Hey, zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Okay, cool, 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 cool. Warte mal, Mörser. Hier, schau eigentlich. Theoretisch müsste ich ja mit... Ach, nee, ist der Doktor Mörser. So, lass mich mal kurz. Wir mussten in die Ecke da hinten. Genau. So, hier, genau, da hinten war ich da. Also, ich weiß, ich habe das heute wahrscheinlich schon tausendmal gesagt. Oh, wie, nein, hier war ich nicht verdammt daxt. So lust. Aber die Grafik ist ja nur wirklich ganz oberst der Zahnerhübchen. Aber mit einer Kirsche oben drauf. Ja, und letztendlich war ja auch das Game an sich, das Gameplay, irgendwie, das ganze Setting, die Atmosphäre, war ja eh schon eigentlich absolute Oberklasse. Von daher ist es tatsächlich schwer, das Ding in die Wand zu fahren, ne? Irgendwie. Ich hoffe, dass wir das nicht noch irgendwie auf den letzten Meter irgendwie machen. Mit irgendwas. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es jetzt irgendwann buggy wird. Das wäre das Allerschlimmste. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie sie das Ding jetzt verseiern können noch. So, okay. Super. Alles klar. So, wo war noch was? Äh, hier irgendwo, stopp mal ganz kurz. Zur Leichenhalle. Wo war denn jetzt bitte der, äh, kleine Container? Der kleine Container mit dem, äh, Energieknoten, den ich nicht aufbekommen habe. Credits. Sehr schön. Sehr gut. Letztendlich, wenn ich den kompletten Weg so zurückgehe, müsste ich eigentlich dann vorbeikommen. Da ist er. Alles klar. Perfekt. Freigabe bestätigt. Super cool. Energieknoten. Dadurch, dass die Dinge mal 10.000 Credits kosten, irgendwie, die sind zwar, die zwar auch, ist auch erschwinglich, ist auch okay, irgendwie. Aber, ach du, meine. Du glaubst es ja nicht. Ähm. Ist es trotzdem eigentlich ganz cool, wenn wir die halt einfach finden, ne? Du kriegst ja zwar irgendwie auch zusammengekauft und verkauft mit dem ganzen Krempel, den du alles hast. So, wir können jetzt, wie gesagt, Impulsivprojektile bauen und wir können ein Starseepack jetzt bauen, weil wir die Schema da gefunden haben. So, äh, im Inventar habe ich. Achso, der ist ja am Lager. So, das können wir verkaufen. Hin und fort damit. So, das ist ein Halbleiter in Gold für 3.000. Wird verkauft. Die sind tatsächlich nur zum Verkaufen da, die können wir ja nicht irgendwie anders benutzen. So, Plasma Cutter Upgrade. Das wird natürlich nicht verkauft. Das Patronen Rack bringt dieses Teil zur Werbgang, um Upgrade-Fahrt zu ergänzen und spezielles Update zu halten. Das wird natürlich nicht verkauft. So, das wird verkauft. Na, von mir ist noch eins. Dann haben wir 100 Schuss für den Plasma Cutter inklusive 110, die wir drinnen haben. Alter, nee, jetzt zählt er wahrscheinlich bloß. Jetzt zählt er alle komplett, ne? Ja, jetzt zählt er alle komplett. Reicht auch. Erst mal locker aus. Ihr seht, wie viel wir finden. Von daher können wir es ruhig verkaufen. So, gehen wir nochmal in den Shop. Und checken hier mal Energieknoten. So, wie viel Kohle haben wir? 32.000. Holen wir uns drei Energieknoten. Und schon sind wir wieder arm. Wunderbar. Es ist doch wie im wahren Leben. Kohle hier draus. Schrott gekurft. So, zack. Schön. Haben wir noch irgendwo eine Bank hier am Start? No, obwohl. Die nächste kommt. Ähm. Da geht's zurück. Alles klar. Flugdeck also, ja. Beiseite! Pack! Okay, gut. Und jetzt sind wir ja schon an der Monorail-Station. Monorail! Auf geht's! Und? Nein, Alter. Jetzt können wir uns das aussuchen. Jetzt können wir uns das aussuchen. Na, ich schnall ja ab. Sonst ist das so gewesen. Du bist in die Monorail eingestiegen und da hatte ich einfach zu dem Levy gefahren. Ist das jetzt, haben sie, machen sie jetzt so ein bisschen Open World jetzt hier? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Na dann. Hangar-Frau. Flugdeck Monorail-Steuerung. Coole Sache. Coole Sache. So, schon mal Haltetaste drücken. Meine nächste Station kommt. Haben sie damals wahrscheinlich auch als Ladezeit, Ladebildschirm genutzt, irgendwie, um nachzuladen. Jetzt ist ja alles nur noch on the fly. Wie geil ist das denn? So, hier komme ich aber her. Ne, warte mal kurz. Äh. Ne, 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 ne. So, was ist jetzt meine Mission? Soll ich zum Flugdeck oder was? Wo soll ich jetzt hin? Was wollte er nochmal von mir? Benny, wo muss ich jetzt hin, Benny? Maschinenraum? Die Krankenstation war hier. Okay, ja, klar. Dann gehen wir nach Navi. Bitte an der nächsten Leiche links abbiegen. Geil wäre auch wirklich, wenn sie hier so eine ganz stumpfe Fahrstilmelodie so machen. So, ich will mich tatsächlich kurz mal fein anziehen. Alles klar, vorbei. Okay. Geht mit durch. Sicherheitsaufzeichnung abgerufen. So. Tja, lief nicht zu gut für ihn. Äh, schwupps, die wupps. Okay, ja, die will tatsächlich das wieder aufs Flugdeck gehen. Machen wir das mal. Let's go to the Flugdeck. Oder was haben wir hier? The Flugdeck. Zeig mal. Isaac, in diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Scherelosigkeit aktiviert. Was? Das ist ein Hammer. Oh, krass. Mit dem Blut ist ja mal krass. Alter. Das ist was. Aber ganz schön schräg lagern wir nicht mal her. So, was haben wir da? Ah, Kapitel 3 sind wir schon. So, Moment mal. Jetzt sieht mir noch was aus. Textlog. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Textlog gerade lesen kann. Probiert mal. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Wen kümmert der Preis? Ich hab sie. Zitat eines Pokémon-Kartensammlers. Oder Steve, der die neue Grafikkarte gekauft hat. Perfekt in jeder Hinsicht. Jede Kurve, jede Linie. Keine Werbung. Könnte ihr gerecht werden. Mit den Händen gefasst. Jeder will sie. Hoch, da. Ungelesen. Und wo? Wo kann sie sich sicher aufbewahren? Wo kann ich sie sicher aufbewahren? Nicht hier. Nicht in der Öffentlichkeit. Nur autorisiertes Personal. Direkt in der Tiefe, wo alles vergessen ist. Sie muss getarnt werden. Mit anderen Lieferungen. Nur ich darf es wissen. Okay. Okay. Was hat er da versteckt? Und ich würde sagen, das ist doch hier vorne in dem Ankunftshanger gewesen, oder? Wollen wir da nochmal... Ach, da kommen wir noch nicht mehr ran, ne? Wie kommen die mal ran? Schade. So, jetzt müssen wir auch kurz mal... Krass, das sind alle Areale gewesen. Die waren im Originalteil bei, aber die waren nicht so ohne weiteres zugänglich. Irgendwie. Die sind natürlich erst mit der Zeit zugänglich gewesen. Und das finde ich schon wirklich. Das finde ich ganz stark gemacht. Ganz groß klasse. Ich habe gerade die Kohle weggeballert. Schön. Wunderbar. Kann man machen. Wir schmeißen die Credits hier im Club. Schöne Kupferrohr. Wunderbar. Läuft. So, und zwar war... Unter anderem... Hängen... Hier auf der Linie versteckt. Dieser kleine Schatz, den man verkaufen kann. Ich gucke mal kurz. Ich fliege es mal schnell ab. Ich denke nicht, dass er hier liegen wird. Das wäre wahrscheinlich zu witzig. Aber... Ne. Ich habe mich übrigens schon... So halbwegs austariert. Aber besser wird es hier nicht. So, okay. Alles klar. Fliegt mal hier noch so ein bisschen rum. Meine Güte. Was schlimm ist, ist das so groß irgendwie... Hat man da sofort das Gefühl... Du übersiehst doch sofort was. Was? Nicht jetzt. Wie ist das, was hier alles versteckt ist? Okay. Gut. 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 Ich habe tatsächlich mal den Fehler gemacht. In Anführungszeichen, ich habe mir mal den Soundtrack besorgt von Dead Space 1. Kannst du dir das nicht anhören, oder? Also der ist cool gemacht. Der ist dramaturgisch. Wirklich krass instrumental. Mega krass. Aber du kannst dir den nicht anhören, weil der purer Stress ist. Also, da ist ja keine versöhnliche Note dabei. Wirklich krass. Ist das geil gemacht. So, ich gebe zu. Fanboy. Erinnerbar. Schön. So, da drüben muss man. Cargo Arrival. So. Ruht's hier Lenning. So, ja, nur nicht, Freunde. So, ja, nur, bitte nicht. Alter, das sieht ja so übel aus. Das sieht so übel aus. So, ja, nur kurz austagieren hier wieder. Alter, das sieht ich nicht. Ist das für eine eklavte Scheiße hier? So, da stehe ich mal vernünftig immer hin. So, Sauerstofftank. Oh, schau mal an. Geil. Das gibt's jetzt auch to go. Also, schön. Ja, weil irgendwann fängt er natürlich so ein bisschen mit Schnappatmung an, weil irgendwann wird der Sauerstoff halt ein bisschen knapp. So. Schwererlosigkeit deaktiviert. Oh, ich bin, ich hatte ja so ein bisschen Eiskristalle jetzt auf seinem Anzug. Ja, ach, das ist ja geil, Alter. Das ist ja, das sind ja coole Details. Beidegabe bestätigt. Öffnen bitte. We are not punished. For our sins. But by them. Aha. Schön. Da kann man mal mit WD40 ran gehen. So. Hier. Credits, Credits, Credits. Cash, Money, Money, Cash. Geht raus mit uns. Also, der Schlabatz, der gefällt mir ja nicht irgendwie. Will ich nicht lesen. Weg damit. Wo ist es? Ne, wart nicht. Text-Log. Logbuch des Maschinenraums. Dann war. Organisches Wachstum im Maschinenraum. Ich füge dies meinem Auftrag, meinem Antrag zur hervorragenden Wartung hinzu. Vielleicht hilft etwas Schriftliches, damit Sie aufmerksam werden. Dieses unidentifizierte Wucherung, die bereits an anderen Stellen des Schiffes gemeldet wurden, hat den Maschinenraum erreicht. Nicht einmal die Krankenstation weiß, was das für Zeug ist. Es sieht aus, als hätte jemand seine Eingeweide an die Wände gekotzt. Das riecht auch so. Es breitet sich schneller aus, als wir es zerschnallen können. Was an sich schon ziemlich eklig ist. Es hat bereits den Lastenaufzug beschädigt und dringt in die Maschinenspeicher ein. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, es zu stoppen, wird es übermorgen nur die ganzen Hauptmaschinenkammern bedecken. In der Zwischenzeit gehe ich auf das Abbaudeck. Sie haben PFM 100 für den Eisabbau eingelagert und können den Treibstoff entbehren. Vielleicht können wir dieses Zeug kautorisieren. Ich hoffe nur, es riecht nicht noch schlimmer. Wenn es brennt. Dramaturgische Pause. Wenn es brennt. Ja, kautorisiert riecht wirklich echt... Kann man nicht anders sagen. Irgendwie, wenn man das eh mal so einer Nase hast, irgendwie... Wenn man das mal... Mopé war das so irgendwie... Wenn man im Praktikum drin hat. Und die schneiden ja nicht mehr mit Kapellen. So in dem Sinne auch, sondern die kautorisieren das. Also mit so einer heißen Klinge. Und damit halt alles gleich verödet wird und nicht viel blutet. Und dieser Geruch... Der ist wirklich... Der hängt lange in der Nase. Lange. So. Da hieß es lang. So, was dich denn hier noch schön hat. Audio. Logbuch des Maschinenraums. Stellvertretender Chef Ingenieur Jacob Temple. Man, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Käpt'n Tod ist gerät hier alles durcheinander. Sie sind alle mit den Nerven am Ende. Wir sagten, die Aufstände wären schlimm. Bis diese... Dinger durch die Lüftungsschächte kamen. Ihre Gesichter. Scheiße, das waren meine Tischnachlagen. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Total, die Seelenbeichtung einfach abgebrochen. Das ist ja spannend. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf dem Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Da ist die Zentrifuge. Der Treibstoff. Dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Gut, gut, gut. I will. So, okay. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Alles klar. Credits, Credits. Hm. Schön, da hat schon mal ein Arminen abgespült. Boah, krass. Der Ripper. Der Ripper ist tatsächlich auch eine ziemlich krasse Waffe. Ich habe den nie so großartig benutzt eigentlich. Tatsächlich irgendwie, weil er mir immer ein bisschen zu kurz distanzig ist irgendwie. Obwohl er wahrscheinlich auch seine Vorzüge hat. Wir werden ihn natürlich jetzt sofort erstmal ausprobieren, damit ihr mal seht irgendwie, was das ist. Ausrüsten. Den Ripper gibt es auch von Festool. Das ist ein 1-8er-Blatt. So. Okay. Skippen wir mal durch. So. Bada bam. So, wir haben unten ein rotierendes Sägeblatt. Den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ne? So. Wo lebst du noch? Na los. Komm mal. Du kannst quasi über Stase halt ein rotierendes Sägeblatt vor dir halten. Und wieder sehe ich eine Entwicklerin, die nach Hause kommt aus dem Arbeitskreis. Und Schatz, wie war dein Tag? Ja, du. Mein Vorschlag ist halt durchgekommen. Ich habe gedacht, wir machen eine Sägeklinge, die sich einfach durch Körperteile durchtrennt. Wow, Schatz. Das ist ja toll. So beim Essen. So am Essenstisch. Mama, ich bin so stolz auf dich. Geil. Einfach geil. So. Okay. Das Impulse. Wir haben sieben Knoten. Oh, wir haben sieben Knoten. Komm. Also. Kapazität. Is very importante. Kapazität. Is very importante. Schaden geht auch mal gut. So. Blöde ist natürlich, wir haben manchmal halt so eine Knoten. Das haben sie diesmal hier ziemlich cool gemacht. Obwohl ich mich tatsächlich frage, was diese Eckchen Elemente für Knoten sind. Weil du hast im Originalspiel sehr oft Knoten verteilen müssen an Leerpunkte. Um zum nächsten Punkt zu kommen irgendwie. Auf diesem Schaltkreis. So. Dann noch einmal mit nachladen. Und dann hätten wir den, das Impulse wäre komplett aufgerüstet irgendwie. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. So. Das hat sich doch gelohnt. So. Wir bleiben natürlich erstmal kurz hier beim Ripper Owens. Oh. Das ist gar nicht der Weg. Moment. Wo geht man jetzt hier hin? Kalibrierungsraum. Ja. Wir haben bestimmt noch hin müssen. So. Wahrscheinlich müssen wir hier hin, ne? Genau. Betankung. Man muss halt einfach aufpassen irgendwie, dass man nicht schon so häufig irgendwo Feuer aneckt. saubere Führung der Säge ist immer sehr wichtig. Safety first. So. Wie gesagt. Es ist nicht unbedingt meine präferierte Waffe. Aber wie gesagt. Ich würde euch gerne zeigen. Achtung. Treibstoffreserven sind erschöpft. Haupttriebwerke sind offline. So. Dann ziehen wir her das Ding. Die Frage ist, ob er von alleine aufgeht. Oder ob ich tatsächlich noch irgendwas aktivieren muss. Nein. Muss ich nicht. Müssen wir rüber? Ja. Wir müssen zwar rüber. Alles klar. So. Let's do it. So. Jetzt muss ich aber tatsächlich umswitchen. Weil ich glaube, ihr kriegt hier hinten einen Besuch. Und die haben tatsächlich das Kapazitätslevel runtergesetzt. Du konntest das Impulsgewehr auf 200 Patronen oder Projektile pro Magazin hochziehen irgendwie. Im Full-Upgrade. Jetzt nur noch 100. Wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, um das mal ein bisschen auszubalancieren oder so. Oder ach so. Vielleicht kann auch sein, dass ich gar nicht mehr Munition habe. Ha. Wird wohl es wahrscheinlich eher sein. Wird wohl es wahrscheinlich eher sein. Das hätte ich besser lösen können. Das hätte ich besser lösen können. In your face. Fassermacker. Ja. Das kann auch schnell los annehmen. Haben wir. Haben wir. Ripper-Clean. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Schlüsselkarte? Ach so. Schlüsselkarte für die Tankstation. Wird die benötigt? Ja. 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 Aber. Jetzt weiter. Ja. Ja. Okay. Wir haben auch keine Energie. Ich muss erstmal nochmal zu dem. Zu der Tanklade geschichte runter. Oder warte mal. Ach nee. Ich muss hier und dann. Nee. Wann er nicht? Wann er nicht. Würde ich doch jetzt mal so verstehen, dass ich das mit Chinese anfassen soll und um Energie einzuschalten, oder? So würde ich jetzt mal denken. Oben. Ja, oben hatte ich auch schon gerade probiert. Wir probieren es ja noch mal. Will er nicht. Macht er nicht. Ich würde tatsächlich mal kurz mit der Tankkarte versuchen, in den Raum zu kommen. Vielleicht müssen wir erst irgendwie Energie einschalten. Weil er ja sagte, Oh, um die Leute Energie auszuschalten. Was dauert denn da so lange? Wir müssen ackern. Sehr schön. Wunderbar. Ah, Energieknoten. Sehr geil. Und, aha, alles klar, da wird es wahrscheinlich liegen haben. Schutzschalter. Lichter aus... Was haben wir denn noch? Lebenserhaltung. Die würde ich mal einfach anlassen. Die südliche Betankungsstation. Ich denke mal. Wir putten lights out und machen die Betankungsstation. Ein Markerschütterner Alarm. Heißt nichts Gutes. Niemals nicht. Ach du, scheiße. Du's da. Ach komm, ey. Schön. Du's da macht es jetzt nicht besser. Was? Er lebt noch. Der Rumpf lebt noch. Spinne. Nein. Sag mir bitte nicht, dass... Tatsächlich gibt es ja einen Gegnertypen, den du nicht töten kannst. Ich hoffe nicht, dass der Rumpf jetzt ist. Ich glaube, der wäre anders... Der wäre anders vorgestellt worden. Innerhalb des Games. Alter, was ist das denn? Ohne Spocken. Und Glaser. Okay. Das ist ein Nervenfremde Musik, ey. Come on, come on. Ich höre sie doch schon. Manchmal verarsch ich diese Spiel auch ganz mies. Ganz mies. So, jetzt haben wir noch eine Kiste. Tja, fragt der Dirigent einfach mal sein Orchester. Was sind denn bei den Streichern die fiesesten Töne, die haben? Die spielen wir jetzt einfach mal. Zwei Minuten lang. Okay. Ich tanke den in den Trieb. So. So, jetzt machen wir es hier. Geben wir uns woanders hin. Okay. So, Berlin. Oh! Wasser nach, Wasser nach. So, 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 so. Links rechts. Okay, rechts lang. Okay. Okay. So, 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 so. So, 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 so. Ich höre von ihm ständig nur beilig, beilig, beilig. Ich sehe aber auch hier Himmel nicht groß irgendwie als Leistungsträger glänzen, also sorry. So, nicht heute. Nein, so ein scheiß Infektor ist da drin. Es lebte noch, es lebte natürlich noch, ist ja klar, wundervoll. Okay, so und jetzt geht es da lang zur Zentrifuge. Oh, das klingt nach schweren Musik. Jetzt habe ich inzwischen halt mal kurz mal nachladen. Geil aus. So, Ripper klingen. Was ist denn hier? Kaffeekocher? Thermobecher? Schönen. Okay. Das ist tatsächlich das Zeitpendant, das Stasependant zum Explosivkanister. Na ja, wenn wir den irgendwo hinschmeißen, wird auf jeden Fall so eine Staseblase freigesetzt irgendwie und alles ist Zeitlupe. Ist tatsächlich ziemlich cool, wenn du es echt mit Gegnerhorden zu tun bekommst, um dir ein bisschen Kontrolle zurück zu erkämpfen. So, okay. Alles klar. Hier haben wir auch noch. Lager für... Freigabe bestätigt. Wollen wir uns stimmen hier, ne? Oder? Alter, man sollte tatsächlich mal wirklich so ein bisschen die Ventilatoren mal warten. Das geht gar nicht. So. Das war's. That's it. Sieht aus, wa? Kann man das Licht ausmachen? Ne. So. Und... Auf geht's. Die wäre die Zentrifuge. Ich muss sagen, man findet erstaunlich, äh, viele Zentrifuge. Credits, was ich... So. Ich würde mal ganz kurz, ähm, meinem Impulsgewehr den letzten Punkt setzen. Weil dann wäre es komplett fertig. Nach leider Zeit. Und ich bin mir sicher, beim Plasma Cutter ist es so, dass wir quasi, sollten wir alle Punkte gesetzt haben, eine Bonus, ein Bonus-Feature noch freischalten. Aber, was wir tun können auf jeden Fall, ist hier jetzt erstmal kurz zu sagen, welche Sache können wir denn beim Plasma Cutter quasi nachsetzen? Wir haben ein Upgrade bekommen. Und wir haben auch keine Knoten. Also könnte ich jetzt im Inventar sind keine... Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wir haben noch, wir haben noch... Wir haben noch ein Upgrade bekommen für den Plasma Cutter. Kann ich... Muss ich das anders nachsetzen? Muss ich das im Menü nachsetzen? Weil das ist tatsächlich ebenfalls neu. Ähm... Wo ist es? Hat er das schon nachgesetzt jetzt? Bin grad irritiert. Wohin war das denn? Ich hab's jetzt nicht verkauft, ne, oder? Nee, verkauft hab ich's nicht. Oder, Chat? Sag mal kurz was. Wenn ich nicht verkauft? Es sah ja so aus wie quasi, ähm, ähm... Magazin für einen Plasma Cutter. Nur in Grau. Ich glaube nicht, dass ich verkauft habe. Kann's mir nicht vorstellen. Hm. Stühle sehen auch nicht besonders bequem aus. So von alleine her. So irgendwie... Muss man mal sagen an der Stelle. Okay. Ah... Hier, kein ganz schlechter... Ganz schlechter Erinnerung dran. So. Okay. Interessant. Wir haben tatsächlich nur... Kann nur 100 Schuss einladen hier. Okay. Dann ist es auch so. Ja. 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 ich bin jetzt ein wurde easy peasy lemon squeezy glaube ich bin voll find auch wirklich sie auch sehr dekontaminiert aus fast poren tief rein möchte ich schon fast sagen schemata von einem midi pack mittel sehr schön falls er mal ein wird dann lass uns kaufen so hier vorne haben wir auch noch was ne doch nicht hat nur geglänzt so ok hier muss man durch würde hier vorne ach so kann man gar nicht weiter laufen gehen wir durch zentrifuge nordkontrolle zentrifuge südkontrolle und nord oder süd nein scheiße ich bin voll das ist nicht so geil der halbleiter muss auf jeden fall mit ach da ist er doch da ist das ding noch ach ne ist das schema da ja dann weg mit dem ripper klingen die klima tatsächlich glaube ich nicht so viel so und hier vorne text weg für vorige nachrichten nicht verfügbar transkript an verfügbaren speicher übermittelt j temple tai jeong bist du da kraftausdruck was dauert da so lange die zentrifuge ist immer noch online wir haben keine zeit mehr c danvers kein ricklingkontakt seit sie weg sind chief sie sind weg nicht wahr j temple aber sie haben aber wir haben sie mit allem bewaffnet was wir hatten sie hätten sich gemeldet wenn es ärger gegeben hätte sie sind etwa in ein kraftausdruck loch gefallen kraftausdruck wir haben eine riesige tektonische ladung am arsch kleben sie nennen was was äh was wenn die gravitationsstrahlen ausschalten was wenn wir die gravitationsstrahlen ausschalten wir lassen die ladung fallen und da kaufen wir uns so mehr zeit j temple ich hab es versucht wenn ich nicht die hälfte der schick der schiffskabel herausreißen will muss ich ein mitglied der cec vorstands das ganze erz abwerfen wir wollten ja nicht dass die kraftausdruck aktionäre wütend werden und ohne die zentrifuge die das schiff ausbalanciert kommt es dann ein paar stunden zum absturz wenn wir so viel glück haben wunderbar und da oben haben wir schon wieder gleiche bild mit dem eventuellen versteck naja wir wollen nochmal speichern hier So und Save it like it's hard Save it like it's hard Das ist ja Steinland aus hier Es blockt Schön Okay, wir haben auch wieder mehrere Stages Schau mal an, schau dich bitte Und dann Komm mal los Wo ist er, wo ist er, ich sehe nicht Wow, Alter Krass, ja durch die Mitte wissen Das er, was er cool macht So und einer ist noch hier, glaube ich Auf jeden Fall hört es sich so an Okay, hier haben wir etwas Was wir mit Chinesen bewegen können Chui? Bist du es? Okay, wahrscheinlich Nein Nein Entschuldigung, das hört sich auch eigentlich Chubaka oder was Das ist doch Fuki Fuki Das sieht ja nicht aus So, haben wir da noch irgendwo Ohlalalala 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 Was ist denn das? Ohl Minipack So, ich müsste natürlich irgendwo eine Stase Station finden Das wäre natürlich cool Erstmal Energie So, da ist der nächste Punkt So, da ist der nächste Punkt Wo sind sie? Wo ist er? Krass Echt gut getarnt Echt gut getarnt Aber nicht gut genug So, wir müssten jetzt hier hoch tatsächlich Und Nein, lassen wir uns da sind Mh, mh, mh Findern wir denn irgendwo etwas zu brauchen Stasieren So, sagt einfach Bescheid Wenn ihr komplett Irgendwie Die Orientierung jetzt Im Dreidimensionen Und einen Raum verloren habt Irgendwie um Atomis zu kotzen Sagt einfach Bescheid Steven, hör bitte auf Mach kurz den Stream aus Und schalte wieder an Irgendwie wenn du wieder Fertig bist da So, okay Das ist nur Sauerstoff Ich würde es euch nicht verübeln Nee, auch nicht Hm, also wird den Krieg ja so Nicht einfach ringeroffelt Hier irgendwie Essenzeit Bis später Du, wenn du Lust hast Irgendwie Ich würde sowieso mal kurz sagen Um 8 Uhr machen wir mal Eine 5 Stunde Pause Ja, oder für alle Irgendwie du kannst jetzt natürlich essen Aber deswegen Äh, äh, ähm Mal so einfach 15 Minuten kurz mal Pause Und dann machen wir weiter So, dann können wir mal kurz hier So, schmüps Fehler Die Fahrstudiert mich Mist Gucken, ob da in dem Pack Dahinten noch was drin ist Ach Ah ne Ich suche meinen Pack Wuuu So, Mist 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 Hier vorne war jetzt keine Star Station, ne Ist auch verschlossen Scheiße Was mach ich denn jetzt? Hm, Mist, 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 Mist Wollen halt nur rumgetönen Stasi pep, oh mani Sock Scheiße Hast du nicht noch eins im Inventar? Check it? Ich glaube nicht Ne Sieht schlecht aus Haben wir nicht Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht So, es wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, wenn ich das jetzt probiere Aber scheinbar lädt sich die Stasi so sukzessiv wieder auf, das ist ganz geil Das ist natürlich ne coole Sache So, dann schieben wir den noch ein bisschen näher ran So Und Einmal Stasi Und dann arretiert den Humpen So So Dann ist das Bedienbaut Aktiviert Personal Bereich für Neustart der Zentrifuge Und Anlass links Zentrifuge aktiviert Gleichgewicht mit tektonischer Ladung wiederherstellen So, dann wollen wir mal Jetzt müssen wir hier nämlich nur tierisch aufpassen irgendwie Weil, ähm Zentrifuge ist wieder online Dann müssen wir jetzt nur noch die Triplacke starten Bereit? Nein Nein, ich schaff's nicht Ah, kacke Damn Mist Schwerelosigkeit war jetzt nicht mehr möglich Ah, so ein Mist, ey Schade So, aber man muss sagen, er hat wirklich einen mehr als fairen Speicherpunkt Oder Checkpoint, was er gesagt Okay, gut Also wir müssen runter Und ich muss irgendwie an dem Ding vorbei So Die Zentrifuge ist wieder online Dann müssen wir jetzt nur noch die Triplacke starten Bereit? Okay, ich muss... Ach du Scheiße, jetzt schaff ich doch noch da auch nicht Okay, gut, hier kann ich mich einmal kurz mich zwischen positionieren Dann war es nämlich die andere Richtung Okay Okay So, komm Für dich hat jetzt keine Zeit Lauf Lauf doch Lauf, Junge Lauf Schwerelosigkeit hört sich ja fast sogar noch geiler an, ey So, okay Sauerstoff So So Weiter Oh Gott, ich bin noch nicht am Ende Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich Sehr schön Nach oben Müssen wir nach oben? Ja, wir müssen nach oben Zünde die Antriebe manuell Oh Wo? So nicht, Freundchen Boah Ich muss jetzt hier wieder raus, ne? Oh Gott, genau So, schön, das haben wir geschafft Wozu sind jetzt die Antriege? Ach, nein Oh, die Köppe da drin, Alter Die Köppe Ekelhaft, Alter Guckt euch das doch mal an Oh, nee, ey Hau ab Boah Schüttelts ein Das Fiese an der Sequenz ist halt einfach, du musst Es gibt halt nur eine Schwachstelle, die du treffen kannst, irgendwie die effektiv ist Und die Steuerung, also die, 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 die Also die Zielen ist invertiert denn Also das, das ist dann auch echt mies So, dann ballerst du dann immer irgendwo quer durch die Pampa Du wirst aber nicht den Punkt, den du treffen kannst So Pass mal grad der Energie, alle klar Haben wir, haben wir, haben wir So, Kontaminations-Sequenz Wieder Ist nicht geil Oh, da lässt er mich so raus Hey, cool, da lässt er mich so raus Das finde ich gut So, warte mal Hier bin ich da rumgelaufen So, die Klinge sind voll Kann ich nicht weiter mitnehmen So, jetzt wäre die Frage, okay, er schickt uns nach da Hier war ich drin, ne Ja, hier war ich drin Das Problem ist tatsächlich, dass das alles, dadurch, dass das alles so gleich aussieht Irgendwie verliere ich sehr schöne Orientierung Innerhalb dieser, dieser Ishimura Und, ähm, kommt ganz auf der Punkt, wo ich jetzt nicht, wie so, fang war ich jetzt schon in dem Raum drin War ich hier noch nicht drin, irgendwie, die Luft um, und, och, ist ja geil, ist ja noch voll der coole Raum Und dann schlägt fest, naja, war ich schon dreimal drin Also, wie gesagt, R-Kanal ist jetzt nicht unbedingt für Pro-Gaming bekannt Wenn ich spiele, wenn Benni spielt schon, irgendwie Aber ich nicht Irrt, mirrt, so Tja Isaac, das Treibstofflager ist entregelt Du kommst jetzt in den Maschinenraum Mhm So, hier könnten wir tatsächlich nochmal kurz an den Shop eingehen Und ein paar Sachen verkaufen So, Schema ingerichtet, alles klar, dankeschön Neuer Gegenstand zum Kauf verfügbar Der Abprallsucher vom Ripper Ach, dann kannst du das Ding wie so ein Ach Gott, wie so ein Ping-Pong losschießen, ey Das ist ja fies Das ist ja fies Impulsgewehr-Upgrade Oh, kinetische Ladeautomatik Bringt dieses Teil zur Werkbank 11.000 Nur für 11.000 Na, das ist doch ein Das mach ich Das mach ich Das mach ich, das kaufe ich So, für ein Halbleiter gibt es 2.000 Okay, komm Verkaufen wir Verkaufen wir Und eine von den kleinen verkaufen wir auch Aber tatsächlich ist es Ja, Gott sei Dank ist es recht moderat Irgendwie vom Gesundheitsverlust her Tja, Energieknoten wäre auch geil, ne? Können wir ja eigentlich kaufen Was haben wir hier Was ist denn das hier drüben eigentlich? Wärmespeicher Bringt dieses Teil zur Werkbank Und Upgrade Für, was ist damit? Ach, das ist das Plasma-Cutter-Upgrade Nice So, noch ein Knoten wird gekauft Dann sind wir erstmal gut ausgerüstet Für die neue Klassenfahrt So, machen wir kurz nochmal ein Save So, und Speichern Zups Da hin? Hier, oh Gott Wo geht es jetzt hier? Ach, ist doch nicht euer Ernst, Alter Schwerelosigkeit aktiviert Mann, das ist einfach nur krass, ey Herrmann, ich habe die Sicherheitsdateien geknackt Sie, Sie war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie Nachdem die Abbauarbeiter einen Arztakt ausgegraben hatten Irgendetwas Außerirdisches Das ist unmöglich Aber es würde erklären, warum der Zugang zu LG 7 verboten ist, oder? Befehl von EarthGov Als die Werkleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord Als hätte man es geplant Warte Der Marker? Okay, Moment Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum Fertig verpackt für die Auslieferung Ich bin so ein Nerd, ey Keine Energie Oh, wir haben keine Energie Aha Das sieht dann plötzlich ganz anders aus Müsstet ihr irgendjemand? So So, okay Können wir hier vorne was machen? Oh krass, der BNR Ach du Scheiße So Wo kriegen wir den Batterie-Clops her? Oh nein, 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 oh nein Hm Da ist mir doch nicht wohlweil Sag mal ganz Ganz Wie das ist Oh Gott So, Schutzschalter Für Luftschleuse Und was haben wir noch schönes? Für Lüfter Ausschalten Ausschalten Luftschleuse 2 Luftschleuse 2 Machen Hup Du Elender Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal offen aus Mann, das sieht so krass aus Zieht euch doch mal bitte nur diese Lichteffekte rein Ey, man muss sich das mal vor Augen halten ey, wir haben vor, ich weiß nicht, vor 30 Jahren haben wir ein Videospiel gehabt, das war so So ein, so ein, so ein Viereck, was zwischen, zwei Rechtecke hin und her jingen und jetzt guckt euch mal das an Mann, schnarrt ich ab Einmal bitte landen Einmal bitte landen Öffnen Schwererlosigkeit deaktiviert Ich weiß nicht, was das noch mit Schießdruck ist Alter Ist aber gar nicht laut hier Ah, ist das eklig, Alter Flammenwerfer Oh, okay, das Flamethrower Mh Schöne Ding So, okay, dann probieren wir nochmal aus Ihr wisst ja, neue Waffen müssen ja sofort erstmal benutzt werden Und auf Tauglichkeit geprüft werden Bitte laut Dankeschön Boah, Alter, jetzt sieht das schon nach Desinfektion aus hier, Alter Mh Auch neu Durchzwängsequenz gab es auch bis jetzt noch nicht bei Dead Space Einfach nö Och, einfach nö Och Gott, die denn noch Mh Ach, du Sch... Och Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Das ist hell, ne? Jetzt zieh sich doch mal einer an diese Sauerei rein, Alter. Das ist doch... Also wirklich. So, hier muss ich mal eins kurz... Tut mir leid, Kumpel. Aber ich glaube, ich hab dir eh an die Fall hingetraut. Oh, ii. Ist das, glaube ich, so eine Fläche, wo er nur so stampfend drüberläuft, wa? Oh, Gott. Okay, wir haben einen Fahrstuhl. Und eine Tür. Und wir müssen in die Tür und natürlich... Wir müssen in den Fahrstuhl und natürlich in die Tür rein. Oh, ein Energieknoten. Nice. Audio-Lock. Ich kann niemanden über Reklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Chinese-Modul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke. Falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth. Damit wir hier runterkommen. Ob er wohl geschafft hat. So, drüben komme ich auch nur mit... Schon wieder mit einer höheren Stufe rein. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Oh, komm. Kann sich ja keiner mit antun, hier, ey. Arme Sau. Was ist das? So, ach, schön. Wir können jetzt natürlich unser Upgrade in das Impulsgewehr bauen. Exactly this one. So, Upgrade-Diagramm erweitert. Neue Spezialfähigkeit. Let's do it. Ah, ich verstehe. Das haben sie cool gemacht. Das ist, das ist ein cooles Feature. Das gefällt mir richtig gut. Schön. Ihr Penner, Alter. Ihr Penner. Ah, so Mist. Jetzt musst du quasi, du musst doppelt Geld aussehen dafür. Das ist, das ist fies irgendwie. Aber jetzt, ah, guck mal. Hier oben können wir tatsächlich schon mal Special 1 eingeben. Die Feuerrate wird deutlich erhöht. Muuuuh. I want it. I want it. Sehr geil. Cool. So, okay. So, wir legen mal wieder raus hier. Hacke-Peter-City. Ach Gott, ist das ekelhaft, Alter. Von hier muss, du musst so fucking krass stinken gehen. Hm, hör auf. Richtig erzählen. So. Cuttern wir mal hin. Ist denn diese Phobie eigentlich, wo du... Wo du so eine Angst vor Löchern hast? Ja, was, 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 was. Wie, 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 wie? Nein, hau ab. Ah, hau ab. Geh weg. Ach. Verdammte Scheiße. Haut ab. Jetzt brauchen wir auch die Flammenwerfer auch nicht mehr raus, glaube ich. Scheiße. Was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt von alleine die Dings hochgezogen? Hat er sich jetzt ein Midi-Pack gegeben? Von alleine? Kumpel, bleib einfach da, wo du bist. Bleib einfach da, wo du bist. Schemata. Für die Ripper-Klingen. Okay, jetzt können wir Ripper-Klingen bauen. Schön. Und nochmal Ripper-Klingen. Nee, können wir nicht. Alles klar, kommt wieder raus. Und haut es in die Lüfte im Schicht ab. Ist jetzt weniger effektiv, als ich dachte. Und hier kann ich noch nie mal rennen. Oh Gott, Alter. Das gibt's doch alles nicht. So, wir müssen ja zum Aufzug. So, können wir hier noch? Ist da oben? Warte mal, liegt da noch was? Jawohl, liegt da noch was. Give it to me. Credits. Und es geht immer weiter. Oh Gott, das ist ja ne tolle Luft hier. Oh no, 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 no. Ach. Ja, genau. Oh, Trypophobie. Uah. Ekelhaft. Dieser Rippscht. Ich stehe auf der Pulsivär. Okay. Okay, damit ist jetzt der Raum frei. Jetzt aber. Okay, Schluss. Wo geht's jetzt da lang? Okay, wir müssen da nach dem Boot, das wahrscheinlich nur wieder ein kleiner Vorratsraum sein. Ah. Mit ganz viel Hackepeter drin ist das egal, Alter. Na, wird's. Gott. Ja, aber das ist ja, das ist ja nur Gnadenschuss irgendwie, kann man ja sagen. Irgendwie das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon kein Töten mehr. So, hier vorne. Nein, Alter. Ist ein bisschen blöde, dass da herangezogene Sachen, na. Oh nein. Das hat die tatsächlich, äh, so wekhaut. So. Haben wir noch irgendwas dahinter? Das versteckt man ja auch immer ganz gerne. Leider nicht. Schade. Ah. 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 Da muss ne kleiner Gena kommen. Guckt euch da mal. Ah. Starzapack. Dave. Ich habe Trypophobie und das ganz übel. Echt? Oh, du arme Sau, Alter. Das ist, das ist ja echt nicht schön. Ich habe es nicht zu beneiden. Und das ist ja... Ist das richtig krass ausgeprägt bei dir? Wahrscheinlich kommen wir da jetzt erstmal noch nicht hin. Maschinenraum. Party, mein Farkas. Erlockt. Boom, Alter. Hier kommst du Boom. Radio Not. Sobald ich ungewöhnliche Löcher sehe, stehen die Haare zu Werde. Mir wird schlechter, wenn ich fange mich überwägt. Echt heftig. Einfach krass. Nein! Nein! Alter, guck uns doch mal, wie sehen wir denn schon wieder aus? Ey, das darf doch nicht wahrsehen. Sind hier Putze im Nachfilm. Ist doch fürchterlich. Brennstoff. Oh, ich bin voll. Schade. Schade, schade, schade. Warnung. Stromauswahl im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Klar. Klar. Kein Ding mehr. So. Nehmen wir noch mit. Schemata. Oh nein, ich bin voll, ey. So, ich könnte tatsächlich mal einfach sagen, ich benutze so ja das Stase-Pack. Dann wird es halt nicht verschwendet. Halbleiter habe ich zum Verkaufen. Die Schematast, die Schematast kann ich tatsächlich nicht wegschmeißen irgendwie, weil die sind wirklich wichtig. Stromauswahl im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Dort vorne vielleicht. So. Okay. Scheinbar müssen wir jetzt erstmal irgendetwas aktivieren dafür. Bevor wir den Hebel ziehen können. Plasma-Cutter. Energie. Oh, Energiezelle. Sehr geil. Vielen Dank, liebes Spiel. Kann man doch sagen. Vielen Dank, liebes Universum. Warnung. Stromauswahl im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Also ich bin der Meinung, diese Sequenz hier als sehr, 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 sehr übel abgespeichert zu haben. Ich weiß aber nicht mehr genau, was passiert. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber ich weiß, dass es übel war. Und wenn ich einfach sehe, wie viel von diesen Explosive-Fäßen hier rumsteht. Ich sag, es ist doch wirklich übel. Da wird mal übel. Ah, okay. Hier brauchen wir die Batterie. Da oben haben wir hier eine. Nehmen wir die. Aber... Stromauswahl im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Oh shit. Jetzt kurz mal nachladen. So, ein bisschen strategisch zurechtlegen. Blindenbombs. Blindenbombs. Scheiße. Kontakt Mann! Kontakt! Laut, laut, laut! Okay. So, hier haben wir noch ein paar Klinge. Die nehmen wir. Wimpies. Das ist ein Flammenwerfer. Treibstoff ist natürlich auch ganz geil. Für alle Eventualitäten. So, hier haben wir noch ein Case. Machen wir auf. Creditos. So, ich hab das ein oder andere Mal mich schon mal ein bisschen negativ darüber geäußert. Aber da drin ist scheiße hier im Spiel. Nachttippen musst irgendwie ist immer ein bisschen kacke. Also für mich ist das halt schwierig in einer Umsetzung. Wenn man so mit dem Klingfinger mal so nachttippen muss. Heul auch auf ganz hohem Niveau. Was anderes ist es nämlich tatsächlich nicht. Es ist wirklich gerade richtig heul auf hohem Niveau. Das Spiel ist nämlich einfach ansonsten einfach der totale. Das ist ja so, das ist erst mal meine Meinung. So. Okay. Ausgaben. Bitte zur Not bestätigen. So. Dann komm ich schon hoch. Kann ich hier jetzt schon noch irgendwas irgendwie? Nee, kann ich nicht. Na, Alter. Das sieht doch schon so nach vielen Funktionen aus. Kannst du hier rein? Das ist dein Arbeitsplatz hier unten, Alter. Du stehst hier unter so einer Schattenfahrt. So einer Turbine. Also ich, nee. Würde ich nicht holen. So, okay. Zack. So. 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 Es wird noch fachgelöscht zersperrt. Ich werde jetzt werden natürlich mit ihm um. Da kann man ja vorne nochmal speichern. Ich versuche den Kurs anzupassen. Ich weiß nicht mehr. Hallo, da kannst du dich einmachen. Ich öffne die Brückenstation. Wir treffen uns dort und arbeiten zusammen. Mario, grüß dich. Junge, du sitzt jetzt wirklich seit 9 Uhr an dem Game? Ja. Ja, seit 9 Uhr. Und ich bin schon in Kapitel 3. Nein, bin ich nicht. Tatsächlich war weltweiter Release erst ab 17 Uhr. Um 9 Uhr haben wir was an der Hulk San Nuya gespielt. Tatsächlich. Ich wollte um 9 Uhr spielen, aber wir haben jetzt festgestellt... Was zum fuck? Als wir die tolle Weltkarte sahen mit den Release-Daten. Und um 17 Uhr kam es raus und so, ich möchte mal sagen, so ab 17.15 Uhr konnten wir spielen. Und seitdem schnell sind wir uns hier durch. So, und jetzt kommt die Szene, bei der mir Benni erzählt hat, dass die wohl wahrscheinlich nachgefixt worden ist. Im Gegensatz zum... Ach nee, doch nicht. Doch nicht. Zu viel versprochen, oder? Kann sein. Ich glaube, die ist nämlich gefixt worden, laut Benni. Die war nämlich im... Ja, ich sag mal im Originalspiel... Ja... Nennen wir es mal vorsichtig. Etwas unfair. So, schwupp. Ich hatte es total verrafft. Dachte an 21 Uhr. Alter, keiner hat von 21 Uhr gesprochen, Mario. Wie kommst du denn darauf? Ich bin hier! Nicole! Ich bin hier! Nicole! Ich bin hier! Nicole! Na, bitte nicht platzen! Schatze! Ist er gepatzt? Ja, ist er. Verrecke! Verrecke! Weil normale Leute nicht um 9 Uhr anfangen zu zocken. Doch, ich schon. Weil ich hab mir extra Urlaub genommen. Hat Feuerwehr gebracht. Oh Gott. So dark. Also, ich verstehe gar nicht. Was steht denn bitte gegen 9 Uhr zocken, Alter? Was ist denn los? Mario. Das kenne ich aber ganz andere Töne von dir. Mein Freund. Okay. Hier geht's lang. Kehre zur Monorail-Station zu. Okay, gut. Let's go back. So. Martin, ich weiß nicht, falls du das vorhin nicht mitgekriegt hast. Irgendwie mit der Monorail-Station ist es jetzt so irgendwie, dass du nicht mehr einfach automatisch von Station und damit von Level zu Level fährst. Sondern irgendwie, du kannst dich jetzt frei entscheiden, wo du dich hinbewegst. Ja? Ja? Auch sehr krass. So, dadurch wird das Backtracking einfach mal apokalyptisch. Hahaha. So. Ja, dafür war das Spiel heute Morgen echt schön. Ja, warte. Irgendwie. Wir haben Hellblades da nur Sacrifice gespielt. Und, äh. Oha. Okay. Alle klar. Wollen wir zur Abbaustation? Da können wir hin. Oder? So, nochmal kurz. Ja, schön, dass man es lesen kann. Aber scheinbar müssen wir zur Brücke. Brücke. Na denn? Brücke. Energie. No! Sanue verpasst. Mario, keine Angst, du verpasst das nicht irgendwie. Ich werde es im Stream spielen, aber es wird definitiv auf YouTube kommen. Keine Angst. Kommt. Martin, auch für dich. Geile Game. Irgendwie. Wenn du nicht, wirst du wahrscheinlich schon kennen, glaube ich. Irgendwie. Äh. Hellblades da nur der Sacrifice. Geiles Ding. Nordische Mythologie angehaucht. Irgendwie. Mega Dark gemacht. Sehr, sehr cool. Hauptheldin ist ne. Äh. Ist ne schizophrene Kelten. Krass. Ist richtig krass. So. Einmal die Fragenkontrolle. Bitte. Isaac? Ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Nicht jetzt. Der Ishimura Hammond oder den Marker? Du meinst dieses Artefakt? Hör auf uns zu verarschen. Die CEC wusste die ganze Zeit von dem Marker, nicht wahr? Deshalb bist du doch hier. Der Konzern nutzt die Ishimura nicht für illegalen Abbau. Aber außerirdische Technologie? Ja. Das passt. Und wir verlusten mit Teams. Wie passt der zu dieser Theorie? Hey Schluss mit dem Scheiß. Wir sind mitten im Trümmerfeld. Wir holen das AAS zusammen zurück oder es ist vorbei. Treffen wir uns in der Captains Kabine. Daniels? Schön. Aber ich werde die Schiffsberichte prüfen. Ich will antworten. Oh, starker Abgang. Ja, ich glaube die allerwichtigste Neuerung in diesem Spiel ist, dass Isaac Clarke jetzt eine Quasisch-Truppe ist. Irgendwie er redet relativ viel irgendwie. Treff Hammond in der Kabine. Im Gegensatz zum Originaltitel. Wo er einfach nur von sich jemert. Und hier ein kleines Schnatter Else. Ich kann auch wirklich jedem empfehlen, dass über Kopfhörer sich jetzt hier zugelegen ist. Alter, was ist denn hier los, bitte? Äh, als wenn ich so gucke, als wenn ich die Zeit bringe, ey. Scheiße, wartet der Zeit so ein Infektor? Oh Gott. Oh Gott. Das Tor brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich denke mal, das ist der einzige Weg. Das ist der Weg. Oh, ich glaube, ich ging eine Weile auf... Was, was, was? Ich glaube, ich ging noch eine Weile an Death Stranding. Ja, ist aber okay, Alter. Ist aber okay. Ich finde das auch geil. Irgendwie. Oh. Donalytic. Na, schön. An der Stelle irgendwie mal... Mal einen Tipp. Irgendwie gebt euch mal wirklich das Let's Play von Martin Kezichi, wenn er Death Stranding spielt. Das ist so geil. So genial. Irgendwie. Du siehst halt wirklich Martin, wie er halt natürlich so ist. Irgendwie immer locker einen Spruch auf der Lippe. Wie er hier den DHL-Boten spielt. Irgendwie. Einfach mal checken. Irgendwie auch mal in seine Sendung. Morgenlatte reingucken irgendwie. Mit seiner Frau Liz. Mit Scar Redfield. Nee, Scar Redfield ist ja auch geil, Alter. Ähm. Ja. Na. Seine Frau Liz. Einfach mal reingucken. Die Morgenlatte mit Martin. Und wenn er zockt mit Death Stranding. Kann ich den ganzen empfehlen. Irgendwie ist mega chillig. Und du musst immer lachen. Ich erinnere mich tatsächlich nochmal an das letzte Ding. Irgendwie muss ich leider noch kurz zum Besten nehmen. Martin. Habe ich äh. Beim China-Mann bestellt. Kann man glaube ich so jetzt auch nicht mehr sagen. Wie ich habe Asiatisch das Essen bestellt. Und äh. Martin hat irgendeine Scheiße gemacht. Und ich musste so lachen. Irgendwie hatte noch so krass den Reis in der Nase. Irgendwie bei dem Let's Play. Was ich denn danach hatte. Irgendwie das war so krass. Scar Redfield. Na ja. Süße. Name reserviert. Hahaha. So. Da kommt ein Dicker jetzt. Ja. Ich kann mich unter dran ein. So. Warte mal. Guck mal ganz kurz wo wir hin müssen. So. Okay. Wir müssen nach unten. Achso. Warte mal. Hier hinten war noch eine Tür. Die rummaß doch schnell. So. Und der Globe. Hier kommt auch wieder ein neuer Gegnertyp. Und zwar diese Explosivknilchis. Irgendwie so ein Explosivsack mit sich schleppen. Hashtag ab 18. Ein Explosivsack. Wie schön. Helmondo. Scheiße. Hast du mich erschreckt. Nein, nein. Behalte das Gewehr in Reichweite. Beifahrt Gas, Martin. Beifahrt Gas. Was ist das? Der, der mich angegriffen hat. Ich konnte ihn hier einsperren. Ich stecke keine Warte. Sein Gesicht. Würde ich mir das schreiben. Das ist Chan? Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Krass, mit wie wir herkommen sind. Wer? Chan! Ich sollte. Ach, was sagt. Benni, sag mal, kannst du mal nen Shoutout an Martin geben? Er hat uns Kapsel 47 gestartet. Ich kenn ihn schon seit Jahren. Und Johnson auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Das wissen wir noch nicht. Wir kriegen das hin, Hammond. Für Sie. Wer? Na los. Die AS-Kanone. Ich kann diese Position eine Beine halten. Wir werden keine Asteroiden mehr einschlagen. Wir werden tatsächlich nicht so richtig mit dem Aussehen von ihm warm gebrauchen. Und wie er sieht, wie sie auch nicht. Ich... Ich... Ich weiß nicht. Wie findet ihr das? Wie findet ihr das aussehen von... Die Muten. Ja. Die Stromzufolge mal AS-Klark. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Fühlt man sich gleich direkt angesprochen. Isaac. Was Daniels gesagt hat. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Du kannst mir eine Menge anziehen. Herr Hammond. Ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CEC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht. Aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du befolgst da bloß Befehle. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CEC gefunden. Ich erweiter deine Freigabe. Deine hast du schon erweitert? Ja. Für alle Fälle. Ja. Oh nochmal ein ganz großer Dank an dich. Erstmal nochmal für den Raid heute wieder. Sehr geil von dir. Ich habe da oben was gereicht. Rackers. Etwas Großes. Möge deine Schmiede ewig. Ich weiß nicht. So. Ja wie gesagt. Ich finde halt. Isaac Clarke ist halt. Ich weiß nicht. Ich fand ein Feuer cooler tatsächlich irgendwie. So. Was müssen wir machen. Trifft Armando. Und wir haben jetzt Sicherheitsfreigabe 2. Wunderbar. Aktiviere die Aufzüge. So hier vorne haben wir noch was. Hexlo. Eckarts Freigabe. Exekutiv Ermächtigung. Empfänger CEC Geschäftsführer Warren Eckart. Autorisiert von Captain B. Matthias. Dieser Rick Code gewertet dem Empfänger Warren Eckart. Und der Sicherheitsabteilung ausreaktivieren. Ich versuche gerade was zu lesen. Kurzen Moment bitte. Kurzen Moment. Einmal seine Ruhe haben. Bis zum Widerruf durch Captain B. Matthias den Leitenden Zugriff an Bord der SG Ishimura. Bitte sichern sie ihren Rick und gewähren sie anderen keinen Zugang zu den gesperrten Bereichen. Für alle Mitarbeiter müssen gesonderte Codes eingeholt werden. Kommentar. Wir wünschten. Wie gewünscht. Herr Geschäftsführer. Ordnern sei die Priesen. Ordnern be prized. Muss ich mir mal merken. Wie gewünscht Herr Geschäftsführer. Hahahaha. Hahahaha. Das gefällt mir. So. Schön. Wenn wir die Kanone nicht reparieren, werde ich bald in den Trümmer heute fliegen. Ja. Keine Ahnung. Vorherige Nachricht. Betreff. Aufschub. Benjamin. So, so. Mein. Bester. Nach unserem letzten Gespräch gebe ich schriftlich zu Protokoll, dass wir den Marker erst in ein oder zwei Tagen vom Planeten heraufholen sollten. Sie wissen, wie gerne ich den Marker untersuchen würde und ich verstehe die Dringlichkeit angesichts der Ereignisse auf der Kolonie. Aber genau das ist mein Argument. Was da unten passiert, ist einfach zu ungewöhnlich, um jetzt unüberlegt zu handeln. Wir brauchen Zeit, um die Ursache und Auswirkungen zu studieren. Gehst du? Ich bereite mich vor. Geht das auch unterwegs? Wir hast Heroin warten recht. Studieren. Nach Rücksprache mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Schiarello und Dr. Welland auf dem Planet treffen. Ihre Beobachtungen über einen bestimmten Patienten können von unschätzbarem Wert sein, um zu verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Terrence Hill. So, konnte man hier jetzt noch irgendwas? Oh, Besatzungsbrick. Ah, schön. Nice. Warnung. Mehrere Sicherheitsprotokolle sind fehlerhaft. Einige Bereiche sind möglicherweise unzugänglich. Ich hab's hohen Windows-Abteilungen. Erwerb von Rick-Berechtigungen für die Abteilung und Kompilierung der Master-Sicherheitsüberbrückung an dieser Konsole. Sieht aus wie ein Weichei, frisch rasiert. Achso, du redest jetzt... Halt mich zurück, Freunde! Du redest von Isaac Clark. Ja klar, der sieht ein bisschen... Naja, er sieht... Ich weiß nicht. Ich könnte auch so ein... Hallo, ich bin Sören. Ich weiß nicht. Isaac Clark, der sah halt so abgehalftert aus und ein bisschen fettig auch mit den Nerven und ich weiß nicht. Hat mir ein bisschen besser gefallen. Okay. Gut. Aber das ist doch nur meine Meinung irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wartet jetzt halt. Wo ist nochmal zu dir? Hemondo? Oder kein Kraus? Setz doch mal den Helm wieder auf. Ein Kevin halt. Ja, könnte auch ein Kevin sein. Kev Kev. Hehehe. So. Hallo, ich bin Stefan, der Neue. So. Alles klar. Und wieder zurück. Zum Hauptarzt. Essen war gut. Oh, 257. Was gab's denn lecker? So. Ich denke mal gegen Neue, ne? Ich hab kurz vor 8 Uhr schon gesagt, ich hab mal gegen Neue weg mal eine 15-minütige Pause machen. Irgendwie. Mal kurz, ne? Dass wir uns alle mal wieder einen frischen Kaffee holen können, etc. etc. Übrigens könnt ihr euch unten da die Kanalpunkte holt euch mal ein paar Käffchen ab. Nicht vergessen. Okay. Die Erebeeraufzüge. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst, Martin. Ai, 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 ai. Ganz klasse Schnitzel mit Porch, du Scheiße. Okay. Da ist der Dicke. Ja? Oh. Ah, aber der Dicke hat eine Schwachstelle. Da komm ich hinter ihm. Ist aber blöd. Der Penner. Das Mienmann, Alter. Au, lass mich. Hau ab. Scheiße, Rick ist leer. Mist. Schieß doch mal. Zerlegt, Alter. Hm. Und der hat einen Knotenbeier. Das ist natürlich ganz cool. Zwei Schuss noch. Zwei Schuss noch. Da bekommen wir jetzt auch mal Univate im Biomarkt, Alter. So, okay. Gut. Gott sei Dank haben wir noch ein paar andere Waffen bei. Nehmen wir noch mal den Plasmia-Catua. So. Dafür haben wir noch ein bisschen Munition bei. Ah. Schön Schnitzel mit Pommes. Aber feine, Alter. Hm. So. So. Oh Mann, Alter. Atriumaufzüge sind jetzt online. Es wurde aufgezeichnet, Tochter. Das ist Morderei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen. Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Matthias für dienstuntauglich. Der ist ja schon tot, ne? Da ist ja Senderik geholt. Du bist nicht du selbst. Du machst Snickers. Ja. Und so ist dann nämlich die Storm, Alter. Mein Gott, er ist... Sie... Er ist zufällig mit dem Kopf in den Nadel gefallen. Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du... Du hast den Käpt'n getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht. Er werden mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security! Ich glaube, das war Mörser, ne? Doktor Mörser. Irgendwie hatte ich den Großen auch in Erinnerung. Ja, 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 absolut. Irgendwie. Ich hatte irgendwie tatsächlich eher so einen anderen in Erinnerung. Aber... Wie gerade auf den Fahrstuhl zulief, irgendwie fiel ich mir ein, was du meinst mit der Dicke. Nicht geil. Nicht geil, Alter. So, okay. Mit dem geht's jetzt so runter. Und ich find die Art und Weise, wie er läuft, ein bisschen komisch. Irgendwie ist es halt so primatenmäßig. Irgendwie so zu sehr nach vorne gebeugt. Oh! Ach du Scheiße. Kann ich mir jetzt auch so hinholen? Na, das ist ja toll. Das ist ja schau. Auch das haben sie erneuert. Tatsächlich ist es so ein bisschen mehr... Ich sag mal, so ein Hauch Open Word Charakter wird eingezogen jetzt in Dead Space. Ne? Oh! Andere Seite. Hello? Okay, wir sind so auf der richtigen Etage oder folgen wir ja? Das ist schön. So! I only save for Dave. So! Accept. Wo? Mmh! Mmh! Das ist... Komm, unerwartet Karle! Moment! Wart haben wir da? Hello! Rubin Halbleiter! Den nehmen wir mit. So, Lagerraum. Da träume ich nicht, ich will nicht wieder zurück. Kannst du verjessen. So, Leute, schnappt mich nicht. Wunderbar. Schön. Die Energieknoten kommt immer geil. Ich finde das wirklich cool mit der Werkbank, wie die das gemacht haben, dass du die Upgrades quasi nach und nach erst kaufen kannst. Ist zwar, wie gesagt, ein bisschen arschig, weil du halt tatsächlich dadurch noch mehr Geld ausgibst. Irgendwie. Vorher waren die Upgrades alle freigeschaltet. Aber macht es noch ein bisschen abwechselnd. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hin trittst. Pass auf, wo du hin trittst, Alter. Ist ja irgendwie fahrvorsichtig. Oh, was haben wir hier? Das Laserkanone. Die Energie für die Laserkanone. Das ist natürlich auch ganz geil. Tatsächlich. Und hier haben wir die Laserkanone. Ich bin voll, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Die Laserkanone. Da gab es so viele Sachen bei. Genutzen. Entfernen. So, okay. Ich kann jetzt aber leider auch nur die Laserkanone aufnehmen. Leider nicht die Energie dafür. Tatsächlich habe ich noch nie mit der Laserkanone geschossen. Noch nie. Irgendwie. Tatsächlich mal ein bisschen gespann, wenn die Laser abgeht. mit der Tierkriege liegt aus. So, und hat sich auch mal der Nebenabstich ja gerund. Na, so. Achso, ist der Lippsgabend. Achso, hier bin ich jetzt natürlich voll. Gut, ich würde tatsächlich gerne mal die erstmal ausprobieren. Und dazu packen wir die mal einfach ausrüsten. Und zwar, wir nehmen dafür weg die Rüpperklingen. Und packen mal die Ballermann dahin. So. So, okay. Schwere Energieprojektor. Der einen kontinuierlichen tödlichen Strahl aussendet. Laser. So, sekundär war Falk schon nicht mehr gelesen. Lassen wir uns überraschen. Hohohohohohoho. Na Hallöchen. Die macht aber auch Spaß. Schön. Was ist mit euch? Warum hängt die hier so rum? Das ist aber auch blöd. Weil Puls-Puletide-Port auf jeden Fall. Heißt also. So, ich kauhe jetzt mal tatsächlich hier dieses... Den jetzt nicht mal weg. Sauerstoff wird komplett überbewertet. Braucht doch keine Sau. So. Nun geht das ab hier. Ja, absolut. Was ist denn jetzt los? Nein, hat er dich jetzt wieder aufgenommen? Ich hab halt wieder aufgenommen. Die blick aber auch nicht. Und nochmal. So. Okay, ich glaube, da sollte ich nicht reintreten. Na, die clean. Wie viel verballert der mir da vorne irgendwie? Tatsächlich jetzt sagen wir es nur den wirklichen Überblick und... Ah, der kann auch hier eine neue aufnehmen. Warum? So. Wort können wir du. Abbausektor. Oder ASS-Kanone. Wahrscheinlich... Okay, die ist verschlossen noch. Ich hab' ein Update. Energie aus dem Netz der Abbauverwaltung umgeleitet. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen. Leute, die ist irgendwie aus dem Abbauverwaltung. Ja, aber das Problem ist, die ist abgeschlossen. Ist das... Ist doch jetzt, glaube ich, nicht zielführend, oder? Freundchen. Überleg doch mal mal Jan schnell hier. Ist aber cool, dass die wenigstens immer noch Kohle bei haben. Aber ja, nein, der Infektor da vorne ist scheiße. Hoch dich. Burn, motherfuckin. Burn. Weiß ich nicht. Hab der Paket? Habt der andere gehabt? Gut, gehen wir mal wieder raus. Ich finde es nur komisch irgendwie, dass tatsächlich die ASS-Kanone noch irgendwie verschlossen ist. Und wir eigentlich Soja-Kind dazu hätten. Aber hey, komm, lass uns mal schauen. Backraus, ja. So, wie sieht's aus? Wie viel... Zwei Schuss noch. Mal schauen, wie lange die halten. Oh, das ist ein finster Arm. Einfach fies. Mit? Wie? War da einer? Ist jetzt hier grad so ein Infektor lang gelaufen? Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Poppinsch weg. So, das ist doch die Etage. Äh... Ja, Leute, was ist denn bisher so eure Lieblings-Kanone irgendwie? Wie schön wir glänzen. Oh, das ist doch gut. Das sind die aus Plastik. Wieder steht mit dem Rücken dazu. Ist das geil. Credits. Wird die eher so die Close-Combat-Typen irgendwie? So mit Flammenwerfer und Ripper-Klinge? Muss das Blutboy fließen? Oder kannst du jetzt schön von weiter weg sein? Hm? Also, ich lese, Benny ist eher so der Nahkampf-Typ. Irgendwie, er mag er die an ein bisschen persönlich. Ja, bei mir ist das tatsächlich ja eher ein bisschen so der Distanz-Kampf. Pausenraum. Ach, schön. Habt ihr hier eine Seance abgehalten? Oder den Pausenraum? Das wird sehr öffnet sich weg im Betriebsrad stecken. Schweine. Ey, Mann, nein. Alter, das darf doch nicht wahr sein, Leute. Warum? Eine Aufnahme? Hm. Muss wohl dieser Marker sein, den Sie gefunden haben. Ich wusste es. Dieser Marker. Er ist das Symbol der Unitology-Kirche. Weißt du nicht, dass du gläubig bist, Isaac? Meine Mutter war es. Aber wenn sie das auf einem anderen Planeten gefunden haben, was bedeutet das? Dass Unitology recht hat. Unitology ist Schwachsinn. Vergiss es. Tja, was heißt das, ne? Das kann's und Minions nach vorne schicken. Ach, diese Bilder, Alter. So ein Ballast. Banana! Schön, schön. Vereint werden wir aufsteigen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur Betrug? Von Carrie von Otkin. Wenn sie in den letzten 200 Jahren auf dem Mars gelebt haben, haben sie vielleicht noch nichts der am schnellsten wachsenden religiösen Bewegung der Geschichte mitbekommen. Unitology hat Millionen von Anhängern, zählt mächtigen Firmen, Chefs und Amtsträger zu ihren Mitgliedern, besitzt Aktien von multinationalen Unternehmen im Wert von 78 Milliarden Dollar und ist im Besitz von zwei der größten Finanzierungsinstitute der Welt. Die GPSG, Financial and Unitas Energy Investments, wochtet die super locker von der Zunge? Von ihren Anfängen als Personenkult hat sich Unitology zu einer angesehenen und etablierten Religion entwickelt. Die meisten Menschen kennen die Grundprinzipien. Vor 200 Jahren deckte Michael Ortman, ein angesehener Geophysiker, die seiner Meinung nach größte Vertuschung auf, die je von der Erdregion betrieben wurde. Die Entdeckung eines Artefakts oder Markers. Das zweifelsfrei bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Ortman als Spinner, aber seine Behauptungen trafen den Nerv einiger Menschen. Und sein mysteriöser Tod. Kurz darauf schürte das Interesse. Es folgten zivile Unruhen und Forderungen nach Maßnahmen. Die Unitologen glaubten, dass der Marker einen Code enthielt, den Schlüssel zum ewigen Leben durch Wiedergeburt und Aufstieg in den Himmel. Spoiler-Alarm. Man muss erst sterben. Ach, shit. Sie sagten, dass die Regierung den Marker irgendwo versteckt hält und seine Geheimnisse für sich behält. Im gesamten Weltraum preisen die Unitologen, Ordnens, Märtyrer tot und warten auf den Tag, an dem Gott kommt und sie in ihr neues Leben nach dem Tod zu holen. Das klingt alles ziemlich harmlos, aber wie bei jeder Sekte gibt es auch hier eine dunkle Seite. Die Unitarier haben in der Kirche einen Rang. Niemand spricht jemals darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens drei Ränge über den durchschnittlichen Gläubigen oder Eingeweihten gibt. Mit dem neuen Rang wird den Anhängern mehr von Aufbau und der Forschung der Kirche offenbart. In diesen Rängen werden durch ein einfaches Kriterium erreicht, indem man der Kirche Geld oder Macht spendet. Finden Sie das schon schlimm? Die Kirche verlangt von ihren Mitgliedern auch, dass sie ihren Körper nach dem Tod spenden. Aber warum? Was machen Sie damit? Das will niemand sagen. Und Versuche, in den inneren Kreis einzudringen, sind gescheitert. Und angesichts des Nachdrucks, den Sie auf Verwandlung und Wiedergeburt legen, würde uns die Antwort vielleicht auch nicht gefallen. Selbst, wenn Sie sie uns verraten würden. Ein Gerücht, das sich ebenfalls hartnäckig hält, besagt, die Kirche finanziere ein geheimes Schiffbauprogramm. Weil die behaupten, die Flotte bereits gesehen zu haben. Es wurden nie Beweise vorgelegt, aber diese Mausoleumsschiffe sind trotz ihrer enormen Größe Fortsetzung, Seite 94. Ach, schön. Schön. Ja, da haben wir nur einen Oldman. Und dem geht es quasi in dem Buch Dead Space Märtyrer. So, jetzt bin ich hier aber immer noch nicht weiter, so eine verdammte Axt, ey. Mist. So ein Halbleiter ist schon eine geile Kiste. Ja, müssen wir an den Sauren abgeweisen. Das ist jetzt... It's hard. But we have to do this. So. Wo ist man denn hier? Nein, da muss noch einer rein. Können wir da hin? So, man kann auch erfreut feststellen, dass ich hier noch nicht so viel Euro Paletten gesehen habe. Benni, drop it. Drop the Epal. So, okay. Hier geht es lang. Oh, Mutter. Okay, Brennstoff. Das heißt nichts Gutes. Okay. Hm, knusprig. Okay. Heißt also für uns nicht reintreten, wenn die Dinger an sind. Uh! Uh! Was? Oh Mann. Mann, ich kriege hier die Haare. So, was ist die? Okay. Okay. Ich höre doch den Loot. Wo ist er? Ah, hier vorne. Brennstoff. Oh, der Träger. Wo ist er? 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 Hm. Einmal doppelt gebacken, bitte. Super, haben wir. Und hier vorne. Oh, shit. Eieieieiei. Moment. Mal. 1500 Credits. Die geben wir uns natürlich. Oh, ach, tschuss nur noch. Ich komme jetzt leider natürlich so ein bisschen mit der... Mit dem Impulse wäre so ein bisschen wie ich aus der Pusche. So, schnell rüber. Und hier brauchen wir Stars. Okay. Was brauchen wir denn jetzt hier wieder Stars? Also, ich finde es halt wirklich auch echt stark, irgendwie, dass sie die Levels so abgeändert haben, dass sie halt wirklich nicht so hundertprozentig immer wieder zu erkennen sind. Also, da habe ich mich so geboten. Ja, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, nee, mit dem Plasmakater, Alter. Das ist doch diese. Haha, für dich hat es erreicht. Du Wurst. Nochmal so ein dicker, Alter. Geh weg. Aber da konnte ich mich jetzt tatsächlich nicht daran erinnern, dass der hier nochmal kurz her lag. Ach, was ist das denn? Ich hoffe, das waren nur Kabel. Und nicht irgendwie irgendwas anderes noch. So, Credits, 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 Kreditos. Ja, okay, alles klar. Das ist ein Kabel. Rippakling. So, die muss ich wahrscheinlich... Na, okay, gut. Da muss man wahrscheinlich einmal mit Starseine geben, irgendwie. Und dann werde ich aber vorher nochmal schnell mich aufladen. Hallo, gibst du mal bitte den dicken Kadaver aus dem Weg. So. Rennen doch bitte. Dankeschön. So, okay, das ist klar. Dann ziehen wir mal hin. Und... Gibt ihn. Oh, oh, oh. Okay, und... Die zweite Sicherung, die ich verschlossen habe, ist an der ASS dran. Okay, ich sehe eine Energieumleitung von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge. Das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das AAS. Alter, der ganze Bumsladen fällt ja durcheinander irgendwie oder auseinander. Und ja, oh, der Bums ist nicht stabil, das Netz. Pass auf. Oh Mann, Alter. Oh, 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 oh. Oh, Kunde, Alter. Der hat mich ja gerade gekriegt hier. Okay, scheinbar sind jetzt auch die ganzen Elektrofelder offline. Das ist... Gott sei Dank. Heißt aber auch, wenn mir jetzt welche entgegenkommen, die werden jetzt hier nicht weggebrutzelt. Oh, komm her. Zwei Kisten. So. Und, muss ich oben ein bisschen erschrocken? So, zack. Wadabem. So, Blutbefleckt. Warum bewegst du dich da vorne? Guck mal bitte her. What? What? Warum? Der hat... Das hört sich so an, als würde er sich automatisch heilen, irgendwie. Isaac, ich habe die medizinischen Berichte der Ishimura geknackt. Das ist wie in einem verdammten Horrorfilm. Diese Dinger wandeln totes Gewebe um. Einige von ihnen infizieren Leichen. Die anderen... Machen mehr Leichen zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich auf. Okay, der kleine Punkt lief uns immer tatsächlich einen kleinen Tipp, wo wir hin müssen. Also Leute, ich muss sagen, ich bin total Flash von dem Spiel. Es ist mega geil. Es ist wirklich mega geil. Ich finde es richtig gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. könnte sich tatsächlich kurz noch mal ein bisschen mehr umsehen tatsächlich ob hier siehst du sicherheitseinfrage abgerufen sicherheitsdienst bitte melden es wurde geändert wir werden angegriffen wir haben den großteil der besatzung getötet zum teufel ist die vincent wir brauchen so man kann ja hier nicht so ein schönes gebiet komplett unappetitiert zurücklassen das geht ja nicht ok er ist grün kann ich auf ihn schießen ich habe auf der brücke nach dir gesucht aber die ist komplett im arsch ich verziehe mich falls das was es verursacht hat wiederkommt ach du das auch das verwaltungspersonal ist wohl zum abbaudeck zu den anderen überlebenden aufgebrochen ich werde auch dort hingehen wenn du nicht dort bist finde ich eine möglichkeit dich zu kontaktieren versprochen ich hoffe so shit no ach fett ja So. Boom, Richard, boom. So. Was ist denn los hier? Alter. Es ist ja bei ihm. Gute Nacht angesagt, Freundchen. Ja, der Flammenwerfer ist halt wirklich echt geil, so für kleine Sachen, aber als so irgendwie ein großer Gegner, da ist der irgendwie nicht so geil. Muss ich sagen. Schon fast nützlos. Nee, ich hab tatsächlich, Benni fragt gerade, ob ich den Sekundär schon ausprobiert habe, habe ich den tatsächlich noch nicht. Was der wohl kann? Was macht ein Flammenwerfer als Sekundärangriff? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich jetzt mal interessieren. Was denkt ihr, was passiert? So, einen Schutzschalter haben wir hier. Warte mal, erstmal muss ich mal gucken, müssen wir überhaupt da durch? Nee, okay, klar, wir müssen nachher. Was ist denn los? Warum habe ich hier nicht an? Aha, so. Nun. Und das war Nummer 3, 4, ASS Kanone. Ich habe ein krasser Motherfucker, genau zu, genau so mache ich es. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott, ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nope. So, Benni, mach doch mal kurze Abstimmung. Äh, frei nach dem Motto irgendwie, was wird die Sekundärwaffe des Flammenwerfers sein? Hallo, Kondition, du musst du mich aufstehen. Kalibriere drei Kanonen. So. Wie geht's? Hallo? Oh Mann. Sind es echt nicht geil? Und wie das jetzt, also diese Halbleiter, dafür kriegst du tatsächlich richtig Kohle, irgendwie. Und die jetzt, die... Mittlere Ingenieursrick. Ja, okay, also ich muss definitiv im Verbrauch schmeißen. Ja, auf jeden Fall. Ripper Kling raus. Und... Er ist noch voll. Und auch raus. Schau, alles, schau ich es jetzt, jo. Halbleiter. Und... Schemata. Das ist aber ärgerlich, Alter. Das ist aber ärgerlich. So. Schnell nachlangen. Hm? 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 Also, ich... Für mich ist... Für mein Verständnis her sind das alle Kühlkörper, oder? Und doch Kühlkörper, oder? Ich ziel auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn, und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Do it. Sicherheitsanfrage abgerufen. Ich habe jemanden über rooftet. Ich habe nicht genug Angst, oder? Ja. Und ich bin nehm. Und ich habe ich ganz schön. Ich bin nehm. Ich habe nicht genug Angst. Und ich habe nicht mehr Angst. Und ich habe aber... Ich bin... Ich bin... Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Schick? Diese fanatischen Unithologen? Eckert hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie EG7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja, Sie sollten das. Nein, du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Oh krass. Luftschleuse einfach aufgemacht. So, zack. So, wenn ich mich recht entsinne, kommen wir jetzt an den großen Ballermann. Weiß für den Vakuum. Schwere Losigkeit aktiviert. Höhenintiker. Äh, was ist denn das nur, Alter? Das kenne ich jetzt tatsächlich auch nicht. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. So, hier mal kurz schnuffeln. Die Leitsysteme. So, okay. Und dann müssen wir... Oh, was? Kleiner Scheißer. So, entschuldige bitte, was soll ich hier tun? So, hier ist irgendetwas. Kann ich hier diese... Ah, okay. Alles klar. So, kann man... Nee, kann man nicht. Das ist tatsächlich wahrscheinlich... Ah, los. Zählsystem wird synchronisiert. Halten. Okay. Interessant. Ich halte das Ding nochmal fest. Das ist dann... Warum macht das nicht? Das zu irgen, zu kalibrieren, zerstören. Kalte linke Maustaste. Strike ausrufen. What the hell? Warte mal kurz. Ich muss mal hier... Ich muss mal kurz hier in meinen Arsch drauflegen. So, auf die Brocken. Naja, nee. Tatsächlich reicht es, glaube ich, schon irgendwie, dass ich die Eimer aktiviert habe. Irgendwie, weil der Zielleser ist jetzt blau. Und die anderen sind noch rot. So, würde ich das mal jetzt kurz interpretieren. Zählsystem wird synchronisiert. So. Ich muss wahrscheinlich erstmal alle blau schalten. Und danach geht ja bloß hier die Baller los. Wui. Zählsystem wird synchronisiert. So. Okay, jetzt schalten die anderen aber wieder auf rot. Achtung. Höhlenintegrität erreicht kritischen Wert. Ah, verstehe, okay, alles klar, das ist ja interessant, so, das heißt, warum schießen wir ja nicht? Achso, weil ich eh drücken muss, die Körnerumpel. Alter, komm aber, komm aber, es ist da ja rein hier, ey, du. Oh, krass. Hey, vielleicht nicht so rumdudeln, au, au, ein Ding auf die Mütze gekriegt hier. So, schnell aufgeschnuffelt und der nächste bitte. Was natürlich vollkommen recht hier hat, Benni. So, wurde synchronisiert und jetzt ballern los. Oh, natürlich muss er da. Nice. So, das Zielsystem wird synchronisiert. Warnung, Höllenintegrität kritisch. Aufbauen werden beeinträchtigt. Auf. So, 100%. Datenmigration abgeschlossen. AAS neu kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Cool. Das haben sie natürlich im Gegensatz zum Vor... Das war das, was Benni vorhin meinte. Nämlich. Oder was ich halt vorhin meinte. Was Benni sagte. Dass die diese Spielepassage halt ein bisschen cooler gestaltet haben. Weil sonst hast du jetzt an der Kanone gesessen und hast quasi selbst Meteoriten so weggeballert. Irgendwie. Ist ein bisschen style jetzt, muss ich sagen. Irgendwie finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuumes. So und safen wir mal. Weiter geht's. So, kehre zur Kabine des Kapitons zurück. Isaac, Hammond. Ich habe eine Übertragung abgefangen. Köln Station. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brown. Sie sind auch älter aus als original für mich. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole. Ich gehe zur Krankenstation. Äh, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weisst du etwas, dass wir nicht wissen? Ich weiss eine Menge, was ihr nicht wisst. Ohne Ausweg. Fertig. Kapitel 5. Loyal bis. Hä? Moment mal. Moment mal. Asrat Hoba. Wird super. Vielen Dank. So. Schubeldiwupp. Schubeldiwupp. So. Hier waren ja... Hier war noch die Hälfte unserer Sachen drin. Ey. Ich bräuchte jetzt wirklich mal echt irgendwie einen Shop, wo ich mal die ganzen Sachen, die ich jetzt hier auf Tasche habe, verkaufe. Hm. Hm. Ist mir das so lang. Hm. Oh, gar nicht. Die. Oh, die hasse ich. Hm. Die sind richtig widerlich. Tatsächlich so ein Necromorph, der aus lauter Einzelteilen besteht irgendwie. Und sich auch, wenn er will, irgendwie einfach in diese wieder zurückfallen lässt. Irgendwie. Und alle jagen dich. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Ich möchte schon mal einfach kalte Rückrunde. Kal... Ganz kalte Rückrunde. Nein. Ich ziehe doch nicht sicher. Hallo. Ich will denen hier viel Dich hohen. Die sind limiting der Rückrunde. von unserer Katrin, wir schiep... Okay. Kehre zur Krankenstation zurück. Goddamn. Ah, ein Shop. Wie geil. Können wir hier noch an? Grün. Was nehmen wir? Wunderbar. So, dann werden wir ein paar Sachen mal verkaufen jetzt hier. Schema, Eingereicht, Gegenstand. Brennstoff für Flammenwerfer. Und der mittlere Ingenieurs. Die mittlere Ingenieurs-Rick. Die gönnen wir uns jetzt hoffentlich mal gleich. Und Supersymmetrie-Strahl. Geliertes Hydrazin. Ich habe schon viel, viel Gutes von gehört. So. Okay, also. Halbleiter verkaufen. So, Halbleiter. Ich bin Rubinen verkaufen. 10.000 ist natürlich ein super Preis, den wir dafür kriegen. 2.000. Kleinvieh macht auch Mist. So, und tatsächlich würde ich jetzt den Ripper ins Lager verschieben. Damit er uns hier keinen Platz wegnimmt. Genauso wie ein Midi-Pack. Okay. So, wir haben 32.000. Wir könnten uns, und das würde ich tatsächlich eigentlich präferieren, dass wir jetzt sagen, irgendwie, wir holen uns jetzt Stufe 3 von der Rick. Diesmal. Stufe 20. Bis zum Beispiel. Okay. 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 Wie geht's das? Wie gesagt, alles schon mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Power hier sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich schade. Okay. Und ja, tatsächlich ist natürlich so ein Energieknoten nicht verkehrt. Für 1200 könnte ich auch ein paar davon holen. Im Besitz haben wir 100. Ja, dann hätte ich 250, wenn ich das jetzt... Aber das ist... Nee. Dann doch lieber sagen, hey, komm. Energieknoten. Sie sind halt einfach wichtiger. Sie sind halt einfach wichtiger. So. Okay. So, bums, bums. Sind wir jetzt schneller damit? Mit der RIG? Mal kurz mal. Ähm. Okay. Die Station geht noch da. Er kommt mir jetzt ein bisschen schneller auf. Er ist übertäuschtet. Wie seht ihr das? Ist aber schön duster hier. Bei der Monorail. So, Krankenstation. Auf geht's. Nächster Halt, Krankenstation. Schemielabor zurückverfolgen. Halt. Hast du die Chemielabor gesagt? Ich, ich, ich kann dich kaum hören. Scheiße. Ich will nicht. Okay. Chemielabor klingt nicht gut. Ganz und ja nicht gut. Ach, nur eine Wirbelsäule. Das geht ja. So, hier haben wir uns ja schön erfolgreich durchgebombt durch das Ding. Was ist denn jetzt? Die Tür zur Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Ein Überlebender. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist die Call Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Nun, Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich Sie hinführen? Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche Sie selbst. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich dürfe mich gleich um Sie. Nehmen Sie Platz, Alter. Was los? So, okay. So, ganz kurz mal. Ich muss mal ganz... Ich habe so ein Knarzen hier auf den Kopf hören. Ich weiß jetzt nicht. Ne, ist tatsächlich ingame. Okay. Alles klar, Kumpel? Was ist das? Oh Gott. Ich habe voll so die Tüte über den Kopf gezogen, ey. Äh, was für ein Penner. Ach, komm mal auf, ey. Ich würde mal sagen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das finde ich auch, ist ein ganz unangenehmer Gegnertyp. Irgendwie, weil du den, wenn du den blöd triffst, echt mega schwer runterkriegst, irgendwie. Ne, und der spuckt dir immer diese kleinen Kapseln hin. Und wenn da so ein Tentakel rauskommt, kriegst du jedes Mal, aber wirklich jedes Mal eine Rakete rein, Alter. Also halt so ein, so ein, so ein, so ein biologisches Geschoss, ne, mach mal so irgendwie. Und so, und so ein Shit. So, okay, wir müssen nach oben. Dann lassen wir es nach oben. Das hat sich natürlich halt dieser Organismus hier auch schon ausgebreitet, ey. Ich habe zeigen, dass das eine Eker, das ist der Scheiße. Schöne Kettenkette. Genau. Wo, wie, was, was? Und alle? Echt jetzt, Alter? Moment mal. Gibt es sogar, was? Was, 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 was? Na, schau mal einer an. Kriege ich jetzt hier wirklich noch Probleme mit der Munition für den Plasma-Cutter? Hätte ich ja im Leben nicht erwartet. So, okay. Okay. Oh, leider muss ich schon wieder los. Oh, ich bin gerade eigentlich nur noch von unterwegs. Mach's gut. Bis Montag. Oh, Jojo, echt. Schade. Mach's gut. Hat ein schönes Wochenende. Danke, dass du reingeschaut hast. Ach so, du bist wahrscheinlich wieder Kinder. So. Ich mache mich nicht vorbei, oder was? Doch, jetzt. Scheiße. Ich dachte tatsächlich, dass das so eine Explosivstelle ist. Ist es aber leider nicht. So, okay. Gib Schub. So, okay. Jetzt wollen wir gut in die Tür rein. Okay, kein Feind kam dazu. Das ist schon mal gut. Hier bitte keine Lebensmittel. Okay, Audio-Roll. Ich habe ein Protokoll abgerufen. So. Ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis. Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Freigabe bestätigt. Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten. Und die Schiebe schief wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Okay, nice. Kalkulierte Risiken. Logbuch der Krankenstation. Proband 9 ist ein junger Mann. Er testet mein Maßmittel zu dieser Regeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde. Aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Wer ist das? Zum Aufräumen. Wer ist das? Wer ist das? Zum letzten Mal. Holen Sie ein Notfallteam her. Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Okay. Logbuch der Krankenstation. Dr. B. Wobbeck. Leitender Psychologe. Behandlung mit sensorischer Deprivation. Die Anzahl der Diagnosen wächst und wächst. Schlaflähmungen, Halluzinationen, Albträume, Paranoia. Ich bekomme Patienten von überall auf dem Schiff. Die Umweltanalyse, die Nahrungsmittel und die Strahlungswerte lassen keine Ursache erkennen. Ich muss zugeben, ich bin ratlos. Mercer sagt, er und King arbeiten an einer Hypothese. Also behandle ich in der Zwischenzeit die Symptome. Die sensorische Deprivationsbehandlung in den Siro-G-Therapie-Kapseln bringen eine gewisse Besserung. Aber die Anzahl der Patienten, die wir behandeln, macht mir Sorgen. Die Systeme sind alt und müssen überholt werden. Bei so vielen aktiven Kapseln besteht ein großes Risiko, wenn es dort unten einen schweren Stromausfall gibt. Aber nichts anderes scheint zu helfen. Ich nehme an, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich gehe lieber ein kleines kalkulierbares Risiko ein, als das Dutzende von Minenarbeitern und Ingenieuren an den schweren Maschinen-Schalen entnehmen. Okay. Zero-G. So, mal eine kurze Frage. Habt ihr jetzt auch so nerven mit Knistern auf den Ohren? Muss ich mal kurz fragen in den Chat. Okay. Oder liegt es jetzt tatsächlich bloß an meinen Kopfhörern gerade? Ich gebe mal bitte ganz kurz mal ein Feedback, weil ich überlege kurz, ob ich mal aus dem Spiel rausspringe und wieder reingehe. Nee. Okay, dann liegt es wirklich echt an meinen Kopfhörern. Ach, Menno. Ich höre nichts. Okay, gut, wenn es für euch okay ist, dann ist es ja in Ordnung. Und dann habe nur ich das kleine Problem und damit ist das alles kein Problem. Ich höre ein bisschen statisches Rauschen. Okay. Tatsächlich habe ich so ein Knistern auf den Ohren. Klingt so ein bisschen so wie... ...als wenn ein Bass-Signal übermittelt wird irgendwie und die Boxen spielen nicht mehr mit. So, so ein bisschen. So, warte mal. Ja, soll ich jetzt... Ich will mal trotzdem kurz hier drin, weil ich denke, dass man für... natürlich hoffe, dass ich hier ein paar coole Sachen finde. So. Schemata. Strahl-Munition, okay. Oh, schön. Wunderbar. Knuch neu gefunden. Nice. Nice. Super. Okay, gut. Also, er wollte, dass ich rausgehe und gehen wir erstmal kurz raus. Wahrscheinlich müssen wir hier sowieso nochmal nachher rein, irgendwie. Aber... Die Null gab mich rein. Let's go and down. Ah, schön kachelt. Wunderbar. Hier vorne haben wir auch wieder Energieknoten. Wunderbar. Da müssen wir ein bisschen was zerkloppen. Chemie-Labor. Müssen wir da auch hin? Ja. Müssen wir tatsächlich hin. Was ist hier? Diagnostik. Will gehen. Jetzt hier mal reinschauen. Das ist groß... Ja, das ist ein richtig großer Baum. Okay, alles klar. Dann erstmal hier rein. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brands. Schepsweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ah, ein Trick. Krass. Du! Krass... Dr. Chalice, Merson, sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nahe. Vielleicht ist ihr tot. Das Zünglein an der Waage? So, der ist nämlich das Problem. Ich nehme mich nicht down. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Ich nehme mich an. Komm Junge, lauf! Lauf! Wohin? 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 Ah, das darf doch nicht wahr sein! Nein! So, das Problem, den krieg ich halt nicht getötet. Das heißt, der steht ab einer gewissen Zeit immer wieder auf und verfolgt mich. Der tolle Typ. Es war ein Trick von einem verdammten Onythologen, Dr. Nasser. Er hat die Station verregelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Es muss das von Nasser sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in deinem Büro manuell aufheben. Ja, ja, ja. Mach auf! Oh Mann, nicht so geil, nicht so geil. Da ist er. Oh, Dicke. So, okay, alles klar. So, habt ihr sehen, irgendwo ist so ein Block zu holen? So, okay, alles klar. Da muss der Block hin. Was ist denn jetzt nochmal diese blöde Batterie gewesen? Oh, schnell, 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 schnell! Oh, schnell, schnell, schnell! Beeilung, Mann! Los! Oh Gott! Oh! Alle sind fehlerhaft. System wird neu gestautet. Bitte warten. Wer ist da? Oh Gott, Moment, ich kann helfen. Nichts mehr. Retten Sie die Hydrostation. Hier sterben alle. Die Luft ist gift, aber es ist noch Zeit. Ihr Entzüge funktioniert nicht. Sie braucht nur flüssigen Stickstoff. Retten Sie uns. Wie? 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 Ein bisschen... Schmutzel, kurz mal. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergistet den Sauerstoff auf der Hydrostation. Wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren... Wir können es wohl reparieren. Er sucht nur nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogenik-Labor müsste welcher sein. Okay. Sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mache dir den Weg ins Kryo frei. Dankeschön. Türprotokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Oh, ich muss jetzt wieder durch. Toxischer Gefahr, wie ihr fliegt. Hilfe nicht. Ach, das ist scheiße. Das ist echt scheiße, irgendwie, aber... Ach, scheiße. Das ist auch noch so dicker, ey. Oh, Mann. Mann, Junge, Junge. Wechseln durch die Flammenwerfer ging jetzt gerade auch nicht, tatsächlich. So, Sekundärwaffe. Okay, schießt so einen kleinen Feuer-Drop ab. Irgendwie. Das ist ganz geil. Mann, Alter, jetzt ist es hier aber... Komm, gib schon. Huchtig, huchtig. Okay, dann ist er wahrscheinlich durch. Ja, Gott sei Dank, nimm mal so gar kein Damage, irgendwie. Ah, nein, 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 das ist aber böse hier. Das ist aber nicht so gut. Und die Überträger-Variante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Inplantation des Materials direkt ins Gehirn führt zur optimalen Erdichtung. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden, direkt über den Adela. Was ist denn hier, ne? Keine Sauber, ist anstehend. Mann, das ist aber auch ein Käse hier, du. Toxische Gefahr beseitigt. Okay, das wird besser. Mercer hat das Gas von der Hydrostation auf reingepumpt. Wenn die Luft schon so schlecht ist... Ich brauche einen schnelleren Weg zum Kryogenik-Labor. Ich öffne die andere Tür vom Chemielabor. Von da aus kommst du direkt hin. Ah, stoppe das Gift-Gas. Kann ich noch ganz kurz hier irgendwas... Habe ich was, was ich verkaufen kann? So, okay, alles klar. Wir haben das Schema abgeliefert. Stein, Kanonen. Ach nee, ich will ja nicht kaufen. Ah, 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 okay. Ähm. Jawohl, schön. Das wird verkauft. 10.000 auch, perfekt. Die Strahlenwaffe. Ich bin tatsächlich kein Freund der Strahlenwaffe irgendwie. Verkaufen. So, okay. Verkaufen wir. 20.000. Es ist unheimlich wichtig, dass wir so viel wie möglich Energieknoten kaufen. Aber natürlich auch die Erdons kaufen hier. Die sind natürlich auch recht wichtig. Wärmespeicher. Wip-Wire, genau. Für den Plasma-Kater. Für den Ripper. Flammenwerfer. Und die Sacken. So. Okay, wohin müssen wir jetzt? Hier hin. Und da kommen wir alle. Mann, Alter. So, wenn alle Stricke jetzt irgendwann mal reißen, muss ich tatsächlich halt wirklich auf diesen Chinesekampf übergehen irgendwie, dass ich halt tatsächlich sehr viel mit den Körperteilen der Necromorphs arbeite. Arbeite klingt übel. Weil auf Dauer wird das natürlich hier ein bisschen knallt langsam irgendwie. Hätte ich echt gar nicht gedacht. So nachher so eine... Das läuft doch den gleichen Weg jetzt hier wieder zurück. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ah. Okay, wieder da durch. Ah, fuck. Das ist nämlich auch schon. Das Problem ist halt, dieser unbesiegbare Necro verfolgt mich tatsächlich über die Schachte. Sch... Ach, über die Schachte. Ja. Super, Steven. Willkommen bei Bayon's Thief. Hier wird allerbestes Deutsch gesprochen. Verfolgt mich über die Lüftungsschächte und kommt dann irgendwann da raus. Wenn ich zu lange in einem Raum bin, sagt er dann einfach Hallo. Echt jetzt? Ach komm, das war es nicht. Aber hat er nicht hier Hellzeit? Nö. Okay. So. Ah, okay. Alles klar. Hat er hier noch irgendwas in dieser... Kammer drin gehabt? Nee. Wäre natürlich schön gewesen. Aber nein. Alter nicht. So. Okay. Da können wir nicht drin. Brauchen wir wahrscheinlich erstmal von Hammond wieder eine Karte. Mit der Stufe 3. Das ist also ein Pack. Die. No. Go. Und einen Schranktiersicherheitsstufe 3. Okay. Okay, alles klar. Nicht so geil hier. Ist das mal nebisch? Oh. Okay, alles klar. Ja. Ich bin zumindest kein verdammter Mörder. Apropos Höflichkeit. Hatte ich es Ihnen zu verdammten, dass die Triebwerke der Kimura repariert wurden. Scheiße. Ja, wenn ich netter bin. Weil ich sehr nett bin. Und wahrhaft göttlich. Selbst sie verhindert keine Konvergenz, die durch die gesamte Bevölkerung der Erde ausgelöst wird. Wenn Sie die Dinge auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Nur für die Ungläubigen. Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Dieser Größenwahnsinn ist scheiße. Ja. Pro Leben. Und da ist unser Dicker wieder. Oh. 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 So. Mal gucken, ob ich es schaffe. Oh. Ich bin so lange abgebrochen. Oh. 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 Also nicht sicher. Oh. 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 Sehr schön. Spargel hat noch was drin. Mercer ist weg. Er will die Kreaturen zur Erde bringen, Kendra. Du musst die Kabine des Käpt'ns versiegeln und Hammond warnen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich sie nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay, versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Kendra ist, äh, mega cool. Tatsächlich eine gute Anymik, muss ich sagen. Fällt mir gut. So, okay. Jetzt sind wir vor uns hier noch mehr rauskommen. Es ist Zeit. Nennen wir es heute Gewebeprobe. Und Mercers persönlichen Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Vielleicht kann ich es herausfinden. Und auch was Mercer vorhatte. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Skaner in der Nähe sein. Isaac, die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Okay. So, und? Aufmachen bitte. So, okay. Hier vorne. Was ist da durch? Ich komme in den Raum, komme ich hier nicht rein, ne? Das ist ein ominöser Serverraum hier. Ja, sieht irgendwie so komisch aus. Gehen wir da schon rein. So! Okay. Einmal die Sicherung durchgedremmelt. Okay. Man sieht, Isaac beginnt auch langsam durchzudrehen, um Dinge zu sehen, die nicht da sind. So, let's go to the Monorail. So, und wir müssen zum Hangar. Shoot that Monorail-Steuerung. Ich muss sagen, der Jäger ist auf jeden Fall immer ein krasser Stressfaktor für mich gewesen in diesem Spiel. Weil Gegner, die du halt auf Dauer nicht töten kannst, irgendwie ist wie Nemesis zum Beispiel in Resident Evil 3. Okay. Einfach nervig. Einfach nervig und munitionszehrend. Um es mal vorsichtig auszudrücken. So, okay. Alles klar. Da geht's. Achso. Wollt ihr mal gucken? Irgendwie, eine Kiste sah ja immer so ein bisschen so aus, ne? Na. Aber daneben lag ja Locker. Schade. Kein Schatz. Kein Schatz für uns. Badezimmer. Hier lag aber bestimmt schon drin, ne? Ja, hier lag schon. Des öfteren. Genau. So. Um. 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 Einem. Um. Was ist das? Was ist das? Das ist lächerlich. Ich reiche Beschwerde ein. Aegis 7 benötigt dringend Hilfe. Was könnte etwas frisches Obst schon anrichten? Was ist das? 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 Ah, schön. Die Mono ist quasi zugänglich gemacht. Das ist natürlich auch gut. Sehr schön. Sehr schön. Das ist wirklich vertrauenserweckend an hier, diese Tür. Mann, 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 Mann. Alles klar. Das ist ein ganz schreckliches Verbesserungssystem. Da muss man definitiv jemanden ein bisschen nachjustieren. Das ist ja, Hannes. Das ist ja, Hannes. Das ist ja, Hannes. Das ist ja, Hannes. Das ist ja. Irgendwie auseinandersetzt ist. Ich muss es versuchen. So, okay. Tomatos. Margo, Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Hier war ein Schopf. Okay. So, gehen wir jetzt mal hier in den Fluss von Hohen. Die Züme werden sintetisiert. Die Enzymsynthese wird eingeleitet. Enzymsynthese abgeschlossen. Vorsicht, nicht einnehmen. Hat es geklappt? Ja, ich habe das Enzym. Es wurde so verändert, dass es etwas Großes verarbeiten kann. Sie wollten wohl töten, was da im Lebensmittellager ist. Hoffen wir, dass es funktioniert. Okay. So, dann haben wir jetzt also quasi eine Art Gegenmittel hergestellt. Oder haben tatsächlich einfach nur analysiert, was es ist. Das Enzym haben wir quasi synthetisiert. Aus dieser Probe von IMEGA. Nein, 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 nein. Gehen Sie zurück. Das Lebensmittellager ist versperrt. Und selbst wenn würde der Leviathan Sie töten? Sie sind Elisabeth Cross, oder? Dieser Leviathan. Verseucht er die Luft? Die Luft. Mein Team. Er hat alles zerstört. Ich habe ein spezielles Enzym entwickelt, um ihn zu töten. Ich brauchte nur flüssigen Stickstoff, um die Synthese zu vollenden. Aber von der Krankenstation kam keiner zurück. Hier ist etwas von dem Enzym. Oh mein Gott. Wie? Hören Sie, wir müssen es in den Leviathan injizieren. Das Lebensmittellager ist versperrt, aber es gibt einen anderen Weg. Einen riskanten. Riskanter als zu ersticken? Mein Team. Es wurde... ...verändert. Sie sind mit dem Leviathan verbunden und atmen seine Gifte aus. Aber diese Verbindung ist beidseitig. Okay. Wenn ich hier den erreiche und das injiziere... Das Erzeuger direkt ins Herz des Leviathans transportiert. Finden Sie die... ...Korrecher. Beenden Sie ihr Leid. Und wenn der Leviathan beschwicht ist, schließen wir den Mistkerl ins Meil. Das ist doch ein Plan. So machen wir das. Okay. Alter Zugang zum Lebensmittellager. Die Korrecher. Na dann suchen wir mal die Korrecher. So, schöner. Schöner Name für einen Gegnertypen. So, zu bestem Ton wahrscheinlich, ne? Muss man sagen. Jetzt. Okay. Auf geht's. Das muss man scheinbar hier drin. Oh. So. Upsi. Mission für die Energiewaffe. Was haben wir hier noch? Credits. Wunderbar. Waffenupgrade. Na ja, Rapper. Schade. Das ist noch ein Schaudi. Oh, ne Bank. Wunderbar. Bank ist wunderbar. Dann können wir erstmal ein paar Sachen hier zwischendetieren. Also bitte. Holla, holla. Ein paar Sachen in die Bank integrieren irgendwie. Und damit unsere Waffen ein wenig wieder aufbringen. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Sehr schön. So. Lass uns doch mal bei dem Anzug mal gucken. Luft. Luftenergie. Wir haben neun Knoten. Das ist natürlich schon mal eine ganze Menge. So. Chinese Reichweite. Ist auch nicht schlecht irgendwie. Was haben wir da? Stars Energie. Okay. Machen wir ein bisschen mehr auf Richtung Stars Energie. Weil, ich sag mal, TP ist natürlich auch ne geile Sache. Aber tatsächlich haben wir mit TP erstmal gerade gar keine Probleme. Irgendwie finde ich persönlich. Da würde ich erstmal lieber hier nochmal eine Stars Energie nehmen. Luft. Nehmen wir noch immer Luft. Guck mal kurz. Das können wir noch machen. Bei dem Ripper. So, hier mal noch nachladen. Okay. Mal nachladen. Die Geschwindigkeitsschaden können wir noch immer nehmen. Das ist ganz gut. Und dann müssten wir natürlich hier nochmal die weiteren Updates kaufen. Der Plasma Cutter. Vielleicht sollte man auch halt mal gucken, dass man mit dem Plasma Cutter ein bisschen vorwärtskommt. Aber man gibt natürlich sehr breitflächig irgendwie die Knoten dann für die Waffen aus. Kapazität, Nachladen, Schaden, Kapazität, Kapazität, Special. Was ist denn das Special? Schade, dass man mit Special nicht Patronen Pack, Wreck. Special 2. Keine Benachtung hat. Achso. Ah, okay. Das muss erstmal in den ersten setzen. So. Okay, alles klar. Ein bisschen Kapazität hochgezogen. Und ein bisschen mehr Damage. Das ist, glaube ich, für den Plasma Cutter auch nicht verkehrt. Weil wir finden halt sehr viel Munition für den Plasma Cutter. Echt, Alter. Ein Punkt Kapazität ist ein Schuss mehr. Ach, je, das ist aber unfair. Das ist aber unfair. So. Vorbei. Okay. Ein Schuss mehr. Dann müssen wir jetzt ein bisschen fixen. Okay. Explosives Schuss. Schauen wir mal, was jetzt hinzukommt. So, was ich jetzt schon mal sehr cool finde. Irgendwie früher auf der Playstation war es halt so, dass du halt kein Objekt im Chineser halten konntest, während du irgendwelche Sachen geöffnet hast. Türen, etc. Pipapo. Gegen alles. So. Jetzt geht's. Finde ich gut. Nochmal ein ganz großer Pluspunkt. Und es geht. Spucken, aber ganz schnell. Angepinnt. So, aber ein sehr präzises Abtrennen der Gliedmaßen sorgt. Für einen schnellen. Für schnelle Befriedung hier im Areal. Alles klar. So. Ich sag mal, sobald du immer noch ein bisschen Distanz hast irgendwie und dich ein bisschen zurückziehen, also zurückfallen lassen kannst und einfach ein bisschen mehr Ruhe in den Kampf drin bringst, wird's auch nicht so hektisch irgendwie. Du verbrauchst dann nicht so viel Munition. Und das Problem ist halt wirklich nur, wenn's halt zu eng wird. Weil dann neige ich dazu halt einfach wie so Beklopter, mich rumzuballern irgendwie. Da ist ja nicht mehr ein 4 mit Aim. Alter, was sind denn denn für Kabel, ey? Boah. Wer soll denn stricken? Das ist aber ne Hegelung. So, okay. Wo geht's denn weiter? So, okay. Dann geht's weiter. Ein infizierter Kräucher. Da drin, okay. So, Machen wir das mal. So, Captain Lunge. Boah, direkt mal in den Nacken rein. Ah, Luft wird gleich besser. Oh, ist das alles eklig, Alter. Ist das alles eklig. Silenzio, mein Freund. Silenzio, mein Freund. So, okay. Okay. Und dann auch zum nächsten Käucher. Ich glaube, 4 Stück sind's, wa? Hab ich jetzt hier wirklich die ganze Zeit Feinkontakt immer, jedes Mal irgendwo rauskomme? Das ist auch nicht so cool. Warum hör' ich hier Affen? Ich hab' gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Isaac Clarke, Systemmechaniker. Mechaniker. Haben Sie Jacob Temple gesehen? Nein. Aber ich suche auch nach jemandem. Dr. Nicole Brannon. Dr. Brannon? Sie hilft auch Menschen, die Unitology verlassen wollen. Ja, meine Mutter zum Beispiel. Vertrafen wir uns. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die Unitologen hier mochten es nicht, wenn jemand sie in Frage stellt. Und seit dem Tod des Käpt'n sind sie durchgedreht. Ja, dann mag wahrscheinlich keine Sektion so richtig, wenn man nach vorne stellt. So, Plasma. Munition. Wunderbar. Hier vorne oben. Oh, es ist ja noch zwei. Na gut. Da muss man lange. Toxische Befahre registriert. Klospritzerin. Toxische Befahre sei dicht. Das ist was, ich nicht, Alter. Ehrlich. Textlog. Bericht aus dem Chemielabor Dr. E-Cross von Prof. H. Jägerwald betrefft organisches Wachstum. Elisabeth. Wie gewünscht habe ich die neuesten Testergebnisse für das organische Wachstum, das wir auf dem Schiff beobachtet haben, beigefügt. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber wir müssen eine gemeinsame Studie mit Dr. Hobel durchführen. Diese Substanz ist absolut faszinierend. Angesichts der Vorliebe für totes Gewebe dachte ich zuerst, es handelt sich um eine Art Pilz. Aber die Zellen ähneln am ehesten Bakterien mit viralen Eigenschaften. Dieser Organismus infiziert andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und vermehrt sich durch Agamogenese. Agamogenese. Aber das ist ja im Detail, ich kann noch nie gehört. Agamogenese. Die Geschwindigkeit, mit der es wächst, ist unglaublich. Eines dieser Bakterien vermehrt sich in nur einer Minute um das Zwanzigfache. Deshalb können wir, glaube ich, auch keinen konkreten Entstehungsort ausfindig machen. Es schien einfach gleichzeitig an mehreren Stellen des Schiffs aufzutreten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will meinen Ruf nicht aufs Spiel setzen, aber ich glaube, es könnte eine echte außerirdische Lebensform sein. Professor Hallway vermutet, dass es sich um einen Lebensraumtransformator handelt. Die Gasentladung ist enorm, deshalb berichtet es auch so, achso, deswegen riecht es auch so übel. Aber welchen Zweck dient es, wissen wir einfach nicht. Welche Organismen könnten in Symbiose mit ihm existieren? Gibt es sie da draußen? Könnten sie sogar erfindungsfähig sein? Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Ja, ich weiß eher noch, was Agar- 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 Mogenese ist, irgendwie. Ich weiß, was soll das sein? So, hier haben wir noch einen guten. Hallo, was haben wir da? Sag mal, hier liegt doch was. Ich sehe es doch. Tausendankt von der Kredits. Nice. Guck. Ich weiß, was war das? Oh, nein. Ich weiß, was war das? oder was? Achso, jetzt wollen wir wahrscheinlich noch wieder, oder was? So, und eine Etage wieder runter. Ui. Ui. Wahrscheinlich hinter uns, genau. Hm, okay, Schutzschalter. So, Tür. Aber auch alle. Hier noch eine Tür. Dschungelambiente. Daher kam also das Affengebohle. Um Dschungelambiente. Nice. Verstehe. Kann man machen. Oh, ein Shop. Dschungelambiente. So, haben wir etwas, was wir loswerden wollen. Mal kaufen. So, hier ins Lager schieben. Ins Lager schieben. Ins Lager schieben. Flammenwerfer-Munition. Ansonsten, ja, okay, okay. Sieht ganz gut aus. 23.000 haben wir. Der war für die Laserkanone. Da setze ich mal an der Stelle mal aus und sage... Knötchen, Pupötchen. Holen wir zwei Stück. Die kommen gut. Kühlkernwest. Ach du Scheiße. Das waren die mit dem Explosivsack. Ganz nette Jungs. Ganz nette Jungs. So ist jetzt unter vorn oder was? Die sind tatsächlich, wenn die auf engen Raum kommen, sind die richtig scheiße. Ne, weil du die halt echt schnell ausschalten musst irgendwie. Und wie gesagt, da treffen wir ja zwei Sachen auf immer. Irgendwie die Kacke sind. A, ein Explosives Element. Und Steven, der... Umsichtbar bleibt wie ein Idiot. Ne, also... Tod ist schon vorprogrammiert an der Stelle. Die Knoten. So, und... Schwerelosigkeit aktiviert. Schön. The connection lost. Oh je. Oh je. Oh je. Schade, ich denke immer noch, dass die vielleicht durch irgendwer blutbar sind. Komm ich soweit? Ja, komm ich. Das ist ja cool wie der leere Magazin hier wegschiebt. Das finde ich ja geil. Prümmert. Oh Gott. Alter, wer konstruiert denn sowas? Alter, wer konstruiert denn sowas? Wo sind sie? Da ist jemand. Oh, das wird's wahrscheinlich noch nicht gewesen sein, ne? Wer ist der zweite? Verdammte Axt. Ich ging jetzt irgendwie ab... Wo? Da. Nein, nein. Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerelosigkeit aktiviert. Nein. So. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt ist hier aber gut. Freund. Blaser. Schade. Irgendwie. Der hat's auch im Original-Game. Hat ja echt immer gute Sachen gelootet. Wobei man natürlich sagen muss, dass jetzt halt so, äh, Leser-Batterie irgendwie, oder generell halt, Leser-Munition jetzt nicht verkehrt ist irgendwie. Das war schon ein geiles Gimmie. Aber der hat sonst, glaube ich, immer so, äh, Halbleiter gedroppt. Und die und die bringen natürlich halt ne Menge Kohle. Ja. So. Okay. Weiter geht's. Schwerelosigkeit aktiviert. Fly me to the moon. Hör doch schon wieder irgendeine Scheiße. Oha. Oha. So. Zertrennt. Hm. Und dann ist das gleich noch. So. Schwerelosigkeit deaktiviert. so wenn ich natürlich dann treffen und wie mit diesem explosiv sofort weggesprengt irgendwie und das so wo haben wir jetzt keucher 4 wahrscheinlich da drüben so lieber chat könnt ihr mir mal sagen wie ihr die nennen würde weil keucher finde ich total käse so ne von herrn kennenzulernen Ach, ne, ihr Freunde, feierst ihr dabei an Schnellen. Ja, das bleibt jetzt hier worden, hier, irgendwie in der Ecke. Überall Tote, ach du Scheiße. Da wäre eine Menge Munition auf, ja. So. Schnubbidiwub. Schnubbidiwub. So, den könnten wir jetzt nochmal nochmal entfernen. Oh, verdammt, ich hoffe, wir können natürlich hier durchgehen. Isaac, ich habe mir die Notizen von Cross angesehen. Oh Gott, oh mein Gott. Kendra? Das ist er. Zwei Türen hinter dir. Hier. Moment, er ist weg. Er hat gewunken und... Alle fangen halt irgendwann an zu halluzinieren. Scheiße. Und nächstes Stadion ist dann halt natürlich irgendwie, greifen andere Leute an. Dann wird es halt, dann wird es richtig hässlich. Oh Gott. Das Ding treffe ich nicht, ne? Ich treffe es nicht von hier. So, und? Wir müssen an den Fahrstuhl. Und nach unten, was hier so schön ist. Also, man muss sich mal vorstellen, du läufst komplett so auf Biomasse. Ne? Irgendwie, die dich da irgendwie... Schnappt. Warte nur, ey. Was darf du scheiße? Wer hat da neu fehlt jetzt eigentlich? Wow, cool. Den haben wir jetzt nicht schlechte Trocken. Möchte ich mir hin. Gute Sache. Was ist... Was passiert hier noch? Irgendwie... Oh, 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 oh. Oh. Schwein gehabt. Richtig dolle Schwein gehabt gerade. Okay. So, ist der kleine Keuche. Keuchiii. Keuchiii. Toxische Gefahr registriert. Schlüssel. Nehmen wir natürlich mit. Oh, der ist da drüben irgendwo. Ich verstehe. Nehmen wir hier vorne noch das Minipack mit. Füllen nochmal schnell die Stase. So, Bank sparen wir uns jetzt. Aber wir kommen noch nicht hin, ne? Wir müssen von der anderen Seite rennen. Toxische Gefahr beseitigt. Oh, Gott. Wir müssen so stinken und kleben. Ach. Okay. Komm ich nicht rein. Hm. Okay. 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 Heißt. Wie komme ich an den ran? Klebe, scheiße. Okay. Noch einen anderen Weg. Okay. Okay. Ich gehe da vorne durch. Wie wir mal. Setz linken aus. Ah. Ah. Toxische Gefahr registriert. Toxische Gefahr beseitigt. das war ganz gut das war ganz gut so okay in your face man gleich in your face. Ich finde das wirklich gut. Sorry, Leute, aber das ist sowas von so, hier haben wir eine Batterie. Wir haben einen Slot, wo wir den einsetzen müssen. Ah, hier vorne sieht es aus. Es leuchtet rot. Ich bin ein damit. Alter. Oh, diese Penner. So voll aus der Kalten, ey. Mann. Schlüssel für Decksystem benutzen wir. Und? Do it. Entschuldigung. Schwere Losigkeit aktiviert. So. Nein. Ich möchte die Credits haben. So, ich hätte jetzt auch natürlich halt hier die Stasebombe nehmen können, aber war jetzt gut, nicht so elementar wichtig. So. Achso, aha. Da oben ist der halt. Schauen wir mal an. Dieser eklige, kleine, kleine Päucher hier. Stell dir mal vor, man mutiert zu sowas. Da kannst du doch wirklich nur hoffen, dass so ein Typ vorbeikommt und dir da so eine Spritze reinbringt. Weil das kann ja nur wirklich perspektivisch nicht sein, wenn man will. Okay, wieder runter. Okay, er sagt. Wett, 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 wett. So, noch oben? Ja, tatsächlich. So. Und unten war doch noch einer. Ja, schön. Und nun? Okay. Brauche ich ja nochmal siegen. Ich dachte, ich habe ja noch vier. Warten doch anscheinend ein paar mehr. Schwere Losigkeit deaktiviert. Oh nein. Oh nein. Oh, scheiße. Hm. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Na, verdammte Scheiße. Ich habe es doch gewusst. Okay, Mann. Okay, so eine dermaßen krasse Munitionsverschwendung. Munitionsverschwendung irgendwie. Scheiße. Und bringt einem halt auch so mal gar nichts. Außer sechs Plasmachüsse. So ein Mist. Und eine dreckige Rüstung. Wir sagten, das wäre eine Reparatur-Mission. Und nicht, dass ich meinen toten Bruder sehen würde. All diese Toten. Stell dir vor, was der Marker in den falschen Händen anrichten könnte. Geht es jetzt wieder um die CEC? Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas dagegen tun. Dieses Wende scheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, dann ziehe ich etwas bevor es einer Rolle spielt. Nö. So, und was klingt hier? Und was klingt hier echt eklig. Ach, da oben. Scheiße. Okay, da oben ist auf jeden Fall einer von diesen, ich weiß ja nicht von diesen, von diesen Wollennecros irgendwie. Nee, nix jetzt mal vorsichtig. Also die, die an der Wand festhängen und diese da hinten kärften Bieste ausspucken. Aber wo? Wo ist er? So, das ist alles unter Strom. Das ist nicht so geil. Und einmal komplett die Orientierung hat er verloren. Einmal komplett verpeilt. So, was haben wir da? Hallihallo. Können wir jetzt hier fünften. So, okay. Hier können wir mal kurz hin. So, und einmal landen, bitte. Ja, was auch immer da drin war, ist jetzt irgendwo. Okay. Hier bringt uns das auch nichts. Heißt also, können wir irgendwas hier mit Telekinese irgendwie bewegen? Nee, es kommt so aus. Hier kommen wir irgendwie rum. Oh Gott. Ach, hör doch auf, Alter. Alter. Boah, ist das widerlich. Ist das widerlich. Komm ich hier durch? Nee, komm ich natürlich nicht. Ah, warte mal. Stopp mal. Sehr schön. Ich hab' ich jetzt verlangsamt. Achso, ah, hier. Hier, hier, hier durch, hier durch. Schnell, 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 schnell. Nicht schnell genug, anscheinend. So, okay. Ich schalte nochmal schnell aus. Wo ist denn diese scheiß Motorwesen davon? Geht, man hört's doch. Das ist doch hier irgendwo. Da ist er drin. Da ist er drin. So, da ist er drin. So, da kann ich mich mal kurz. Ja, aber sorry. Hinter mir ist da auch einer. Was ist denn los hier? Wo kommen die denn her? Oh, schön. Alter, echt jetzt? Und schon, Dude. So. So, also jetzt fällt mir gerade das orientieren gerade sehr, sehr, sehr schwer. Sehr, sehr, sehr schwer. So, kommen wir uns hier schnell in einen rein. Und hier sagen wir mal. Gib ihn. Die Kiste lasse ich mal ganz kurz aus dem Vor. Oh, achso. Das war die Decke. Wo ist er? Dicker. Nein, Mann, Alter. Nein. Ich doch. Okay. Die Steuerung. Okay. Aktiviert. Ist er im Arsch, oder was? Keine Response irgendwie. Kein nichts. Oh. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Oh, nein. Oh, nein. Oh, schön. Alles klar. Jetzt werden wir wohl wahrscheinlich irgendwo durchrennen, wo es ziemlich heiß wird. Oh, shit. So, Tür ist offen. Wir müssen hier die Sachen schnappen. Was ist denn das? Zur Hölle haut er das denn immer hin? Wir müssen jetzt kurz gucken, wo der andere Hausrat ist. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Hier wahrscheinlich nicht. Oh, drüben muss man hin. So, Koffer, Koffer, Koffer. Du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Mach auf. Oh. Haut ab. Und los. Und zackig und zackig, mein Freund. Und zackig. Schade, nicht reingekommen, aber durchgekommen. Wenigstens. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Eigentlich. So. Dahinter liegt da noch was. Credits. Und rauf. Pasche nach oben. Ah. So. Tuning mal mit. Okay. Die Tür. Oh, Kammer. Und hier vorn können wir auch nochmal rein. Oh, da vorne leuchtet etwas Violett. Violett ist immer gut. Okay. Schade. Naja, aber irgendwie ist es nicht nur. Die Abstand zu den Filtrationsrohren. Textlog. Dieses Handbuch ist auf der Seite des Kapitels Thermodynamische Reinigungsgeräte, Wartung und Instandhaltung geöffnet. Der Abschnitt Anmerkung wurde folgendermaßen ergänzt. Ich habe alle Regler aus den Reinigungsgeräten entfernt und es, wenn das Bild so wackelt, lässt es sich sogar nur noch besser lesen. Ich habe alle Regler aus den Reinigungsgeräten entfernt und so weit wie möglich aufgedreht. Verrückt. Aber das ist alles, was ich tun kann. So sollte zumindest ein Teil des Gases verbrennen, denke ich. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich muss alles versuchen. Zu sehen, wie Hideaki ihre eigene Lunge auskotzt. Gelöscht. Ich kann nicht. Das kann nicht ich sein. Oh Gott, hilf uns. Ja. Sahne. So, okay. Das wird wahrscheinlich der Rückweg sein. Und wir checken ja weg. Credits. Wunderbar. Dann geht es hier erstmal weiter. Oh. Dankeschön. Und hier die beiden, ne? Ja, exakt. Mach's gut, Alter Runde-Lunge. So, wie viele von diesen Keuchern muss ich eigentlich noch töten? Na, komm. Und auf geht's. Zack. So, mein Freund. I stand on higher ground. So. Und. Keuchert 8. Gut. Also, man merkt halt schon, dass das Spiel an manchen Stellen etwas, etwas mehr gestreckt ist, als das Original. Ganz klar. Kriecher waren zum Beispiel, wenn man so keucher, waren tatsächlich im Original nur vier Stück. Bin ich der Meinung. Was hat fünf gewesen sein? Wie viel mehr kann es nicht gewesen sein? Wie viel mehr kann es nicht liegen? Wie viel mehr kann ich Ihnen sein? Oh. Oh. Oh, man verschluckt hier. Ich brauche dich. Hilf mir. So, und hoffentlich lass das jetzt mal bitte die letzten gewesen sein hier. Toxical, wo ich es ist geahnt. Ah, schön. Eine Fleischdusche. Krass. Irgendwas stimmt nicht. Es muss funktioniert haben. Mit den Enzymen hätten wir einen Frachter auflösen können. Okay, ich erspere das Lebensmittel nager. Gehen Sie zurück und schicken Sie den Bastard ins All, solange es noch geht. I will. Schwere Losigkeit aktiviert. Ist da schon wieder irgendwas? Irgendwer? Irgendwo? Kommt nach oben wieder. Scheiße, das Kind ist eine Schwachstelle. Ich stehe mir wirklich noch die Tränen ins Auge. Oh Mann. Schön am Tee verschluckt. Das ist mal eklig. Nach unten. Ach, das wäre echt jetzt. Das gehen tiefer. Gerne tiefer. Gerne. So, der Wusterhof hoffentlich da. Ja, danke. Ich dachte, der schickt mich jetzt hier oben in den Fahrstuhl um nach unten zu fahren. Um nach oben zu fahren. Das wäre blöd. Schwere Losigkeit deaktiviert. So, okay. So, okay. Einmal dran vorbei. So. Äh, Kreditos. Die nehmen wir natürlich mit. Und muss man was umstellen. Echt jetzt? Mit dem Fahrstuhl. Okay. Weiter geht's mit dem Fahrstuhl. Ab nach unten. So, ihr Lieben. Vergesst nicht, Kanalkäffchen abzuholen. Hä? Käffchen geht immer. Oh, hier vorne haben wir noch... Eine kleine Nachricht für uns. Anfrage abgerufen. Sicherheitsdienst. Hier spricht Dr. Cross aus der Hydro-Stelle. Irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen. Vielleicht ein Asteroid. Gibt Verletzte durch die Dekompression. Wir brauchen Sanitäter und Ordnungskräfte. Sofort. Oh mein Gott. Was in aller Welt ist das? Alle raus aus dem Lebensmittellager. Es lebt. Wie kann es leben? Wenn das kommt. Oh. Oh. Ioi, oi. Oh! 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 Einmal mal vorbei. Wir sind hoffentlich noch richtig. Ja, wir sind noch richtig. So, ist der mal ein Save-Man. So, wie sieht's Menü aus? Haben wir noch was, was wir veräußern können? Oh ja, wir haben tatsächlich nochmal Schema-Teil gefunden. Das ist ganz gut, das gehen wir ab. Denn Platz ist kostbar. Denn Platz ist kostbar. Ja. Einmal rüber. So, okay. Verkaufen. Verkaufen auch. Stasen-Milä. Verkaufen. Verkaufen. 27.000. Okay, 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 okay. Cool, cool, cool. Dann würde ich doch mal sagen, holen wir nochmal einer von den Top-Böcken. Mini-Packs raus. Und eine hiervon. So, ein paar haben wir noch im Lager. Irgendwie, wir finden ja auch ständig welche. Von daher ist das ganz gut. So. What can we buy? Lila-Kanone. Und der ist für die Energie-Kanone. Munition für die Energie-Kanone. 25 Schuss ist so schnell raus irgendwie. Das finde ich so unverhältnismäßig. Aber Energie-Knoten, bin ich der Meinung, bringt uns langfristig mehr voran tatsächlich, als jetzt kurzfristig Munition zu kaufen. So, für mich muss ich einfach ein bisschen effektiver kämpfen. Also, ich bin auch seit A in Isolation immer ein bisschen vorsichtig bei Sachen, die von weg getroffen sind. Irgendwie, da ist einfach mal so eine gewisse Grund-Skepsis da. Auch zurecht hin. An der Stelle. Auch zurecht hin. So. Klar, Luftschleusensteuerung. Auf geht's. Kontamination in der Luft, die Lager registrierten Schleuse läuft. Mist. Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzymen. Wir hatten keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Ach, ja, die Dialoge sind so. Entralgen, Entralgen. Krass. Schön dunkel gemacht. Das ist ja fies. So, okay. Hallo, Leviathan. Oh, wiederhentlicher Scheiß-Fief. Alter, okay. Der Penner hat ein paar neue Moves drauf. Das ist ja krass. Alter, ich komme gar nicht so schnell weg hier. Krass. Das ist ja mal eklig. Und? Nicht noch. Nicht noch. Was ist denn? Was? Echt jetzt? Ah, okay. Alles klar. Gut. Verstehen. Verstehen. Toxische Gefahr registriert. Echt? Sind wir ja da? Wir haben die Gasreserben auf. Ihr Spot am Ende. Eifel, erleben Sie. Ist das fies, ey. Sayonara, Mr. Leviathan. Lass mal, hässlich, wer fopfen gewesen ist. Toxische Gefahr beseitigt. Krasse Move hast du auf jeden Fall am Start gehabt. Also die kannte ich jetzt noch nicht. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen. Und ihn zum Fraß gegeben. Im wilden Getier. Danke, Rennseck. Kommen Sie wieder mal. Wir sollten reden. Warum zur Hölle klangen die gerade so komisch? Du hast den Leviathan in Kappel. So, viel mehr motivierend. Klang die jetzt nämlich auch gerade nicht da draußen. Jetzt brauchst du auch nicht schreiben. So, okay, alle klar. Mal dann. Let's go back. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Wunderbar. Schöne Losigkeit. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Mach ich sie nicht. Tatsächlich. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter. Wir können tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. So, Kapitel 6 abgeschlossen. Nice. Schwuppi-dumpli. Die muss man allein. So, okay. Credits. Oh. Pulskanone ein bisschen aufladen. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Problem mit Munition hier bekomme. Das ist echt krass. Das ist echt krass. So. Na, lieber Chat, seid ihr noch bei mir? Seid ihr noch bei mir? Habt ihr noch Bock? Okay. So. Monorail. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Sicherheitsfrage. Ja. Abbaudeck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich sehe mir die Aufzüge an. Hast du eine Idee, wo sich Tempels Sender befindet? Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschlussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Nein, die Unithologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Ich bin irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Oh, Alter. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Okay. Geh zum Abbauweg. Haben wir gemacht. Aktiviere die Abschlussröhre. So. Okay. Hier ist das jetzt lustige Palettengeschiebe. Okay. Dann wollen wir noch. Beiseite. So. Okay. Tür freigelegt. Wirklich rumkommen. Jetzt wohl wahrscheinlich hier vorne eher weiter. Oh. Was ist denn das? Ich liebe Atmosphäre in dem Game einfach so sehr. Die ist halt wirklich cool. Herr Junger, klar. Noch da. Hihihihi. Oh, schön. Hallihallo. Ein Energieknoten. Und dahinter lag noch ein Verdrücker. Oder? Nee doch nicht. Aber eine Energieknoten. Immerhin. Eine Werkbank wäre tatsächlich jetzt mal wieder ziemlich cool. Um die Energieknoten alle zu verbauen. Das sieht doch alles so ein bisschen in der Werkstatt hier aus, oder? So ein bisschen schön, wiss. Schön, schön. So. Zack, zack, zack. So. Das sind hier duschen oder zu festhalten? Was ist das für ein Quatsch? Falls Schwerelosigkeit einsetzt. Okay, die kann ich nicht mehr verlegen. Sollte ich die nicht verlegen. Hier sind die Kiste. Schön, machen wir auf. Credits, credits, credits. Ey, dass ihr die zu der Zeit immer noch hebt, ja? Diese Containerkisten. Die sind scheiß. Genau wie so eine Aktenordner-Schuhball, die ich da verlegen. Hier ist der Bange. Fantastisch. So. So, Leute. Sollen wir den Anzug? Oder eine Waffe machen? Na, wir haben 10 Knoten. Schau mal ganz kurz. Hier könnten wir ein bisschen... Hier könnten wir schon ein bisschen was reißen. Oder sollen wir eine Waffe machen? Na, Plasma-Cutter oder Impulse-Wer. Impulse-Wer können wir tatsächlich erstmal bis auf den einen Nachladepunkt, den ich mir aber erstmal sparen würde, wollen irgendwie den Plasma-Cutter tatsächlich eher ein bisschen hochziehen. Was wollen wir machen? Wo sieht ihr mehr Dringlichkeit? Waffe oder Rüstung? Messer oder Engländer? Waffe. Plasma-Cutter. Alle klar. Ihr Waffengeilen Leute. Wir sind ja auch schon drin. Dann machen wir das gleich mal. So, erstmal können wir natürlich das Special aktivieren. Die Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Das finde ich schon mal sehr geil. Let's do it. So, nachladen und schaden können wir noch. Dann würde ich auf jeden Fall hier erstmal Kapazität. Den Punkt setzen und schaden. Schwuppdiwupp. Nachladen, schaden. So, okay. Dann haben wir die gesetzt. Jetzt können wir tatsächlich sagen, wollen wir uns das sparen. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir noch irgendwo beim Anzug einen Punkt gerade gut setzen können. Mit Luft haben wir tatsächlich nicht so viele Probleme. TP. Ich würde bei TP tatsächlich nochmal einsetzen. Und dann würde ich die anderen für erstmal vielleicht behalten. Die sind ja geduldig. So, bei den anderen Kanonen bin ich mir tatsächlich erstmal nicht so wirklich sicher. Irgendwie Flammenwerfer würde ich eigentlich nichts investieren. Der Ripper, ja der Ripper ist halt eh irgendwie in der Kiste. Die Laserkanone ist jetzt tatsächlich nur am Start, weil ich jetzt halt einfach mit den anderen Waffen nicht groß irgendwie Munition habe. Was natürlich aber auch dazu führen kann, das ist auch eigentlich so ein Ding bei Dead Space. Ich weiß gar nicht irgendwie, ob er jetzt eher die Munition, die du findest, halt tatsächlich eher auf alle Waffentypen verteilt. Oder wenn du halt nur zwei Waffen bei hast, tatsächlich bei diesen beiden Waffentypen sich ausbalanciert im Loot, den du findest. Müsste man eigentlich mal drauf ankommen lassen, indem man einfach mal sagt so, ey, okay, alles klar. Ich lasse jetzt einfach mal ganz käsefrech von mir aus den, na sag mal, den Flammenwerfer weg. Weg. So, ganz kurz hier mal zurückflitzen, weil hier war ja, glaube ich, gerade noch ein Shop. Warte mal, kommen wir hier nicht ran. Der Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erfordert. So, shoppili shop. Das haben wir spinnig. Ja, da müssen wir nicht langen, aber war hier nicht irgendwie, bin ich ja in einem Shop vorbeigelaufen. Tja, denn wahrscheinlich müsste man noch ein bisschen mit dem Fahrstuhl fahren. Gut, okay, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, denn lieber Chad, erinnert mich mal bitte an, wenn ich das nächste Mal einen Shop sehe, irgendwie, dass ich den Flammenwerfer raushaue. Perspektivisch würde ich mich auch gerne von der Energiekanone trennen, weil der Fokus sollte, oder wollte ich eigentlich eher auf das Impulsgewehr auf dem Plasma rein. Das ist ja verkackte Shop. Ach, ich bin so ein Orientierungshumpel. Na gut, okay, alles klar. Inventar. Du kommst ins Lager. Ins Lager verschieben. Eher habe ich gesagt, wir pokern jetzt mal. Komm. Ins Lager, ins Lager und sie ist mächtig, die Waffe, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Spiel das erkennt, dass wir bloß die beiden Waffen da haben irgendwie und hoffentlich den Loot dementsprechend halt für uns selektiert und einfach sagt, irgendwie ein bisschen mehr Impulsiv wäre oder irgendetwas. So, okay. Na dann. Was gibt's die denn so? Merkwürdig. Zwei der Abbauunterdeck sind gesperrt, obwohl alle Systeme laufen. Ich seh mir das mal an. Da könnte ich mich schon wieder aufheigen. So, das ist so ein Fahrstuhl, wo man halt weht, alle klar. Jetzt wird's doch gleich scheiße. Und, wer packt die Waffen raus? Das darf nicht wahr sein. Ehrlich. So, aber lass uns jetzt mal drauf achten, was jetzt größtend hätte sie looted wird. Einmal mal so eine Fahrstuhlfahrt in Ruhe genießen können. Das ist so ein Traum von mir. Wirklich. Lass mal Cutter. Okay, Kanone. Lass mal Cutter. Bis jetzt. Sieht's gut aus. Ja. Klar. Schön. Ich glaube, das war auch schon im Original so, dass sie irgendwo clean geblieben sind irgendwie beim Weiterfahren. Schön. Schön, wenn so wichtige, elementare Sachen einfach immer noch im Spiel drin sind. Ist ja alles. Wir sind nostalgisch. Wichtig. So. Okay. Wichtiges Feature. So, das hört sich ja schon wieder nicht gut an. Nehmen wir noch erstmal kurz hier mal meinen kleinen Argumentationsverstärker. Oh, okay, 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 okay. Laser Barrieren. Laser Barrieren. Gucken wir noch mal. Machen wir noch ein Trichier, das perfekte Teil. Ist nicht vorbeigekommen, oder was? Oh, schön feldetiert worden, der Kumpel. Ach, nice. Das ist ja natürlich auch cool. Nein. Krieg ich nicht. Nicht für dich. So, okay. Kann ich die schieben? Nein, kann ich natürlich nicht schieben. Das Problem ist, er kann dich einfach... So, kann ich dich nehmen? Dankeschön. So, ich muss halt gucken, dass er tief genug ist. Irgendwie nicht, dass der... Nein! Das wird jetzt fast gewesen. Dass mir der Laserstrahl erstmal hier schön die Füße abschneidet. Irgendwie. Das wäre uncool. So, da oben jetzt lang. Oh, okay. Jetzt auch nochmal weiter. Das sind so Areale, wo ich einfach denke... Warte mal, guck mal ganz kurz auf die Map. Das ist ein Raum. Der ist zu. Ja, tatsächlich würde ich mal kurz gucken wollen, ob wir eventuell da einfach nur so eine Sicherung wegkloppen müssen. Oder ob ich tatsächlich eine Art Schlüssel brauche. Bitte, 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 bitte. Danke. Scheiße. Okay, leider nicht. Hätte ja sein können. Dann müssen wir später nochmal her. Alles klar. Bleib doch einfach liegen. Entspann dich. Wo willst du hin ohne Dinge? Okay. Alles klar. Hm. Das ist ja mal eklig. Das ist ja mal eklig. Boah, sieht aus wie so ein Ezektenmaul. Er erinnert mich so ein bisschen an Starship Troopers. Da ist es. Huh. Okay, mal Schwein gehabt. Das mal Cutter. Also bis jetzt, glaube ich. Funktioniert die Theorie. Swim. Okay, Fahrstuhl ist an. Können wir vorne noch was finden. So. Smash. Schon gebootet. Hier oben haben wir was. Nochmal einen Textblock. Lockbuch des Abbaudecks. G-Kreuz. Extraktionsbetreiber. Eintrag 1. Der Unterdeckperimeter wurde gesichert. IEDS. Plasma Cutter. Stolperdrähte. Überwachungsladungen. Drei verletzte. Und Lingen ist außer Gefecht. Ihre Medikamente gehen aus. Die übrigen Vorräte. Munition, Lebensmittel, Wasser und Treibstoff. Für die Schubdüsen halten wir es jetzt. Auch ohne das Material für den SOS-Sender. Eintrag 2. Externe Zugänge verkabelt. Alle Abbausektoren sind jetzt online. Lingen bewusstlos. Wir können nichts tun. Eintrag 3. Sie kamen durch die Bodenluten. Einer dieser Scheißer holte sich Lingen ins Leichte. Und dann kämpfen wir gegen 6 statt gegen 5. Wir haben sie zerstückelt. Und dann alles zu den Schmelzöfen gebracht. Um die Reste schnell zu verbrennen. Wir gehen lieber kein Risiko ein. Eintrag 4. Die Überwachungsladung wohnt zu früh ausgelöst. Schlegel, Ficke und Zittle. Was sind denn die für beschissene Namen? Sind tot. Ich habe auch nie das Innere eines Kopfes gesehen. Haben sie zur Einäscherung zu den Schmelzöfen gebracht. Dann ging es ins Inventar. Ich kann nicht schlafen. Eintrag 5. Hier ist es zu gefährlich. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, um mich in sich im Ort zu verstecken. Xweenie folgte mir und brüllte. Ich sei juristisch. Ich? Ich hätte die Dinger direkt zu mir geführt. Update. Habe mich um Xweenie gekümmert. Schmelzöfen besucht. Und ich kann nicht schlafen. Eintrag 6. Ich kann nicht schlafen. Kalt. Über die anderen schreien. Die werden mich töten. Update. Lingen hat recht. Einfach Ruhe und Frieden. Und die Schmelzöfen brauchen Treibstoff. Krass. Einfach mal selbst. Du bist so beliebt, ey. So. Okay. Gut. Aber wir mussten ja eh nach unten. Genau. Schussrolle aktivieren. Schlafen. Das ist doch... Schütteln wir sie mal kurz mit ihr ab. Einfach. Das muss ja auch so gehen. Ja, das bringt mir aber jetzt nichts. Ich komme ja nicht weiter. Achso. Hier ist noch eine Tür. Oh. Nice. Die sind natürlich auch... Ah, okay. Also du kannst die Leichen tatsächlich nicht so weit verstümmeln. Äh, verstümmeln irgendwie, dass sie nicht mehr quasi als Waffen sind. Supervisor, oh boy. Ich komme langsam mit den Systemen auf dem Abbaudeck voran. Hast du den SOS-Sender? Nein. Und die Abschussrohre sind versiegt. Mit deinem Deckadministratoren-Rick gehen sie auf. Der Deckadmin ist... Supervisor Dallas. Er ist auf dem Verarbeitungsunterdeck. Ich sehe auch eine Rigg-Aktivität für Jacob Temple. Auf dem Wartungsunterdeck. Vielleicht hat er den SOS-Sender dort gelassen. Hoffentlich kommst du trotz der ganzen Störungen dorthin. Keine Störung. Fall. So haben die Arbeiter sich geschützt. Scheiße. Okay. Ich entriegle die Unterdecks, aber... Achte darauf, dass der Sender nicht verkabelt ist. Alles klar. So. Textlog. Logbuch des Abbaudecks Adeles. Heute wurden die planetaren Abbau von Aegis VII durchgeführt. Von unserer Seite aus verlief alles reibungslos. Es scheint Probleme auf dem Planeten gegeben zu haben. Und wir haben vorübergehend den Kontakt mit der Kolonie verloren. Aber die Verbindungen sind stabil. Und das Drehmoment liegt innerhalb akzeptabler Parameter. Die erste Gesteinskugel 010032 wurde etwa eine Stunde nach dem Aufbrechen des Planeten aus der tektonischen Ladung Position EQL5 entnommen. Sie wurden für die Probeentnahme aufbereitet, veredelt und eingeschmolzen. Die Ergebnisse übertrafen selbstoptimistisch anfängliche Schätzungen. Normalerweise beträgt die Ausbeute etwa 35% Mineralien, 5% Fossilien und 60% Abfälle. Aber das Material der ersten Kugel bestand aus 65% aus Mineralien und zu 0% aus Fossilien, was den Erwartungen entspricht. Das sind 6,5 Tonnen Erz aus einer 10 Tonnen Kugel. Die vollständige Produktion ist jetzt im Gange und konzentriert sich auf EQL5. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um eine Anomalie, haben wir eine Hauptader gefunden. Ja, ein bisschen zu gierig haben die Zwerge zu tief gegraben. So, und ich entsinne mich tatsächlich noch bei dem Original an diese Szene hier. Wahrscheinlich wird Benni auch schon schmunzeln und denken so, ach, du musst dich so viel rausschneiden, weil du so doof warst. So, er hat mich wirklich echt sämfig angestellt. Ich habe tatsächlich so auf den Lösungsweg nicht gekommen, obwohl es eigentlich so naheliegend ist. What is that sound? So, und jetzt wahrscheinlich geradeaus. Nee. Ach, da. Nee, er kommt ja zurück, oder was? Okay. Das ist so färs. Nee. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, hast du mit Kobi-Rant hier. Donnerwittchen! Oh, habe ich das wieder komplett? Das ist doch bescheuert. So, nun. Come on. Alles klar? So interessant, aus welchem Material das besteht, um wie das der Laser nicht durchgeht, ne? Oh, oh. echt jetzt so guck mal ob es jetzt wirklich zum veredelungs näher zu verarbeiten so und schick mich mal wieder hier meine stumme ecke danach so hoffentlich wird die fahrt ein wenig ruhiger als die fahrt nach unten so den hätten wir dann mal klingt jetzt nicht sehr vielversprechend da unten muss ich ganz ehrlich sagen die leuchten sind aber gut was haben wir hier haben ein paar credits schicke schuhe wachs futuristische wagen muss erst mal die admin link finden na toll diese penne diese penne wirklich von allen so wunderbar wunderbar warte mal kurz oben nochmal schauen irgendwie ob wir vielleicht hier noch irgendwas finden was nützlich sein könnte vielleicht dieser tote hier die handel auch auseinandergenommen mann ohne gnade hier ohne gnade ohne gnade hier kann man auch was hören sicherheitsanfrage abgerufen der ist hier sicherheitsteam zum abbaudeck dr kyle ist durchgeknallt zurück ich weiß nicht ich weiß wie man das benutzt er wird für den rest seines lebens kumpeln wenn sie mir nicht die codes für den frachtraum geben hier ist die verarbeitung warum sollten wir die codes für den frachtraum haben ich muss zu dem markler wir haben keine zeit mehr geben sie mir die codes Gott haben sie das auch mit dem kapitel gemacht nein nein das mit Ben war ein unfall ich bin nicht so wie Mercer ich will sie essen der markler ist unsere einzige hoffnung nein lasst den gehen er ist bewaffnet wo zur hölle ist der sicherheitsdienst sicherheitsdienst da ist noch was yeah geile lichtdefekte man muss tatsächlich man gewöhnt sich natürlich sehr schnell wieder an den neuen standard hier irgendwie man muss tatsächlich wirklich mal kurz innehalten und sich verinnerlichen wie geil das eigentlich aussieht in diesem game muss man einfach mal neidlos sagen irgendwie Leute habt ihr schön zusammengeprügelt hier das Ding wunderbar so na denn rein mit uns ach man alter wieso denn wieso nur und der Typ kriegt eine Rüstung der Typ hat eine Rüstung an das darf doch nicht wahr sein nee das ist tatsächlich also im original gab es auch tatsächlich nix mit einer Rüstung aber das hat sich glaube ich irgendwie nicht ballistisch bemerkbar gemacht irgendwie wenn du die geschossen hast irgendwie die Treffer haben trotzdem drin geknallt und haben den Zweck erfüllt jetzt war es tatsächlich so irgendwie dass du durch die Rüstung gar nicht durchgekommen bist also die Bene hier nö das hatte ich jetzt nicht so gejuckt ok uha wir müssen hier jetzt noch raus sorry man ok bisschen durchgeknallt hier so wir müssen hier raus schwere Losigkeit aktiviert der Admin Rig soll im Verarbeitungskontrollraum sein aber jemand hat die Sicherungssysteme ausgelöst die Tür des Kontrollraums geht erst wieder auf wenn die Schwerkraft wiederhergestellt ist und das ist nicht möglich solange überall Trümmer sind wenigstens funktioniert der Verarbeitungsstrahl noch warte wir müssen es tun ah 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 wir müssen euch doch klar erwiesen sehen dass dies passiert oder Hallo 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 Ok Ok Wo ist er? Wo ist er? Ok Genau neben mir Auch schön Wo denn? Alter So Ok Hoffentlich ist jetzt hier mal Ruhe Ne ist noch nicht So Wo ist jetzt die Anomalyse? So So Grabe stellen Da ist noch eine Anomalyse 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 Zerstört Du dich halt wieder komplett australieren kannst Im freien Raum Weil Er lebt wirklich sehr schnell die Orientierung Schwerkraft wieder hergestellt Verarbeitungskontrollraum ist frei Anomalyse Und Anomalyse Anomalyse Lies Keine andere Munition außer Plasma-Cutter und Impulse-Ideer auf. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oh, hallo. Und wir mussten nach vorne hin. Es wirkt alles etwas fragil. Schon wieder einer von denen. Schade. Schade. So. Das Roger Boy ist natürlich so eine Sache für sich, muss ich mal sagen. Cooler Gegnertyp, irgendwie interessanter Gegnertyp. Muss man sich erstmal wieder so ein bisschen neu drauf einstellen. Macht es wieder ein bisschen interessanter. Direkt von Dallas. Okay, alles klar. Supervisor Dallas. Letzter Eintrag. Ich habe dafür gesorgt, dass Sie dieses Unterdeck nicht verlassen können. Aber das gilt auch für mich. Freigabe bestätigt. Ich habe gesehen, was Sie tun. Mit den Leichen. Was aus Ihnen wird. Das wird mir nicht passieren. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich niemanden töten, wenn ich infiziert bin. Bitte. Sagen Sie dort. Und den Kindern. Das ist die Liebe. Alter, er hat es echt durchgezogen, ne? Scheiße! Scheiße! Ich kann nicht! Einmal noch! Oh Gott! Nur noch einmal! Das darf halt nicht wahr sein, Alter! Was für Freaks! Was für Freaks, Alter! Er hat sich komplett alle Gliedmaßen selbst abgetrennt. Was für knüppelharter Motherfucker! Ja, absolut, Herr Junger! Absolut! Ich suche Tempelsender auf dem Wartungsunterdeck! So, dann ein schneller Save! So, schwupps, die Wupps! So, kurz mal Kontrolle, ob wir richtig sind! Ja, wir sind! So, lass mich raten jetzt. So, was ist es dann? Oh, was ist Liz? Hey Liz, Jacob hier. Ich erreiche dich nicht. Wenn du das hörst, bin ich nicht mehr an Deck. Aber bald wieder da. Ich hörte von einem anderen Überlebenden. Aber auf einmal nicht. Ich orte das SOS-Signal und hole ihn. Es dauert noch bis zum nächsten Startfenster. Aber ich glaube, es ist das Risiko wert. Er ist Arzt. Ähm, Mercer. Heißt er wohl. Höchste Zeit. Für eine gute Nachricht. Ich liebe dich. Bitte, sei vorsichtig, ja. Scheiße. Schade eigentlich. Schade. Ja, ja. Mit Mercer wird er jetzt natürlich nicht so geglaubt haben. Na gut. Okay. Weiter geht's. Ach, der wunderschöne Fahrstuhl. Yeah. Ab nach unten. Und... Deck D. Achtung. Ab in die stille Ecke. Ist das hier eigentlich Unreal Engine 4 noch oder 5? Ist das eh noch? Angelegen. Oidi. Ich bin nicht mehr, ich hab immer. Angelegen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr so. Mach das, dass es aufhört! Es soll aufhören! Was? Das war der Marker. Hast du... Nein! Ich konnte nicht sehen. Hermanns Signal ist wieder weg. Bitte! Hau einfach den scheiß Sender. Ich will von diesem Schiff abhauen. ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist doch schon wieder irgendwas ganz eklig hier. Ach du Scheiße, ein Infektor. Echt jetzt? Sag mal! Die sehen so eklig aus. Alter, was ist denn hier? Der lebt noch! 2 Brankern ist da raufgehauen. Verschluss mit dem! Verschluss mit dem! Dann gehts jetzt nach vorne weiter. Wunderbar! So, hier können wir noch ein bisschen was aufnehmen. Das haben wir hier. Impuls, Kollektive, Plasma. Wunderbar! Na süßer, läuft doch wie ein Länderspiel hier. Perfekt! So! 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 Pandemie. So! 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 so hochkonzentriert unterlieb bekannt die ziffern spreng sätze aber wir müssen ja auch noch zurück wir müssen ja auch noch zurück deswegen wirkser tatsächlich erstmal da lassen und bitte dann ich kann nicht glauben dass du hier bist ich dachte ich würde dich nie wiedersehen ich bringe uns nach Hause es gibt einen SOS Sender in der Nähe wir können Hilfe rufen der Sender stimmt sie haben ihn in der Werkstatt eingeschlossen aber mit meiner Freigabe kommen wir rein hier entlang cool cool alles klar schnell aufmunitionieren so ich kann die Werkstatt von hier entriegeln Nicole ich habe dir so viel zu sagen ich weiß dafür haben wir später noch Zeit holen wir den Sender ich glaube ich gleich Besuch der Sound ist so mega geil ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht versteckt ich wenn du noch mehr siehst ich liebe dich mittlerer minenarbeiter rick ist schön das gibt es hier noch schönes das mal energie wusste ich doch so was haben wir vor uns das ist eine thermoskanne der ss sender wunderbar so startet der ss sender ich habe mir geholfen wir wurden getrennt aber sie findet schon einen weg zurück ich gehe zurück zum abbaukontroll raum und starte den center so hört sich nach stress an ach krass ok cool 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 jetzt ist der weg quasi nicht über den aufzug zurück sondern tatsächlich an der seite das ist ja interessant das ist interessant haben sie im original auch nicht so gemacht so schutzschalter so die gondel ist an und jetzt schwebelosigkeit das ist ja cool alter das wirklich ein sehr sehr geiles feature was er dann gebaut haben ganz klar sagen ich gehe doch ein bisschen schneller hier hmmm das ist ein junge völlig absolut neueste perspektiven die man hier die boten kriegt was ist hier los rüber mit dir und landing sicherlich 3 schämelosigkeit das geile seite das ist der kurs genau so zum knoten sagt natürlich keiner nein die schöne kabeltrommel das kann man alles noch gebrauchen schwere losigkeit aktiviert die welt da war okay alles klar fliegt immer so zu irgendwelchen leuchtenden sachen oder denkst du leistungsverkommend sieht irgendwie nach darm aus hier so okay na dann erst mal wieder hoch wenn das überhaupt hoch ist wo ich gerade hinfliege und nicht einfach nur links aber ist austariert weil naja müsste drüben sein die richtige seite sind auch noch perfekt überall klatscht das hier ne das hat mal sehr coole mucke die jetzt einsetzt gerade und leider auch schon wieder vorbei ist ich bin mir von dem die jahne stück oder mein schwanz kann ich wirklich abnehmen So, endlich mal wieder am Fahrstuhl. Machen wir lange nicht mehr. Und Deck C, Abbau. So, was ein Nivertrasse der Frieden. Geh in meine Schmollecke. Schauen wir, was passiert. Warnung, Energieausfall. Na, ist ja klar. Klingt nicht gut. Klingt nicht gut. So, das ist wahrscheinlich noch ein Umproiner. Runter, ihr hohnt den Fall hoch. Okay, there are more. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Willkommen. Not dead yet. So. Oh. Oh. Oh, was. Den haben wir jetzt nicht, kommen wir dann. Okay. So. Ist ja durch die Leser durch. Oh nein. Wo ist die Box? Oh. Scheiße. Kann ich den? Nee, kann ich mich bewegen. Wicked Door. Dort. News. Ja, ist ja, ist, äh, okay. Das ist jetzt nicht so richtig. Ist ja meine Kiste. Hm. Aber ich muss da lang, wann? Ja, ich muss da lang. Oh, okay. Aller klar. Man kann die tatsächlich kaputt machen. Man kann die kaputt machen. Das ist dann natürlich, das gibt mir noch ganz andere Perspektiven hier plötzlich. Man muss auch so schrecken, ey. So. Erfolgreich kaputt gemacht. So. Wahrscheinlich muss ich immer, nee, doch hier. Okay. Alles klar. Oh. So, Blick jetzt Menü. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Die Schemata können wir tatsächlich, äh, ablehnen. Was war los und so war los. So, der neue mittlere Minenarbeiter RIG-Anzug Level 4 ist am Start. 35.000. Oha. Oha, du. Oha. Da müssen wir mal kurz mal hier. Guck mal mal rüber. Was haben wir denn hier? Flammenwerfer-Upgrade. Krieg auch nur, krieg auch überhaupt da kein Geld dafür. Großartig. RIG-Anzug also nichts, das zu verkaufen. Schade. Kann mir tatsächlich die RIG noch nicht leisten. Das ist Lager-Schauen. Hm. Nee, kann's mir noch nicht leisten. Käse. Mist. Na ja. Später. Sparen wir da drauf. So. Was kann man denn? Denn... Freigabe bestätigt. Ach, Leute, Alter. Ach. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Gib mir das alles. It lies, it lies. What secret have you seen? So. Okay. Ja. Ja. Okay. Ich bin auf. Wie ist es? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist so bitter. He ist so bitter. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist echt cool. Die wurden auch hundert wirklich in verschiedenen Sprachen. Das ist echt geil. Das ist cool, ne? Administratorenzugang gewährt. Abschussrohre werden vorbereitet. Abschussrohre werden vorbereitet. Fehler. Abschussrohre blockiert. Was war das? Die Minenarbeiter müssen die Abschussrohre mit Sprengfallen versehen haben. Die sind hin. Na super. Wir können den Sender ja nicht einfach aus dem Fenster werfen. Ach, es muss doch. Der Asteroid, der im Abbausektor zum Schmelzen verwendet wird. Was ist damit? Wenn ich den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringe und ihn dann vom Schiff weglenke, bekommen wir eine saubere Übertragung. Aber du wärst tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das hat wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Candler. Ich werde es versuchen. Wenn ich den Flachstuhl schaue, muss ich raten, dass ein Fahrschuh wäre nach unten. Oh Oh, klar Da Ich wollte mal überfersen Nicht, dass da wieder die kleinen Scheißer rauskommen So, und geradezu Ich habe keinen Kredit hingehen lassen So, Batterieblock Haben wir irgendwo hier vorne noch einen Batterieblock gehabt? Ne, Google Hm, okay Nee, hier kommen wir erst mal nicht weiter Alles klar, wir brauchen irgendwo die Batterie Ach je, die waren erst am Anfang Ja, so schade Was kann man denn jetzt an die ran? Ach so, ne, gut Okay, brauchen wir noch nicht mehr, wahrscheinlich Gib das hier So Einmal bitte Der Bloodbath Ist gut Der Isaac Schönes Ding Schönes Ding Schwere Losigkeit aktiviert Was ich so schnell wieder hier bin Hätte ich ja nicht gedacht Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten Es gibt keine Notabschaltung Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren Und den SOS-Länder an der Oberfläche anbringen Okay Gravitationsstrahl gelöst Krass ist in diesen großen Arealen Und die verlierst du die halt einfach Du siehst sie halt gar nicht Die sind hier irgendwo Diese Mistkerle Und die sind hier einfach Mensch, war nicht Ah, okay Jetzt haben wir Wiss Das kann man gerade von hier Geschissen Hooray So, okay Bye, bye, Gravitations So, okay Dein Schuss Das nehmen wir mit Und dann geht es da oben hin Und den Gravitationsstrahl machen wir ebenfalls kaputt Schwübbelig, schwübbelig, schwübbelig So, haben wir noch irgendwelche Nekomorps Die wir jetzt gerade echt irgendwie auf den Pinseln Erstmal nicht, ne? So klingt so Okay Interne Gravitationsstrahlen offline Externe Strahlen bei voller Leistung Nice So, jetzt würde ich tatsächlich mal ganz schnell unten nochmal Äh Starzern erfüllen Weil die ist jetzt tatsächlich echt mega wichtig Und dann Was habe ich hier gebraucht für dieses Ding, alter Ja, also So So, weil ich niemals wusste, dass man hier raus muss Deshalb Und ich dachte, das ist doch, das darf doch alles nicht wahr sein Das darf doch alles nicht wahr sein So SOS-Sender ist platziert So, jetzt müssten wir hier natürlich noch Den Gravitationsstrahl kaputt machen Und natürlich den hier drüben auch nochmal Dann flieg, kleiner Asteroid Flieg mit unserem SOS-Sender Warnung Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert Ungeschultes Personal muss den Abwehrsektor sofort verlassen Da dann Rinn Mit uns Wir sind unischult Na, lösen Ende des Vakuum Und drin ist sinnvoll Ich weiß jetzt noch nicht Ganz kurz mal Wo Löse ich den hier So, das sieht ganz gut aus Da müssen wir hin Okay, dann müssen wir wieder komplett raus Geht mal da lang Gleich noch die Staza aufladen Und dann müssen wir ihn lösen Im kleinen Und ich weiß nicht, wie viel Wie viele Ding hier wegschneiden musste Im Original Ich hab so lange gebraucht Ich hab so dermaßen lange gebraucht Das geht ja Das ging auf keine Kuhhaut Wunderbar, wunderbar, wunderbar Oh shit Hier drin So ein Penner, Alter So ein Penner Das darf doch nicht wahrsehen Ne, aber nicht Also Halbleiter, sehr schön Spastase Packs Schön Und hier noch Eine Kiste Hier haben wir noch Eine Box Das war noch Das wird dir Und hier Und nach Und nach breaks Und nach Der Weg kann ja auch nicht mal einfach ein Fach sein. Er muss ja immer krass sein. Oh Gott. So schön. Ich muss sogar sagen, ihr traut ja den Krieg überhaupt nicht. Kann ich jetzt endlich nach oben laufen? Nein, ich muss natürlich nicht nach oben laufen. Aber hier bin ich unten hier gewesen, ne? Ohne die Bank. Doch, ja. Auch hier rein. Vor ungefähr fünf Stunden. Nein! 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 Ich brauche die Batterie. Ach, das ist doch sch... Das nicht fährt. Das nicht fährt. Oh, kann man hier mal. Das nicht geschafft. So, weil müssen wir natürlich hier durch. Dann müssen wir von hier hinten holen. Das ist ärgerlich. So. Naja. Komm. So. Mal durch. So rennen wir hier. Das ist nicht so richtig. Das ist nur ein paar fette Akkublücke, ey. Nein, nein, na mit. Das ist nur ein paar spiceen aus. Das ist nur ein paar fette Akkublücke. Das ist ne ... Bro ... Wir sind ja gerviamente, ne? Ja ... Schön. Wenn du das嘛ignierer h Mans Hunger habe, wir sehr gut這樣哦 ... Ja, das ist ein paarелJustforte. Es funktioniert. Der Sender ist online und sendet im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Kehre zurück zur Monorail-Station. Okay. Im Original war jetzt hier noch ein Hinterhalt tatsächlich. Alles klar. Gefährliche Anomalie registriert. Karatäne wurde aktiviert. Echt, er? Okay, mit ihm habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. So lange der Jäger da ist, kann das System die Abwechslung nicht aufnehmen. Du musst die Türentriegelung überbrücken. Ich versuch. Die Explosion hat die Hälfte der Platinen gekillt. Fast geschafft. Halt ihn durch. Manuelle Entriegelung bereit. Wie? Wo? Jetzt einmal Tschüssi Kosti. Ich hoffe los, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit diesen blöden Knisch. Das wäre jetzt nicht so cool. Die Stöhne und die Ächze, das hört sich fast danach an. Oh, hier war... Oh, okay, Zugzwang. Oh, Alter, wieso steckt der so viel Einfall an der Axt? So. Er ist wohl weg. Aber sicher bin ich nicht. Das System spielt wieder verrückt. Oh, ich sehe wieder Kamerastörungen, die wie mein Bruder aussehen. Er winkt mir zu. Wenigstens ist der Sender unterwegs. Ich richte mal die... Warte. Array-Empfänger reagiert nicht? Scheiße. Die Kommunikation. Wir haben sie nie repariert. Es lag wohl doch nicht am Encoder. Hoffentlich waren die 48 Stunden auch falsch geschätzt. Ohne Kommunikation keine Rettung. Nimm die Monorail zur Brücke. Ich öffne die Tür zum Kommunikationsraum. Guck du, was mit dem Array passiert. Kann nicht einmal was laufen. Kann nicht einmal was laufen. Sie wird das richtige tun. So, was hat er denn? Hau ab. Hau ab. Ach, der ist noch... Ach, nee. Weg, 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 weg. Oh, nein, 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 nein. Verschwinde. Verschwinde. Also die Tosequenzen mit dem ekelhaften Vier. Also wirklich abartig. Richtig abartig. So, okay, alles klar. So, okay. Hm? Ah, auf der Seite. So. To the bridge. Aber, Leute, ich lehne mich weiter aus dem Fenster. Ich glaube, wir schaffen es euch nicht. Ich glaube, wir schaffen es euch nicht. Wir streamen jetzt seit sieben Stunden. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Das ist ja mal mein persönlicher Rekord. Störung in der Energiezuführung. Komm, wir haben. Das ist der Jäger, ne? Scheißdreck. Nächster Halt, Brücke. So, Brücke. Geschafft. Ham, Isaac, ein Schiff kommt gerade an. Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Ein Patrouille vielleicht. Egal. Ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geht zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antworten. Reparieren das Come-Array. So, okay. Wahrscheinlich hier, ne? So, schau mal. Die ist ja tatsächlich immer noch zu. Die haben ja nie aufgemacht hier. Das Lager. Oh, dann werden wir mal kurz mal keinen Abstieg haben. Da gucken wir mal kurz, was hier oben liegt. So, nice, nice, nice. Schön. Credits. Credits. Cash, money, money, cash. Perfekt. Super. So, was können wir dann? Okay. What do we got here? Ah, wunderbar. Schön. Wir können ein paar Platinen verkaufen. Und tatsächlich. Können wir das auch weghauen. So, weil jetzt haben wir genug Schmotterig, um zu sagen, hallo Nummer 4. Sehr geil. Ah, mir fehlt wirklich so ein bisschen so ein, was wir nicht haben können, was wir eigentlich im Original haben. Das war schon cool. Ich habe das auch nicht mehr gemacht. Können es ja mal direkt vergleichen, irgendwie mit dem Full Game bei uns. Ah, das sieht schon ordentlich hier panzert jetzt schon langsam aus. Nicht mehr so viel Plastik. So, okay. Cool. Haben wir es. Oh, der Antrium. So, repartig ist ein Reris-Rotten-Zirer. Repartig ist Koma-Rey. Gefährliche Anmeldung registrieren. Also, ich bleibe da, ey. Das sind echt so ein echt ekelhafter Gegner-Typ, ey. Willst du es aber auch wissen. Oh. Oh. Quarantäne aufgehoben. Ich dachte, ich hätte jetzt hier gerade noch ein paar Schreie gehört. Irgendwie, dass hier jetzt einer von diesem Sprengfurtz-Systemer im Start ist. Aber, äh, sie ist es. Oh, das können wir aufmachen. Schön. Schon wieder. In der lokalen Kommunikation gibt es Rückkopplungen. Wenn sich das vom Kommunikations-Array ausbreitet. Nein, das ist es nicht. So, scheiße. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Und Isaac, pass auf, was du sagst. Ich darf, niemand hört zu. Okay, alles klar. Rein in den Fahrstuhl und ab nach oben. So, oder, äh, nach unten. Ja, nach unten. So, nachladen. Schön, 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 schön. Ah. Okay. He should be that. Okay. 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 Jetzt explodieren wir halt ganz geil tatsächlich, muss ich sogar da lang, ja ich muss sogar da lang, ganz kurz, immer noch verschlossen das Ding. Zweifel, das ist ne Scheiße, ey. So, den haben wir, wunderbar. So, sehr schön. Da waren zwar ne Menge Schuss, die aufgehangen sind, aber die sind tatsächlich relativ, ah ey, der Loop bei denen ist echt undankbar. Undankbar kann man das wirklich nennen. Steht wirklich in keinem Verhältnis zu der Munition, die man braucht, um die irgendwie Platz zu bekommen. So. So, dann, mal kurz mal schauen. Okay, hier haben wir noch nicht drin. Okay, cool, cool. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie Kreditos. Immer alle mit. Sehr schön. So, nun raus mit uns. Und hier vorne, okay, hier vorne komme ich jetzt eh nicht vorbei, weil Schloss noch zu. Hm. Okay. Kontrollraum. Kommunikations-Array offline. Ein Reparatur-Techniker wurde informiert. Die Wanner befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hm. Wenüber. Niemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wenn ich einen neuen, lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Okay, los. Ich behalte hier alles im Blick. So dankbar, dass du mein Team bist. Ja, man sieht, dem Ingenieur ist nicht zu schwör. Bitte Nachricht aus dem Array-Speicher abgerufen. Da muss schnell noch ein Sender geben. Gar kein zum Glück. Captain Benjamin Messiahs am Paragon Jordan Luna. Dies ist meine letzte Übertragung. Danach sorge ich dafür, dass wir unsere Pilgerreise ungestört fortsetzen. Wir haben den heiligen Marker erfolgreich an Bord gebracht. Dr. Kain, Experte für den ursprünglichen Marker, entschlüsselt seine Geheimnisse. Es tut mir leid, dass ich EG-7 unter Quarantäne gestellt habe. Die Arbeit von Direktor Eckert wurde dadurch gestört, aber sie leiden unter einer Art Epidemie. Wie dem auch sei, der planetare Abbau beginnt morgen wie geplant. Die CEC kann ihre illegalen Aktivitäten einstellen. Der wahre Preis gehört jetzt uns. Mal sehen, wie Erfkopf das vertuschen will. Wortmann sei gepriesen. Ein Firesame. Wortmann sei gepriesen. Alles klar. Alles klar. Okay, wir müssen mal durch. Was haben wir hier noch? So, kleine. Beigabe bestätigt. Ist open up. Kleine... Diese kleinen Räume sind halt wirklich echt mal ziemlich cool, weil die halt echt ergiebig sind mit Sachen. So, tatsächlich immer so ein Abstecher, da mal ruhig hin. Schwerelosigkeit aktiviert. So, ist jetzt hier mal ruhig im Karton oder wat? Sollen wir mal jetzt mal ein paar Sachen ein? Uh. Was? Wo? Ja, wo? Wo denn? Sweetbrickimate... Okay... Wahrscheinlich müssen wir erstmal Dugend umgang setzen. Oder aktivieren. Jetzt sind wir wahrscheinlich entweder dort drüben, oder noch nichts dahin. Okay, also wir müssen tatsächlich wahrscheinlich diese ganzen weichen Elemente alle ausrichten. Die Frage muss ich einen nach dem anderen, oder muss ich alle gleichzeitig aktiviert haben? Egal, wir gehen jetzt mal aus. Ja, scheint nicht so richtig alter zu sehen. So, schweben wir hier noch rum? Was ist jetzt hier noch etwa drin? Nachher. Oder sind es tatsächlich nur die, die wirklich zum kompletten Kern gehen? Weil alle kann ich auf jeden Fall nicht anschließen. Gucken wir auch mal aus. So, zack. Du rimm. Raus. Verknurrt doch hier schon wieder. Okay, hier geht erstmal gar nichts. Kann ich an den weichen Bergschirm etwas anschalten, oder so? Hallo? Ah, vielleicht muss man ganz vorne noch ebenfalls mit einer einsetzen. Gucken wir mal. Na klar, ich hätte mal so einen Sockel dafür. Schauen wir doch mal. Vielleicht hätte ich ja auch mal. Da wollte ich doch gar nichts. So ein Scheiß. So, ich wollte doch irgendwie hier vorne. So, aber der gibt ja schon das Signal gar nicht weiter, so wie es aussieht. Hm. Ich verabschiede mich für heute. Habt noch viel Spaß. Hey, Junge. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Und wenn du Lust hast, irgendwie, wir werden wahrscheinlich hier nicht heute durchkommen. Irgendwie machen wir morgen weiter. Ja. Ne? Wenn du Bock hast, irgendwie check mal bei uns auf Instagram, wann es weiter geht. Da werde ich wahrscheinlich die aktuelle Zeit dann irgendwie hochladen. Oder beziehungsweise posten. Ja? Ansonsten. Tschüss. Danke, dass du da warst. Hm. Vorne ist noch was. Schnell, bitte, bitte. Cash. Ja, du. Irgendwann muss ich ja auch noch eh in Wecker gucken. Hast du eh nicht weiter gesehen? Du hast doch noch 100% dabei. Ach so. Ach so. Die Filme meint. Du meinst die Filme. Na klar. Die sind aber geduldig. Junge. Die sind geduldig. Die sind geduldig. Okay. Also krieg ich jetzt tatsächlich mal nur die komplett aus. Die auch wirklich Kontakt mit der, mit der Mitte haben. Das ist bald. So. 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 Den raus. Mal kurz bitte ausrichten. So. Hammer. Das ist ja auch der Hammer. Sobald ich hätte nur komisch finde, ist tatsächlich, dass wir hier Energie haben, die weg geht. Oder. Ja. Die geht komplett durch. Der lässt aber, weil es unterbrochen ist. Weil es da unterbrochen ist. Weil es, ey. Sag mal. Das ist eigentlich so ein relativ einfacher Drehziel möchte ich nochmal hin. Wie gesagt. Mach jetzt erstmal die Kanäle, die komplett durchgehen. Heißt also den raus. Den raus. Na, na. Den da rein. Den raus. Na, na. Und hier geht jetzt ja anders weiter. Na, das versteh mal eh nach. Das ist ja nicht der Ziel von Blütsinn. Das ist ja nicht für ein Blütsinn. Ja. Habe ich hier irgend... Vielleicht auf die Linie achten. Ja. Habe ich halt auch gedacht ne. Deswegen dachte ich erst wirklich, wir verbinden die Stränge, die auch komplett bis zur Mitte runter gehen. Ne. Aber selbst der lässt ja hier vorne gar nichts durch. So, ich guck mal. Symbol technisch. Ah, die haben auch alles. Ah, okay. Die haben andere Symbole drauf. Okay. Nähe ich den Satelliten. Genau. Richtig. Okay. Yay. Was ist das eigentlich schon? So, der war glaube ich hier drüben. Ich nehme die Schnauze. So, jetzt brauche ich also ein... Also wenn es in Linie sein soll... Bräuchte ich ja quasi einen, einen länglichen, der durchgeht ne. Was heißt diesen hier vorne? Ja. 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 Das ist doch scheiße. Was ist denn los mit denen? Ja. Ja. Ich bin die denn? Muss man... Achso. Warte mal. Muss man hier wahrscheinlich rüber leiten, ne? Kann das sein? Ah, der muss mich nicht alles noch zusammen puzzeln. Darf aber nicht wahr sein. Hier ist aber ja keiner, der gerade durchgeht. Das muss ja nicht wahr. Er muss einfach nur... Da haben wir den. Der muss jetzt sein. Und der nehme ich nach rechts weg. So. Okay. Jetzt wird es nochmal interessant. Der muss durchgehen. Ne. 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 Und der muss wieder runter gehen. die Spurkonik. Hört sich auf die Karte geflogen. So ein Kopf der Richtung, nee, der kann sich ja nicht. Ne, der war nicht der Richtung. Die Spurkonik. Der da drüben ist und auch nicht. Er ist jetzt mal. Untertitelung von ZDF, 2020 Ein Slot geht an, so dann haben wir den. Es hat geklappt. Versuch einen Kanal zu Werner zu öffnen. Was war das? Wir runden oder wo? Ne, eins war gut. Und krass ist, dass wir halt die ganze Zeit auf dem Kopf geschwebt haben. Das ist schon cool. Ah, klasse. Rätselmania. So, dann holen wir was los. Hier ist die USM Waller. Dies ist eine Antwort auf das SOS Signal der USG Ishimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Wir haben die Rettungskapsel gefunden. Rettungskapsel? Nein, irgendetwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikations-Array. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Ich schwöre, wie viel Scheiße hier passiert, Alter. Das ist... Es geht auf keine Kurort. Es geht auf keine Kurort. Hat hier nicht mal einmal geklappt. So, okay. Einmal nach da. So, jetzt kommen die dunklen Necromorphs. Die haben wesentlich mehr Power als die hellere Variante. Und man merkt es tatsächlich auch gleich, wie viel Moon-Name dabei drauf fehlt. Die sind schon übel. Die sind schon übel. Was? Wo ist es? Was? 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 wird gegründet. Mensch, wir sind ein Umgegneter von uns. Persönliches Logbuch. E-Bailey. Erster Kommunikationsoffizier. Unser Besucher. Es ist wieder passiert. Das dritte Mal. In den letzten, wie lange auch immer. Ich kann nach der Schicht rein und Rousseau war wieder am Sender. Xil sah furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob Xil seit dem letzten Mal, als ich Xil hier erwischte, überhaupt geschlafen hat. Nicht gerade beruhigend. Rousseau hat mich nicht kommen hören, also habe ich diesmal nur gelauscht. Xil unterhielt sich wieder mit der Kommunikationsstaffel. Xil redete und hörte zu. Dann lacht der Xil sogar. Gott, wie lange ist das her, dass jemand auf diesen verdammten Schiff gelacht hat? Mir wurde ganz schön oft, dass wir Xil gesagt haben. Ich weiß, ich sollte Maschinenraum Bescheid sagen. Ich habe Rousseau schon mehrmals gesagt, dass wir keine Kommunikationsstaffel haben. Dass die Anlage irreparabel kaputt ist. Dass niemand kommen wird, um uns zu retten. Und Xil hört mir zu, aber es ist, als würden die Gedanken einfach wieder aus Xil's Kopf verschwinden. Als ob ich es, als ob es zu viel wäre. Ich verstehe das, alles auf diesem Schiff ist zu viel. Diesmal lasse ich Xil einfach, also einfach reden. Wenn ein kaputter Sender und ein Mikrofon voller Rauschen Xil hilft. Vielleicht sogar dabei, das Schiff ein wenig länger am Laufen zu halten. Wer bin ich, darüber zu urteilen? Und ja, vielleicht habe ich selbst ein oder zweimal Feierabend, Feierabend, den Sender benutzt, für alle Fälle. Da heißt es in diesem Gedicht, Hoffnung sind Lieder ohne Worte, aufs Neue unentwiegt. Xil. Heftig. Let's go out on the bank. Und für den, ah, der Flammenwerfer. Woo, okay. Da ist da ein bisschen was dazugekommen jetzt. So, Luft. Denn Chineso ist ganz geil. Die Stase Dauer ist natürlich auch sehr cool. TP sind so, ah. Ah, Stars Energie. Ja, eigentlich geil, irgendwie. Eigentlich geil. Ich würde mal sagen, komm mal mit raus, ah. So, TP. Und dann haben wir hier noch Chinese Greifreichweite. Alles klar, cool. So, fahre wir die Antennen aus. Puppe, was los? Das ging aus einer anderen Welt. Ekelhaft. Genau daran erinnert mich so viel. Geht da noch? Einfach ekelisch. Das verspricht Loot. Oh, was haben wir hier? Waffen Upgrade. Oh, hallo. Schönes Ding. Ja, da müssen wir gleich noch mal kurz nach Bank zurück, irgendwie. Weil, Waffen Upgrade. Da müssen wir noch mal schauen. Wir haben zwar jetzt null Knoten, die wir verteilen können, aber ich denke, es hat die irgendwie verauscht. Aus dem Menü. So, das war genau. Lass mal Kater. So, und Schwump. Schon noch mal ein paar neue Knoten am Start. So, Kapazität. Ist very important. So, was haben wir denn hier? Nahkampfangegriff können Gegner zu Boden werfen. Schau mal. Also, cool, aber eigentlich will ich ja nicht erst zum Nahkampfangegriff kommen lassen. Ich weiß nicht, dass ich mich jetzt beschwere irgendwie, wenn die Knoten mehr frei ist. Ist ja die, gerne. Aber tatsächlich irgendwie mehr Damage wäre besser. So. So, seht ihr, was ich meine? Die halten halt schon wieder was aus. So, realistisch. So, kann man sagen, okay, wir versuchen diesen Kapitel noch zu beenden. Und dann machen wir einen Cut für heute. Weil ich denke, bei allen sind schon leichter Mülluchserscheinungen da. Also, ganz weit vorne bei mir. Okay, hier müssen wir rein. Hier haben wir noch den Knötchen. Cool. So, dann haben wir hier Plastienenergie. Alpex. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt bin ich hier leider. Türen blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Kann der mal kommen? Ja, ich kann die Bauer nicht erreichen. Was ist gut, der am Henne? Der Leviathan blockiert ist. Er muss sich am Kommunikations-Soray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Na klar. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit. Doch, mit den AAS-Kanonen. Manuelle Zielefassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier du dich auf die Bauer. Ja, der Leviathan ist schon wie Hartnäckiger Ausschlag und wie er hält sich ewig. So, okay, alle klar. So, dann haben wir jetzt hier das gleiche wie vorhin. In der Hoffnung. Oha. So, komm, hier an, Junge. Ah, schade. Ich kann mich immer so ein bisschen weg hier. Jetzt hau rein. Komm. Warnung. AAS-Kanone zerstört. Das ist blöd. Das ist doof. Wie kann man denn davon? Oh, krass, 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 krass. Okay. Ah, wunderbar. Hier oben kann ich ein bisschen Sauerstoff hinzuschnappen. Sehr schön. So, hier ist auch die zweite. Hey, 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 hey. So, annehmen wir. Und. Alter. Perfekt. Immer schön reinbomben hier. Hey. Und weg. Sehr schön. So, komm. Show me. Den Sweetspot. Alter, das ist ja nicht so eine Feuerrate von den Dinger. Sternzerstörer-like. Oh. Ah, okay. Jetzt müssen die Hülle anscheinend wegschießen. Das muss ich wegschießen. So, komm sie. Warnung. AAS-Kanone zerstört. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist denn los? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kann ich die? Nee, kann ich noch nicht. Ach, du Schande, Alter. Das sind jetzt einfach Minen oder was? Das ist ja mal eklig. Das ist ja mal eklig. So, du sind... Oh, hey, 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 hey. Schieb mich tatsächlich immer dahin. Okay, das ist natürlich ein bisschen krass. So, dann gucken wir mal erstmal ein bisschen Sauerstoff. So, lass uns da mal kurz hier die Lage bewerten. So, wir haben keine Kanone mehr. Ich schieße mal hier jetzt erstmal die alle mal. Nee, die kommen nicht. Ich schieße mal weiter. So, damit verletze ich auch den Libyatan nicht. Muss ich mich jetzt irgendwo hinstellen, wo er sich die eigene Mine reingreift oder was? Da hinten ist tatsächlich noch eine Kanone. Schau mal an. So, dramatisch ja, alles. Mann, 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 Mann. Gehen wir weg, bitte. So. Okay, klar, Randa. Oh Gott, das will. AAS Kanone zerstört. Äh, toll. So. Dreckiger Fleischklumpen. Ich versuche es nochmal mit der manuellen Entriegelung der Antenne. Tours. Die Übertragung ist einsatzbereit. Das ist auch mal ein Abgang. Wie, kraft. Einfach und eh schließen. Ich hoffe, ich bin hier vorne, wie es hier drin war, oder? Oh, nie. Doch, wie? Wie? So. Hier drücken wir hin. Das nimmt tatsächlich nicht vor. Schwererlosigkeit deaktiviert. So, Liliatarn, den Rest jedem mit einem Impulsiewert ist natürlich aber auch schon mal eine Ansage, Alter. Großartig. So, links, rechts, Chaos. Und einmal hier vorne links rein. So, können wir jetzt bitte hier den Fungsbruch absetzen? Das wäre so schön. Ja, du kommst jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, oder? Wir sind zu spät. Die Mauer! Der kommt direkt, was ich suche! Fässer! Oh, schweiß ich nicht. So, wo jetzt raus? Geht jetzt raus. Ich dachte schon, die Hülle ist jetzt so viel rissen. Daniels, was ist denn passiert? Irgendwas hat uns durchgeschüttelt. Was war das? Ein Asteroid? Die Finger sind jetzt auf der Vela. Einem Rettungsschiff. Sie fanden deine Kapsel. Und das, was Malchen war. Verflucht der Scheiße. Die Vela ist hinüber. Bis ein anderes Schiff das SOS-Signal empfängt, sind wir längst tot. Nein, das wollte ich euch sagen. Ich habe einen Shuttle auf dem Besatzungsdeck gefunden. Voll intakt. Im Logbuch steht, dass der Singularitätskern des Shuttles fehlt. Das hilft nicht. Stopp. Vielleicht doch. Wenn der Singularitätskern der Vela noch in Ordnung ist, könnte ich ihn bergen und in das Shuttle einbauen. Und dann sind wir raus hier. Wo ist die Vela jetzt? Bei der Kommunikation. Position halten. Isaac, ich schnapp mir einen Anzug und gehe auf die Vela. Wir treffen uns dort und finden den Kern. Die CEC darf gerne warten. Ich rette, was ich kann. Eintritt im Vakuum. So. Sieht schon großartig aus. Sieht schon total aus. So, nach hinten. Ab an Bord der Vela. Isaac, ich bin an Bord. Die Vela ist kaputt, aber ich kann die Brücke erreichen. Was war denn das? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Fahrtrucks. Nice. So, alles klar. Speichern wir mal. Oh, nice. Und wir sind instant drin, Alter. Das ist geil. Das ist geil. Das finde ich gut. So, okay. Kurz nochmal einfummeln hier. Äh, äh, dit, 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 dit. Gut, alles klar. Na denn? Wollen wir nochmal loslegen, ihr Lieben. Wie gesagt, sollte irgendetwas nicht stimmen, irgendwie schreibt es drin, irgendwie. Und soweit ich mich daran erinnern kann, ist auf der Vela wieder ein neuer Feindestyp am Start. Und die sind nicht ohne diesmal. Und mal schauen, ob sie beigeblieben sind. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber das waren auch so stellenweise ein bisschen Angstgegen bei mir. Kein Höck, wir haben ein Problem. Die Bälle hat ein 12 Megaton Sprengkopf an Bord. Der Tropädo-Raum wurde schwer getroffen. Du musst dich sofort um die Atombombe kümmern, bevor sie hoch geht. Kümmern? 12 Megaton? Du weißt schon, dass ich kein Atomtechniker bin. Du musst nur den Sprengkopf stabilisieren und ihn entsorgen. Aber nicht in Richtung wie Ishimura. Oh man, Hammond. Du hast doch noch nie Monster mit einem Plasma-Cutter zerlegt. Bisher hast du alles geschafft. Ja, na dann lass uns doch mal eine Atombombe entschärfen. Drunter machen wir halt auch nicht mehr. Es ist wirklich, also man glaubt es ja gar nicht. Eine Atombombe. Mal gucken, wie das nächste Szenario ist. Ey, uns fällt jetzt gleich ein Mond auf den Kopf irgendwie. Den, äh, Isaac. Kannst du den mal kurz, ganz schnell mal. Was machen die eigentlich die anderen? Was machen die anderen eigentlich? Die gammeln irgendwo rum. Und schicken uns nur irgendwelche Ofiarmen zu. Diese Penner. Alter, die sind aber auch alle ordentlich fertig gemacht worden hier. Mann, Mann, Mann. Ach du Scheiße. Ich muss sagen, ich finde das neue Rüstungsdesign ziemlich geil. Wäre natürlich schön, wenn ich ohne so einen Anzug bekommen könnte. Ich kann mich dran erinnern, dass... Ich glaube, bei der... Beim Original, wenn du das... Stirb! Dankeschön. Wenn du das... Ich glaube... Alter, was ist denn los mit dir? Nein, ist denn der Jäger? Nee, okay. Glaube nicht. Ähm. Satz zum dritten Mal. Ja, und das ist nämlich das Problem auch. Die bewegen sich extrem schnell irgendwie, weil die mit den Stars-Einheiten verbunden sind. So, jetzt zum vierten Mal irgendwie. Bei der Version, die ich damals hatte, konnte man tatsächlich als Anzug... Einen von diesen Vailer-Suits nehmen. Irgendwie. Und der sah ziemlich geil aus. Der sah richtig geil aus irgendwie. Und ich hoffe, ich kriege ihn ebenfalls nochmal hier. So, kurz gucken wir, ob hier vorne... Man muss immer Luftschleuse. Ah, hier finden wir doch was. Schön. Also es lohnt sich wirklich immer, abseits der Route immer nach links und rechts zu schauen. Es sei denn, es wird zu groß. Aber selbst hier ist ein geschlossener Raum. Oh, krass. Oh, krass. Texel-Org. Verschlusslacher. Priorität schwarz. Commander F. Keddingen. Chief of Stave. Äh, Erdverteidigung. Operation. Weißes Licht. Standort. Ergis System. Ergis 7. Ziel. Gründliche Reinigung. Einsatzbefehle. Setzen Sie den Shockpoint-Antrieb von Ergis System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Ziele. Ziele. 1. 1. Die Wähler war von vornherein instruiert und wusste davon. Klingt jetzt aber auch so ein bisschen irgendwie, ähm, das widerspricht wie ja den Textlog irgendwie. Normalerweise müssten doch jetzt eigentlich alle Leute darauf vorbereitet gewesen sein, irgendwie auf das zu treffen, was hier ist. Mit Eindämmungsprotokoll, Euridike und sonst irgendwie wie das alles hieß. Verstehe ich jetzt tatsächlich ja nicht. Oh, es waren Außerirdische. Na klar war es Außerirdische. Luftschleuse. Luftweg. So, ich gucke mal ganz kurz hier noch ein bisschen rum. Ah, oh schön, schön, schön. Super. Hat sie einen neuen Lot. Haben wir noch einen Knoten. Okay, dann zurück zum Wegpunkt. Let's get back to the waypoint. So, okay. Wir haben 5 Kapitel heute noch vor uns. Also ich weiß, dass es 13 Kapitel sind, wie im Original. Und, ähm, die ziehen wir heute durch. Die ziehen wir heute durch. Wir schaffen das. Warum? Was ist hier los? Warum geht der fast doch nicht? Warum ist der, was ist hier los? Wieso? Warum? Ja, der wird jetzt wahrscheinlich kaputt sein, ne? Ja, der ist kaputt. Schön. Wo kriegen wir denn jetzt bitte einen neuen Akku her? So, okay. Laufen wir mal nach hier. Vielleicht. Also in dem vorderen Bereich. War glaube ich. Oder? Ne, da war. Doch, da war auch einer, oder? Klar war da einer. Schwuppdiwupp. Schnell da hin. Nehmen wir uns den. Okay. So. So. You need to meet me, baby. Ah, shit. Hinter mir? Das fiese an diesen Stase-Soldaten ist halt einfach, die bewegen sich, ähm, extrem schnell. Ja, hat man jetzt vielleicht in dem Moment nicht gesehen. Aber auch so ruckartig, so horrormäßig. So, bam, 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 bam. Und dann sind sie bei dir. Ganz eklig. Wie gesagt, Angstgegner. Bei mir. Weil die halt sehr schwer in engen Räumen unter Kontrolle zu halten sind. Und dann muss man schon ein bisschen einfach wild umsichtbar, um die Sachen mit der Kontrolle zu bekommen. Oder man muss halt einfach so ein Pro wie Benny sein, irgendwie, der halt einfach keinen aim hat. Ich eher nicht. Ich hab nur bei The Forest hab ich ein bisschen aim mit, mit dem Stock mit dem Seil dran. Nein, das kann ich. Wer bist du? Ach, du bist Kain. Den haben sie jünger gemacht. Ich habe den Marker für die Kirche untersucht. Ich spreche nicht mehr mit Onythologen. Der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht an. Ach, nein. Don't go. Don't go the way. Radioaktive Strahlung. Läuft doch. Wunderbar. So. Hier wird man ein bisschen zerkloppt. Torpedoraum. Auch ein Raum, wo ich jetzt nicht unbedingt feuern wollen würde. Oh, scheiße. Hier, ich hör sie doch. Ich hör sie doch schon überall hier. Oh, da ist er. Nein. Oh, 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 okay, okay. Okay, alles klar. Den muss er auf jeden Fall stunnen. Und muss ihn wahrscheinlich so töten irgendwie, dass sein Explosiv sagt irgendwie, Hashtag Wartzen, nicht beschädigt wird. War klar, dass das passiert irgendwie, wenn er nicht explodiert. Torpedoraum. Vorsicht, radioaktive Strahlung. Die Frage ist, ob ich ihn auch einfach rauslaufen kann. Ich probiere mal erstmal mit der Stase. Nein, runter. He's here, he's here, he's here with no fear. So. So, da gibt es noch kein Zug, glaube ich. Mal schauen, wie viel noch kommt. Wenn es mehrere sind, wird es schwierig, tatsächlich. Und natürlich werden es mehrere werden. Das Spiel macht es mir auch nicht unbedingt einfach. Okay, hier muss man batterieren. Wo ist der Neckwald? Hallo? Da ist er. Okay, er kommt nicht weiter. Das ist aber auch fies jetzt hier. Okay, er hat sich da so ein bisschen festgestockt. Bleibt ein Problem. So, aber irgendwo muss tatsächlich noch die Batterie sein. Ach, da hinten, wo zwischen blau leuchtet, wahrscheinlich... Ja, genau. Genau da. Schön. Schön. Nicht gut. So, wie komme ich denn jetzt da zu ihm hin? Muss er überhaupt dahin? Da ist doch ein Ding alleine. Ja, ein Coincheck. So, ich hoffe, er kommt jetzt nicht doch irgendwo da raus. Aber es sieht erst mal so aus, dass er das nicht schafft. So. Na denn, Waffensteuerung ran. Und Schusskopf fliegen. Hab gebraucht. Okay. Sprengkopf wurde angeboten, allein ihre Brücke. Okay, der Sprengkopf ist weg. Hermann, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Welle nur auf Patrouille war, warum hatte sie dann eine Atombombe an Bord? Und wenn sie jetzt nicht haben. Was ist da noch hier draußen außer uns? Ja, ich weiß. Ich lade gerade den Munitionsbericht herunter. Ich mache dir den Weg zum Maschinenraum frei. Hol den Singularitätsgern und lass uns von hier verschwinden. Ihr könnt ja jetzt tatsächlich noch. Aber nee. Aber nee, komm. Kein Risiko. Zwo, drei Risiko. Wie findet ihr eigentlich die neuen Emotes? Die fallen ihr euch? Oder wünscht ihr euch noch ein paar andere? Findet ihr, vielleicht habt ihr ja noch so ein, zwei Ideen von klassischen Sachen, die ihr öfters hier auf dem Kanal hört. Wir haben jetzt erstmal die genommen, die jetzt hier wirklich die Gassenhauer sind. Und, äh, falls euch noch was einfällt, jetzt haut mal in den Chat rein. Wirklich? Dich, mein Freund, mag ich nicht. Denn du bist ekelhaft. Oh, tatsächlich ein... Ach. Ein Gegnertypus irgendwie, der wahrscheinlich am besten mit einem Flammenwerfer zu bekämpfen ist. Oder halt in Star-Sin. Aber nicht wirklich mit einem Impulsivär. Aber tu trotzdem mit dem Impulsivär. Nächst Liebe. Das ist mein Gewehr. Oh, shit. Okay, wir müssten eigentlich raus. Ein bisschen langwierig. Schießstand. Guck mal. Ein Schießstand. Wollen wir mal? Schießstand online. Vorsicht. Übung mit scharfer Munition. Wo denn? Ach, krass. Ah, ihn hat er schon verpasst. Ehen auch schon verpasst. Das wird nicht, ne? Muss ich ins Areal rennen? Ach, ich stand da. Hahaha. I got no aim for this. Ist doch nicht wahr, Alter. Nehme ich noch mit. Ach so, ganz großes Problem natürlich auch an den, äh, äh, Soldaten hier. Mit Fall an den Stars-Soldaten ist, dass du sie halt nicht stunn kannst, ne? Du kannst sie halt nicht... Wo ist er? Nein, ist er. Wow. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist er. Der kleine Wiescht. Hahaha. Aber, aufsache, wir machen heute Übungen hier fertig. Fehler. Schießstand außer Betrieb. Bitte Wartung kontaktieren. Den kompletten Schießstand sind am liebsten hier. Wunderbar. Ganz toll. So, okay. So, ich finde die Mots aktuell perfekt. Mein Lieblings ist es das. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool irgendwie, das mit uns beiden zusammen. Ja. Ihr könnt natürlich, ähm, auch mal schauen, dass ihr, wenn ihr das wollt, äh, Emotes kombiniert miteinander. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, äh, sind das schon die Emotes irgendwie, die kombinierbar sind? Ne, tatsächlich noch nicht. Ah, schade irgendwie. Weil wir haben noch 1 Spee of Heile irgendwie. Die können wir aber nicht, weil wir halt noch nicht den nötigen Status haben. Irgendwie mit rein droppen. Äh, da kann man dann halt, da sagt den Twitch, hey, komm, alles klar. Ihr braucht dann hier mehr Follower oder ihr braucht dann sonst was mehr. Ja, dann könnt ihr das gerne machen. Und, äh, das wollen wir aber jetzt nicht unbedingt forcieren. Von daher sind es jetzt erstmal die Essentials, die ihr jetzt da seht. Und wenn es euch gefallen, würdet uns natürlich sehr, sehr freuen. Aber falls ihr noch Verbesserungsvorschläge, äh, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, irgendwie würdet mich, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr die uns mitteilt. So, das war ein ganz schön gestotterter Satz. Ja, die Lacht war lang gestern. So, das meine ich halt um dieses, ah, ist jetzt, wie es ihr macht. Oh, 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 oh. Jetzt sind sie alle 2. Ja, Pener. So, wenn man die Starseine hält bei dem Tripp, wenn man denn Glück hat, dann sind sie halt wirklich in Starse. In der Zwischenzeit eher nicht. So, dann hat man natürlich auch den Exklusivkanister, der da im Feuer steht, oder beim Feuer steht, nehmen können. Du, ich verbisse mich mal hier lieber. So, hier noch ein paar Anzüge. Alles klar, wir müssen immer noch durch die Tür. Machen wir das mal. Berge den Singularitätskern. Kumpel! Oh, er hält sein Bein, Alter! Oh, scheiße! Willst du einen Midi-Pack haben? Ach, kacke, Alter! Ach, das ist das fies, ey! So, haben wir hier drüben irgendwas? Ja. Wir haben leider nur 5 Slots verfügbar. Genau. Oh, shit! Oh, kacke, okay, alles klar. Laser. So, dann komm mal. Ja! Liebe Kinder, rennt niemals in Laser. Don't do this at home. Don't try this at home. So, Starse aufladen. Und wir müssen natürlich den Laser etwas... Wusste was? Oder nie? Nee, dann bin ich in Laser. Hm. So, die Frage ist nur... Ah, schön. Ich muss kurz sagen, gibt er noch? Drop den Stuff, mein Freund. Health-Pack. Starse schnell wieder voll machen. Und den E2 hier weiter. Nee, kennst du nicht. Nein, Alter, mach's nicht. So, da haben wir leider auch nichts. Die ganzen Sachen sind schon nicht geil gemacht. Drei Teams, eine Mission. Aviation, Weapons und Engineering. Und da ist die Errettungskapsel. Scheiße. So, dann gucken wir mal, wo Chan ist. Alter, hat der die zerlebt, ey. Hat der denn keine Waffe und Mischt bei ihr habt? Was ist denn los? Irgendwie wollt ihr mit einem Willkommensstreuß seite ein Kommen oder was? Ach, Leute. Leute. Kann man doch nicht machen. So, haben wir noch irgendwas in der Kapsel drin? Nee. Oh, oh. Wo ist die Nummer drüber endet? Who knows? Und überall sind es da, sind Kapseln. Ich denke, ach, der Scheiße. Okay. Unbekannte biologische Gefährdung. Aufregelung, eingeleitet. Den sind draußen. Das ist nicht so geil. Oh, die Ketten sind ober. Okay, alles klar. Jetzt wird sie ein bisschen stressig. Ist er? Oh, shit. Dicker Kamm, Mama. Ach, du Schande, Alter. Okay, alles klar. Haben wir. Aber habt ihr gemerkt? Wurde kurz ein bisschen hektisch. Ja, ich habe mir was ingetreten. Wurde kurz ein bisschen hektisch. Aber gegen noch. Ich würde hier drüben noch schnell die Sachen einsammeln. Ich würde hier drüben noch schnell die Sachen einsammeln. So. Okay. Weg geht weiter nach da. Ich würde hier kurz in den kleinen Abstellraum nochmal reinschauen. Hier hätte ich mich natürlich auch gut raus verteidigen können. Irgendwie dann werden sie bis von vorne gekommen. Aber wenn sie drin gewesen wären, wären sie drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz wäre eine schöne Position gewesen, strategisch gesehen. Rückenfrei. So, okay. Laut Munitionsliste gab es auf der Fälle auch nicht nur eine Atombombe. Sie waren für einen Krieg ausgerüstet. Es war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Wir waren alle schon tot. Seitdem wir hier ankamen. Ja. Absolut. Woher weiß Hammond das jetzt? Der hat dort den Textblock ja nicht gefunden. Wäre natürlich cool gewesen, irgendwie, wenn die das so gescriptet hätten, dass Isaac dadurch, dass er den Textblock gefunden hat, darauf reagiert hätte. Und hätte er den Textblock nicht gefunden, so reagiert hätte, wie er jetzt reagiert hat. Das wäre natürlich noch eine geile Kiste gewesen, irgendwie. Gut. Okay. Quillets. Okay. Dann lass uns doch mal so einen Motor klettern hier. Schön. Okay. Heiß, 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 heiß. Okay. Der geht gar nicht aus. So. Ich würde mal vorsichtig sagen, den Old noch mal. Kann ich? Nee. Tatsächlich. Das wird nicht funktionieren. Hier kommt nicht durch. Bringe hier. Ach, Alter. Das ist das beste Arbeitsplatz ever. So. Das ist wohl so ein klassisches Beispiel dafür, dass hier hinten irgendwann total geil sein könnte. Oder, dass tatsächlich da der Punkt zurückgehen muss. Okay. Muss zurück. Vorher muss ich zurück. Nein. Die ist ja nicht drin. Na, die ist doch krass. Aber der ins Weg. Was ist denn da vorne? Speichernpunkt? Oder geht das wahrscheinlich? Das ist da, die Station. Gut. Hier hin. So. Und dann die Plätzchen. Reichtet? Reichtet. Das war knapp. So. Okay. Und? Wo soll ich jetzt hin? So da. Okay. Ist doch nicht wahr, oder? Ist doch nicht wahr. So. Was haben wir denn hier? Aber klar. Hier müssen wir den wahrscheinlich... Hier müssen wir den raus haben. Ah. Ja. Das ist ärgerlich jetzt. Aber egal. Schaffen wir auch. Ja. Ja. Kommst durch. Hey. Überlegt euch mal. Ihr müsstet hier arbeiten. Und ihr seid eher so die nordischen Typen. So. 15 Grad. Der Scheiße. So. Uh. Nee. Umdrehen. Umdrehen. Schön auf engsten Raum. Wunderbar. Geil. Läuft. Ja. Er hat jetzt auch nicht so viel abbezogen. Ich kann ja durchwenden. So. Wir müssen da stehen. Und. Schutzhalter. Bitte. So. Was haben wir jetzt auswahlen? Aufzüge. Völlisch. Ja. Völlisch. Anlage. Wie machen wir was? Ich habe auch gar nicht da. Wieder an. Nein. So. Okay. Ich schalte mal jetzt gut rum. Habt ihr nämlich mal damit ein bisschen Bock? Geht mir mal mit dem Plasma Cutter jetzt gerade unterwegs zu sein. Und rein von der Munition her. Wir stehen eigentlich aufrecht. mit dem Plasma Cutter da. Deswegen muss man da mal ein bisschen mal raus mum bilden. So. Okay. Lass mich raten. Auf zum Aufzug. So. Schön. Ist auch alle draus. Wunderbar. Nun dann. Love in the elevator. Love in the elevator. Und alle Tüte schmiert hier um. Wunderbar. Schön. So. Hier habe ich wahrscheinlich keine. Kannst du mal. Hier kann man das machen. Und wo kommt man hier lang? Also. Unbekannte Europäische Detärbung. Absiegelung eingereifelt. Hennert. Was machst du hier? Jemand muss die Tür öffnen. Was? Was macht Hennert hier? Das ist Shen. Schießt noch, Mann. Buchst du dich. Das ist nicht Shen. Buchst du dich. Buchst du dich. Buchst du dich. Buchst du dich. Sch Buchst du dich. Buchst du dich. Okay, krass, haben sie auch ein bisschen abgeändert. Tatsächlich wurde Hammond im Original von so einem Dicken getötet wie unten. Krass, okay. Aber was macht der bitte auf der Vailer? Wie ist der auf die Vailer gekommen? Kommen sie von der USM Vailer. Oh, okay, okay. Ja, im Notfall nie einen Aufzug benutzen, aber was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du machen mit der Vailer kommen für dich? Auf in die Speisewahl. Oh, was ist denn hier für eine Deutsche? Hm. Ja, okay, Wärmetauscher ist also offline. Oder so kalt. Aber was wurde er jetzt gesagt? Oh, scheiße, oh, scheiße. So, jetzt hoffentlich ist er der richtige Weg. Erstmal der richtige Weg. Los, komm, lauf, Junge! Oh, warte mal. Moment. Unterkünfte. Planung, kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. Okay, findet man da noch was. Keiner ruhig. Erstmal Cutter. Kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. Ein Charakter drin, oder? Ah, ich bin da lang gelaufen, so eine Scheiße. Okay, so, okay, lang. Dann würde ich tatsächlich dem Typen noch mal hinterher laufen. Eventuell finden wir da vorne nämlich noch was. Weil das Spiel baut jetzt nämlich so eine Art Stresssituation hoch. Wo du schnell raus, schnell raus, schnell raus. Irgendwie in der Gruppe nicht, dass irgendwas passiert, wenn ich jetzt hier einfach mal eine Minute stehen bleibe. Aber passiert auch nichts, weil ich hier nicht durchkomme. Aber gut, jetzt wissen wir was. Schön. Okay, also dann. Durch die Unterkünfte durch. Dann sind wir relativ schnell wieder. Der Ausgang. So, und wir driften dann einfach in den Spaceman. Und wir drüben mit uns. Das Rennen ist ein Krampf in dem Spiel. Ist wirklich ein Krampf. So, und jetzt Verpissung mal damit. Alter. Aber höchste Eisenbahn. Wo hängen wir gerade? Das ist so cool, dass er jetzt diesen Reifen noch auf dem Anzug hat. Echt nice. Echt nice. Okay, wir sind wieder in der Kumpfstation. Isaac, komm rein. Ich bin hier. Scheiße, das war knapp. Sam, Johnson, jetzt Hammond. Und ich sehe Bewegungen auf der Welle. Ich glaube, einige dieser mutierten Soldaten sind an Bord gekommen. Was ist mit dem Singularitätskern der Welle? Es ist voller Blut. Aber ich hab's. Ich hoffe, Hammond hat er recht mit dem Shuttle. Er sagte, er ist auf dem Besatzungsdeck. Genauso wie alle Unithologen auf dem Schiff und der Marker. Du musst... Moment. Jemand hat die Tür in der Nähe des Brückenatrium geöffnet. Damit kommst du aufs Besatzungsdeck. Aber wer ist noch übrig und hat so eine Freigabestufe? Isaac, irgendetwas stimmt nicht. Wir müssen das Kassel erreichen. Sei bitte vorsichtig. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Only one left. So, Kapitel 10. Swammy. Ich finde den Rick von Mono-Rail Supervisor Oboil. Knutschen und Knacken. Ach, da müssen wir. Wir waren auch... Wir waren gestern hier schon überall drin, ne? Oder? Ja, das sieht schon aus. Okay. So. Denn auf geht's, Isaac, mit deinem kleinen sympathischen Affengang. Ach, ja. Raus und Brom. Hier waren wir noch nicht drin. Doch, hier waren wir drin. Warum liegt denn jetzt ein Bier mal drin? Interessant. Okay. Dann weiter geht's. Connection raus. Packend, packend, packend. So, was kann dieser Dr. King jetzt von uns wollen? Das hat ein Unithologe? Unithologe, was er gesagt? Unithologe. Interessiert das für Vögel? Wie geht's? Wie so ein schräger Vogel sind? Okay. Das ist der Weg. Ich bereiche das VIP-Shuttle. Ein Store. Nice. Schön. Können wir erstmal kurz die Platinen verkaufen, die wir haben? Und davon haben wir ja tatsächlich nicht wenig. Oh. Klingelt aber an der Kasse. Schön. 30.000, das macht Spaß. Sehr schön. So, hiervon würde ich auch noch zwei Stück verkaufen. Das große lassen wir mal da. Und von den kleinen können wir eins verkaufen. Und natürlich die Starsapacks. Sehr schön. So, ist das etwas Neues? Ich kann hier kaufen. Hier. Nö, ne? Na dann. Wie viele Knoten haben wir denn? Sechse haben wir. Sieben. So, dann lassen wir, würde ich mal sagen, noch 30 auf der Uhr stehen. Wer weiß. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. Wollen wir sagen, irgendwie das... Vielleicht für die Riggstufe 5. Na, brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle. So, okay. Jetzt haben wir nochmal den Weg. Jetzt haben wir... Immer wieder schön, mit der Leute zu sein. So. Wo ist denn mein Bewegungsmelder, wenn ich mal brauche? Ach, geil. Ach so. Lauf's auf. Warte. Laufen? Wirst du jetzt laufen? Warte mal hier vorne kurz gucken. Das sieht nämlich auch so schön verstecken aus. Die sind topisch. Keine Monster, bitte. Der Dali sagt, keine Monster. Das ist da. Ja, das ist jetzt davon. Das ist die Rigg von Benson. Er hat uns jetzt nach da vorne geleitet. Und hier liegt die Rigg. So, geil. Weiche das VIP-Shuttle. Ja. Okay. Hier ist nichts. So, nehmt es mir bitte nicht kommen, wenn ich ab und zu mal ein bisschen still bin, weil ich werde halt auch natürlich extrem in dieses Spiel ringesaugt irgendwie und man hängt irgendwann da und so... Oh Gott. Und man muss ja auch nicht wirklich jeden Furz werbar die Seelen durch den Kopf schießen. So. Besatz im Stack. Mannschaft. Grüßt euch. Dumme und Revierkontrolle. Ja, der Spin kann man sauber machen. Dankeschön. Nehmt mal mit. So, hier vorne findet nichts. Da ist nichts. Let's go in the elevator. Oh, ne Bank. Nice. Two time. So, okay. Gucken wir doch mal erstmal beim Anzug. So, beim Anzug können wir noch ein bisschen TP dazu gucken. Und ein bisschen Stase. So. Das war's jetzt erstmal mit dem. Ich warte aufs nächste Update. Und... Plasma Cutter. Der Plasma Cutter. Geil. Wir können tatsächlich das nächste Special freischalten. Lass mal die Leute umhauen im Nahkampf. Jetzt, wie gesagt, ich hab's gestern schon gesagt, nicht unbedingt mein favorisierte Special. Aber, besser als nichts. So. Beim Impuls hier wären, sind wir immer noch beim Gleichpunkt. Genau. Alles klar. Swim. So, wie viel fasst jetzt der Cutter? 22, ne? Das ist doch schon langsam eine ganz akzeptable Kapazität. Ich muss sagen, spielt sich wirklich mit dem Maus und Tastatur sehr, sehr cool. Das kann man auch überlegen. Ich hab' mit dem Xbox-Pad, aber... Irgendwas auf dem Besatzungsdeck stört wohl das Signal. Ich weiß, was dieses Etwas ist. Wenn der Maus aktiv ist... Scheiße! Das Besatzungsdeck ist abgeriegelt, aber die Deckleitung hat vielleicht einen Schlüssel. Letzter Aufenthaltsort war der Sportbereich. Wie lange dauert es, den Singularitätskern im Shuttle zu installieren? Nicht lange. Wenn mich niemand aufhält. Hau rein! Wir dürfen Ihnen den Maus nicht überlassen. Alles klar. Dann machen wir auf. Dann gehen Sie rums. Dann haben wir noch ein paar Credits. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. So, das ist die Monorail. Zum Besatzungsdeck. Ohhhh, nein. Nein, 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 nein. Nein. Das ist aber eine richtig lange Erinnerung. Wunderbar. Schön. Wir sind's. Bei den Onyologen gelandet. Geile Poster. Blood of Medusa. Wollt ihr mir angucken, die Film. Darkfield. Hm. Was ist das hier? Beyond Metalfest. Geil! Da eben mal hin. Welche Benz spielen denn? Welche Benz spielen denn? Ich muss mal kurz gucken. Vectors of Illness. Unwilling Prophet. Child of Xixxuluk. Soul Enlaced. Black Beats. Hahaha. Schön, schön. So. Black Pillars. Wunderbar. Nee, Dark Pillars. Ja, du. Nimm ich auf jeden Fall, äh. Nimm ich eine Karte. Hahaha. Jojo bestimmt auch. So. So, das Casino. Alles klar. Jetzt noch. Ein bisschen. Munition. Alter. Wir haben sich hier richtig in großen Stile alle umgelegt. Ne, schöne Tüte über den Kopf und dann haben sie sich einen Infektor kommen lassen. Oder haben sich wahrscheinlich einfach einen Kopf geschossen oder gestochen oder... Ach, ich weiß nicht. Ein Stufenlöffel in den Rand. Idioten, wirklich. Also sowas. Mann. So. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Okay. Da haben wir noch einen Shop. Gut zu wissen. Speicherpunkt haben wir hier. Ist immer geil. Mal gucken wo man lang muss. Und dann um Kleidekabinen und duschen. Oh. Boah. Guck mal kurz hier. So. Wie sieht denn hier die Hübsche hier aus? So. Keine Wasserverschwendung hier bitte. Muss ja nicht sein. Geht sowieso in die Flecken raus. So. Schauen wir mal, wie hier eine Spinne aussieht. Freigabe bestätigt. Starsepack noch dazu bekommen. Oh. Hier oben haben wir noch. Schemata. Die Ingenieursrecken. Oh. Halli Hallöchen. Das ist doch mal geil. Das ist doch mal sehr geil. Oh. Warte mal. So. Warte mal. Dann drücken wir die Anstände mal einlösen. Und wir holen uns den neuen Anzug. So. Sorry für die kurzen Shops hintereinander. Aber das ist natürlich. Den können wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Level 5. 60.000. Alter. Nein. 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 Dann bieten wir gut. Das ist ja nicht so gut. 60.000 ey. Ich bin nie. Was soll das? So. Munition würde ich ehrlich gesagt nicht verkaufen wollen. Wir wollen es von dem Klingknoll noch verkaufen. Ja. Ich glaube man kommt auch sehr schnell noch dahin. Irgendwie. kurz mal ins Lager geschaut. Verkaufen. Haben wir tatsächlich. Ja komm. Hauen wir weg. Also wir könnten jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen verkaufen. Dann hätten wir irgendwie. Aber komm. Lass uns mal noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Vorfreude ist ja die schönste Freude. Jetzt im nächsten Raum wie Storm. Pupp. Letzter. Letzter Shop. Vorspielende gewesen. Nein. So. Okay. Also dann lass uns mal hier jetzt lang gehen. Zero G Basketball. Das ist ja auch eine Scheiße. Hätten wir auch von da kommen können. Okay. Text lang. Benutze das Genese Modul um den Ball zu greifen und ihn in die Ringel zu werfen bevor der Time abläuft. Für das Bestehen jedes Levels erhältst du eine Belohnung. Die du in den Spinden abholen kannst. Ja. Wenn das Ende eines Rings aufleuchtet. Eines Rings. Ziele auf diesen Ring. Um ein beruhigender Multiplikator zu halten. Am Ball bleiben. Oh. Alle klar. Die sind alle verschlossen. Und. Oh. Ja. Okay. Alle klar. Also. Ich bin der Meinung und habe mich glaube ich. Oh. Hier fehlt auf jeden Fall. Eine Batterie. Ich habe mich im Original relativ platt angestellt dafür. Schwere Losigkeit aktiviert. Und hier so ein Ding. Ich bin wahrscheinlich halt sehr geil. So. Stufe 1. Ja. 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 Nein. Nicht doch. Da ist auf jeden Fall die scheiß Batterie da rum. kindlinger gestorben. Стupend bei seinem Rauch. Na nicht doch. Ja. Schade. Ah ja. Hefe. Dann ist hier nicht so draattering. Erst zum Echt jetzt? Du musst holen? Oh nein. Das ist aber blöd. Und ich habe die King-Ziruji. Das ist doch scheiße. Ja, und nun? Neuer Ball. Ja, schade. So. Können wir das tatsächlich noch mal kurz probieren? Ich glaube, wir kriegen das noch ein bisschen besser hin. Schön, wie ist mein Kreis oder was? Wo ist er? So. Okay, alles klar. Nupfer. Dann können wir hier erstmal das Ding erstmal eindroppen. So, schön. Probieren wir mal. Probieren wir nochmal. Einmal probieren wir nochmal. Schwere Losigkeit aktiviert. Spiel 5 gestartet. Stufe 1. Treffer. Treffer. Nicht jetzt. Stufe 2. Treffer. Sind da mir was? Nein. Nein. Rot leuchtet so eine Scheiße. Nein. Rot leuchtet so eine Scheiße. Nein. Okay. Schade, ich habe den PK-Tower verpasst gerade. Schade, ich habe einen Schaden. Schade, ich habe einen Schaden. Schade, ich habe einen Schaden gehabt. Schade, ich habe einen Schaden. So, 11 Sekunden noch. So, 280 Punkte, wenn jetzt da nichts coole drin ist. So, Energie für die Kanone. Der letzte wird wahrscheinlich ein Knoten sein. Das ist natürlich eine geile Nummer. Schön, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kurze sportliche COG-Ertüchtigung. Ich weiß ja nicht, ob da überhaupt eine Ertüchtigung stattfindet, wenn du keine Schwerkraft hast. Kann man machen. Kann man machen. So, weiter geht's. Ach, fuck. Dead bodies everywhere. Ball spielen gegen den Horror. Ja, absolut. Man kriegt ein bisschen die Brune frei dadurch. Das ist ja nicht mehr so schlimm, wenn plötzlich einfach nur so ein Kopf querflogen kommt. Und nicht der Ball. So, und nun dazu. Warum? Echt? Jetzt müssen wir wieder runter. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, was hat uns jetzt hier oben eigentlich nicht so viel gemacht. Irgendwie muss ich sagen. Aber okay. Oh shit. Ja. Oh. Hinter mir. Ist aber nicht jetzt. Hau so ab. So. Ja. Den muss man immer tatsächlich relativ vorsichtig auseinander nehmen. Wegen den kleinen. Scheiße. So. Okay. Gut. Lass mich raten. Hier vorne in der Gemeinschaftsrat. Du, warst doch glatt noch nicht da. Und Infektor? Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. Boah. Sehr angefangen. Ich wusste. Ekehaft. So. Und bei den ganzen Toten. Das wäre eine Party. Ich wusste. Mein lieber Herr. So. Jetzt könnten wir aber. Oh. Hier liegt doch halt. Credits. Ich glaube, jetzt können wir uns den Anzug kaufen. Jetzt haben wir uns auch verdient. Nach dem Sport. Scheiß. Nein. Scheiß. So. Okay. Verkauf im Zyternier. Grüß dich. Hi. Ja. Natürlich. Oder? Sport gemacht. Schon können wir Kohle ausheben. Boah. Das ist so viel falsch in diesem Satz. So. Okay. Alles klar. Und. 60.000. New Stuff. So. Jetzt ist wahrscheinlich ja nicht Straut mehr zu sehen. Jetzt guck mal bloß eine Stahlplatte raus. So. Überleg mal. Wie ist deine Größe falsch an? Der knallt sich auf jemanden so eine XXS-Rin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich nehm mal bei uns gegen die Luft. Na so starke Veränderungen gab's nicht wahr? Was sagt ihr? Darf mal kurz einen Blick. Zeig dich mal nur schon wieder. Ja. Sieht schon geil aus. Sieht schon fett aus. So. Weiter geht's. So. So. Feuerlöscher mitnehmen. Könnt ja brennen. So. Etage. Jo. Optisch schon nice. Ist auf jeden Fall. Also. Das ist. Das haben die so geil gemacht. Und jetzt sieht es auch nicht mal aus wie so ein Plastik ganz hoch. Irgendwie. Warte schon mal hoch bis wir die erste Blutblase sich hier drauf überall gießt. Was ein bisschen Patina hat. So ein bisschen Fleisch Patina. Funktioniert nicht. Sie werden niemanden mehr verlassen. Oh nein. Das ist doch der Typ. Nein. Da haben wir doch die Glock gesehen. Sind sie jetzt nicht mehr? Von. Masha. Ich lebe noch Mr. Clark. Mach's nicht alter. Und dank dieses undankbaren Menschen sind wir die Konvergenz immer noch verweigert. Masha. Warten Sie. Hey. Ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tod oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen. Die Sie verloren haben. Ja. Das hat schon bei Friedhof der Kuscheltierung geklappt. Ja. Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Das ist so krass. Du kannst dich nicht bewegen. Du spürst alles. Ihr Marker. Sich zum Teufel scheren. Schade. Lass ihn einfach gehen. Komm. Nein. Mit einer Nagelpistole. Nein. Scheiße. Verdammt. Alter. Ein langsamer Tod in der Straße. Der Jäger. Der beschissene Jäger. Warum? Zur Hölle. Bist du wieder am Start? Dann kommen wir dem Jäger. Gleich. Ich muss erstmal hier mal kurz was gucken. So. Hier haben wir noch ein Paket. Oh. Oh. So. Muss tatsächlich immer erstmal warten, bis er sich regeneriert hat. Gefolgt ihm die Gliedmaßen. Ein Klaren da. Dann quasi ein bisschen verlangsame. Kann ich jetzt eigentlich die Waffe mitnehmen? Ne. Schade. Werker Pragmatist. Pragmatiker. Pragmatist. Verlittert. So. So. Nehmen wir mit. Geht. Natürlich hier nochmal die Spinte. So viel Zeit muss sein. Wunderbar. Verschlossen. Nicht gut. So. Stausig pick mir jetzt mal Alley. Wo ist denn lang? Wo ist denn. Ah, ich bin nah. So gesagt, mit dem Viereranzug hätten wir das nicht geschafft. Oh, wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie die Luftzaufe freikriegen. So, wo sind denn hier jetzt noch irgendwelche schönen Fehlstellen, die man treffen kann? Alter. Jetzt bin ich da durch. Jupp. Zum Speisesaal. Ich verstehe ja nicht, der Jäger ist doch eigentlich... Wie viele Jäger gibt es denn eigentlich? Das sind Kopfschmerzen. Aber ist doch echt heftig irgendwie. Heißt also, der Nurse da hat... Hat alle getötet hier? Alle von den Mythologen? Mit seiner hässchen Nagepistole? Das ist ja scheiße, Alter. Das ist auf jeden Fall... Asshole of the year verdient, den Titel. So, gehen wir natürlich nochmal kurz gucken, was ihr hier heute zu essen habt. Und dann kann... Ach, du Scheiße. Oh, der hat immer... Ne? Garibus, mit Bommis, Rot-Weiß, bitte. So, dann hätten wir nochmal einen Aufzug. Okay, zerstöre die Ranken in den Standardquartieren. Das ist interessant. Vorher hat er mich woanders hingeleitet. Jetzt leitet er mich hier nicht. Gucken wir mal. Okay. Ach, äh. Oh, nein, nein, nein. Hier, hopp mal schön. Oh, nein, 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 nein. Haut ab. Wo? Wo? Facehacker. Oh, mein Gott. Alter. Ho, 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 ho. Oh, Mann. So. Gucken wir mal, kann ich irgendwie... ...meine Starz-Reck auffüllen? Per... ...kasten? So, okay. Oh, da hinten haben wir noch... ...Robinleiter. Wunderbar. Sehr geil. Zehntausend Dinger. Das kesselt. ...credits noch. Haben wir noch eine Bank. So, aber wir haben tatsächlich... ...die Punkt noch nicht gefunden. Um hier mal ein bisschen Luft zu machen hier. Ekelhaft. Einfach nur eklig. Okay, wir schicken uns auch raus. Was denn, wenn wir das mal machen? Nice. Noch ein Knoten. Schu. So, wenn wir das nicht raten. Oder was war mir? Oh. Die Konvergenz ist nah. Habt keine Angst vor der Transformation... ...oder der Erscheinung der... ...heikigen... Komplett verschanzt hier, Alter. Nischt hat sie... ...nischt hat sie gebracht. Unverdannend gutes Aussehen. Na, komm mal. Oder die Schuld. Gut. Da bin ich nicht mehr zu sagen. So. Credits, credits, creditos. Wie, was? Hier? Hier drüben? Da durch? Ah, okay. Alles klar. Wir müssen hier irgendwie eine Lösung finden. So, und schauen wir doch mal. Hier irgendwo... ...haben wir hier so einen Sweetspot. Nicht wirklich. Hm? Ja? Seht ihr irgendwas? Was noch? Credits. Okay, also wir müssen durch die Tür durch irgendwie... ...und das schaffen wir nur, wenn wir hier irgendwo den Sweetspot von diesem... ...ne, da ist er echt nicht. Hm. Okay, vielleicht hier mal in die Tür rein. Vielleicht ist der im Nebenraum. Okay, hier brauchen wir mal eine Batterie. Ah, ich saue, alle hier knifflig hier. Sag mal. Okay, hier kommen wir nicht weiter ohne Batterie. Wie? Hm. Das ist nur ein Rohr. von ihm können können wir denn tatsächlich dachte ich das geben so ein großes datus schritt objekt aber es sind tatsächlich tausend kleine so schnell hier den skywalker gemacht dann passt wer von euch war denn laktoseintolerant hier was durch was denn so ist das fies ist das mies so zum keuchel text locktet wo ich jetzt noch nicht nehmen so 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 die waren es aber nicht mit der meinung hat da du lebst doch was ist denn los mit dir ist er noch mal wohl ne nein ihr geht i so wie viel mum habe ich jetzt verbraten hier für die nummer so das war jetzt aber auch noch nicht das was hier tatsächlich die vergasung ausgelöst hat also die regniskraft die da zuständig ist würde ich feuern ja kann man so sagen kann man auch mal durchwischen schon eine menge bringen aber was ist jetzt hierfür zuständig da können wir tatsächlich gegen das gas jetzt erstmal gar nichts machen sondern müssen einfach nur durch in den nächsten raum um da quasi die ranken zu zerstören das kann natürlich auch sein so guck mal kurz hier ob das ist ein text oder ein ja das ist natürlich ein text das können wir nicht machen ich habe so viel blutangst behauptet zurückgelassen der arzt hat verstanden er braucht ich brauche alles in ordnung er sagt es gebe gas das mir helfen könnte es sorgt dafür dass alle schläuche angeschlossen waren er sagt jetzt müssen wir nur noch atmen die heiligretour werden zu uns gemacht schöne die warte eine nase die nase ja durch den mund wunderbar schön alles klar danke herr doktor der quatsche von mir irgende ey es gibt mir sonst nur von benny und steve so ok dann würde ich jetzt mal sagen gehen wir hier durch das toxische gefahr beseitigt besser so haben wir haben wir haben wir so das ah schauen wir an die nehmen wir auf jeden fall mit und perfekt super wie gesagt eins der geilsten features ist was uns da so zu halten und dann chinesen und dann noch laufen zu können das finde ich richtig gut so ich schaue mir vorne mal ganz kurz was im bad aha hallo hast du wohl gewesen sein scheiße so jetzt ist natürlich rennen auch nicht so richtig drin ich hoffe ich war jetzt der einzelne ob ich das hier noch auf welche nekos jetzt hier rumflitzen achso für alle die das spiel tatsächlich noch nicht kennen ich nenne die halt nekos weil die die gegnertypen neko-moves heißen eigentlich aber das müssen wir einfach zu lang das ist ja so ein kleines scheißer mach mir meine batterie nicht kaputt aber hinten spuckt nur einer rum das ist das ist geil du siehst du ja so ein richtig dass er so richtig der streu kreis hat irgendwie schießt so packen wir den mal hinten rein so so Speisesaal alles klar äh theoretisch müsste auch hier vorne jetzt die Tür offen sein dann und eventuell ist das ein raum mit gutem stuff einmal quartier wieso wieso warte mal irgendwo auch heute schön süßkartoffelpommes zum abendessen schön panierte suchtheilbut schön mit süßkartoffelpommes großartig bin ich doch heute da doch heute abend in die kantine alle alle wege führen zum speisesaal das finde ich tatsächlich sehr befremdlich dass sie passierte zwei Seiten auf jeden oh Gott sorry Alter einfach so biomasse assimiliert ey oh Gott ja wir müssen wir müssen wir müssen nein da gibt's nix der heilboot isst sich nicht von alleine ach echt ich soll jetzt ja einfach diese überknackte abkürzung nehmen also manchmal ist jetzt hier das system tatsächlich als wenn das von tomtom gemacht wurde was denn liegt jetzt bitte für ne die ranke im luxusquartier vernichten nichts leichter als das das ist ausgebildet hier praktiker und äh gartenlandschaftsbauer das ist ein leichtes für mich so kann ich nicht gehen nicht gehen nein kann natürlich nicht gehen super hier ist die ranke weg den können wir mit dem pfaschel fahren luxusquartier jetzt bin gerne mal gespannt was mich hier erwartet jetzt ein shop ein store also ein schrank drüben so einen schrank aber das kriegen wir jetzt erstmal nicht weg da müssen wir wahrscheinlich halt wirklich erstmal das ding im luxusquartier fahren und hier drüben so auch noch mit so jetzt bin ich einmal entspannt wie die aussehen im luxusquartier hier auf der ishimura ja 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 ich bin noch schon dabei Kenner ich bin noch schon dabei ja sieht doch gleich ganz anders aus hör mal hier sieht man doch dass hier Yield da ist offenbar Bürger genau wo wie warum natürlich Karantäne aufgehoben Junge Na das ging ja Gott sei Dank Guck mal hier eine schöne Duftkerze hingestellt ist aber auch fein irgendwie das ist doch Willkommenskultur ja Willkommenskultur fühlt sich gleich einfach wohl schön wir haben es halt geschrieben wir kommen wir kommen so kannst du einfach dein Poesiealbum da lassen irgendwie was immer in der was drin schreibt ist schön einfach nett du bist hier einfach unter netten so Luxusquartier Alter das können doch jetzt aber nicht die Luxusquartiere sein oder was oder auf jeden Fall haben sie einen Butler wieder aus okay keine Energie nehmen wir erstmal kurz mal jetzt hat der Yield in Kirchengang und Ruhe na ich würde mal sagen ja okay Batterie ist von Nöten Luxusbadezimmer echt jetzt aber aber vom feinsten der Luxus hier schaut euch das mal an ja mit den Lampen müssen wir nochmal reden irgendwie im Luxusbadezimmer die gefallen mir jetzt nicht so aber die Badezimmer armaturen toll nö kann man oder was sagt ihr das ist das Luxusbad ja also bitte euch Leute ich meine wir sind auf dem Berg Abbauschiff ja von daher ich weiß ich gar nicht was macht hier überhaupt Luxus Abteil oder was aber dann würdest du auch nicht Luxus Abteil nennen irgendwie so mh die Ruhekohlen ist das ich will gerade was lachen hören oh kann ich dir mal ein Pflaster anbieten oder irgendwas An der Stelle nochmal, Leute, solltet ihr nicht 18 sein, würde ich euch bitte empfehlen, jetzt von dem Kanal zu gehen. Ja, und euch halt auch nicht Dead Space zu geben, sondern wartet bitte, bis ihr 18 seid. Weil es ist schon. Klasse. So sieht es aus, Dave. Ah, hier ist der Kern. Vorne mal was. So, das dürfte da jetzt eigentlich so im Krumm und Schatz nicht gewesen sein. Der Wutze, so schnell raus. Ich frage mich auch gerade, ob ich diese Kapitel in der Form ja habe. Und die Globe nehme ich nicht im Original. Also es gab zwar tatsächlich. Entschuldigung, Peter, ich trage die Melonen hier. Ich habe zwar diese Tunitology-Lager, bin ich der Meinung. Also gab es definitiv. Türen noch mal an und Lichter noch mal an. Nee, dann lassen wir Lichter drüber aus. So. Was ist los mit drin? Einfach mit dem Rahmen des anderen Aschlein. So. Okay. Problem ist immer noch nicht gelöst. Luxus-Badezimmer. Teil 2. Nee, waren wir doch schon drin. Waren wir doch schon drin. Jetzt warten. Haben wir nicht die Türsteuerung aktiviert? Okay, dann können wir mal kurz den Kabel. Die Schicht holen. Können wir hier mal rein. Ja, Nikolaus ist demnächst anscheinend. Oh, nee, Alter. Das ist doch einfach nur noch Pizze. Also wirklich, Leute. Und diese... Ach, schön. Schön. Kann man machen. Kann man machen. Einfach schöner wohnen. Wunderbar. Toll. Kann ich hier die Kochen öffnen? Nee. Banana. Kann man hier. 15 Uhr. Übrigens. Auf unserem Kanal. Wenn ihr uns steht auf YouTube. Kommen wir jeden Tag bis auf Sonntag. 15 Uhr. Jeden Tag ein neues Video. Dumb ist das. Ansonsten Fuß ab. Man weiß nie, wann man welche braucht. Ja, absolut. Vielleicht passt ja einer. So, das war jetzt aber immer noch zielführend. In welcher Tür war ich denn noch nicht drin? Kommt so ein bisschen durcheinander hier. Jetzt gerade. Jetzt gar nicht. So, das ist... Zentrum. Pipapo. Hier waren wir drin. Hier waren wir drin. Hier waren wir drin. Wir waren auch noch drin, ne? Ja, hier waren wir drin. Hier waren wir auch drin. Hier waren wir drin. Die war zu, ne? Ja. Okay. Ganz kurz hier mal einen Blick auf die Karte werfen. So, geradezu ist zu. Aber warte mal. Hier ist irgendwas drinnen. Alles klar. Dann schauen wir doch hier mal rein. Ach ne, er sagt uns bloß, das ist das Ding, was wir hier zerstören sollen. Okay. Vielleicht irgendwo den Punkt noch. Aber es war auch, glaube ich, drin, nirgendswo, jetzt in den Luxusquartieren hier vorne. Solche Auswuchungen, oder? Also jetzt nicht in der Größe, irgendwie, dass man irgendwo jetzt so einen Punkt findet, wo man sagt, so hey, da können wir jetzt einfach mal rumschießen. Das geht immer durchsuchen. Das geht immer durchsuchen. Tatsächlich ist hier auch nirgendswo. Und zwar zu finden. Und da vorne kommst du nicht hin, das ist komisch, oder brauchen wir die Batterie für draußen? Gab es draußen noch einen Batterieslot, der mir jetzt eventuell entfallen ist? Ich hab wahrscheinlich schon die ganze Zeit total panisch, wo gezeigt wird, wo in der Ecke geht doch mal auf! Okay, hinter mir, hinter mir, hinter mir... Schön, dass ihr drüber geschafft habt, Freunde, ja, folgt mich aber... So, und jetzt dürfte auch hoffentlich hier drüben, die Tür frei sein, wunderbar... So, ich bin klein hier, äh, gelootet! So... Versteht immer noch nicht so richtig, warum wir in die Tür hier vorne noch nicht reingekommen sind, aber wahrscheinlich werden wir jetzt hier einen Schlüssel oder irgendwas finden... Echt jetzt? Wir haben das Ding weggebombt, damit wir durch diese Tür hier kommen? Ist doch nicht euer Ernst oder was? Also, das ist... Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Okay, ja, wir haben jetzt erstmal wieder einen Wegpunkt! Geht das jetzt eigentlich einfach wirklich nur darum, jetzt diese blöden Ranken zu zerstören irgendwie? Das ist ja... Also klar, ne, ist die Aufgabe, aber... Wozu denn? Wozu? Wozu müssen wir jetzt diese Ranken zerstören? Damit der Marker frei ist? Das ist übrigens der Marker! Yeah! The Root of all evil! Okay, jetzt kommen wir hier durch! So... Und hier durch wahrscheinlich, ne? Ah, so! Okay! Ja, das sind immer die Momente, wo ich mich halt in Games immer besonders glatt anstelle und wo Benni denn mich liebevoll in die Hand nimmt und sagt, kommst du, ne? Jetzt mal durch die Tür und dann geht's weiter! Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte! Und wir tagt die Oberigkeit. Okay. Schlüsse vom Vorstand brauchen wir noch. So, Moment! Den stellen wir uns mal hier hin. Da machen wir uns das mal schön. So, okay. Müssen wir da durch? Ne, wir müssen sogar da durch. Aber es sieht ganz gut aus da drin. Beiseite, Tisch! Jo, das sind doch tatsächlich mal Luxussuiten, wo man sagen kann, das sieht doch mal ganz nett aus. Ne? Schön. Wasserbett anscheinend. Wasserbett anscheinend. Läuft bei denen. Läuft bei denen. Textlocken. Logbuch. Persönliches Logbuch. D-White. Erster Offizier. Die verdammten Unis haben das Kommando. Bei denen bin ich mir sicher. Captain Matthias. Und so weiter und so weiter. Mercer. Ist klar. Äh. Das kenne ich alle nicht. Ähm. Es ist Zufall. Ist es Zufall, dass so viele Leitende Offiziere Marker-Anbieter sind? Das kann kein Zufall sein. Ich erkenne ein manipuliertes Blatt, wenn ich es sehe. Update. Ich habe in Parken geprüft. Viele dieser Versetzungen begannen, nachdem Director Eckhardt mit dem Captain geplaudert hatte. Seit wann schert sich die Chefetage um das Personal? Der Klüngel, Freunde. Der Klüngel. So, okay. Alles klar. Gehen wir mal hier vorne rein. Oh. Das hat da... Ist wohl eher bockig gewesen. Wie geht's? Wie geht's? Huh. So. Besser mal mexikanischer Abend. Verstehe ich. Diese Karte des Vorstandsquartiers. Schön. Oder für den Vorstandsquartier. Für das Vorstandsquartier. Meine Güte. So, na dann gucken wir doch mal. Na mal. Na mal. Laden wir schon mal nach. Wieso denn immer wieder? Scheiße. Das ist so ein Effekt. Oh. Das ist mal der Kumpel. Das kann man machen. Quarantäne aufgehoben. Ah. So schön, dass er... Das Ding wollte greifen. So. Was greift da irgendwelche Pudding-Arme, Alter? Ist doch scheiße. Mann. So. Hier vorne haben wir noch ein Lock. Textort. Ah. Was ist planetarer Abbau? Bei planetarem Abbau werden Planeten und Monde im wahrsten Sinne des Wortes von speziellen Schiffen, den sogenannten Abbauschiffen, im Makrobereich zerlegt. Ganze Welten werden mit Hilfe von Gravitationsstrahlen aufgebrochen, um die reichhaltigen Flüße mit wertvollen Mineralien freizulegen. Diese zerbrochenen Trümmerteile werden abgebaut, verarbeitet und dann an ihren Bestimmungsorten verschifft. Sie haben vielleicht Berichte von Umweltschützern gelesen, in denen behauptet wird, dass die Zerstörung eines Planeten ein ganzes Sonnensystem zerstören kann, weil die Gravitationskräfte, die jedes Himmelsobjekt in seiner Umlaufbahn halten, gestört werden. In einigen dieser abenteuerlichen Berichte wird behauptet, dass dadurch das gesamte System aus der Kontrolle gerät oder die Planeten ineinander krachen. Wir verweisen besorgte Investoren auf den Artikel sicher und nachhaltig. Das Versprechen der CEC für die Gesundheit unserer Galaxie. Ja, da kann man auch hundertprozentig was drauf sagen. Das ist doch, aber wenn die das schreiben in der Broschüre, hör mal. Indem die Wahrheit über den planetaren Abbau ausführlich dargelegt wird. Die kurze Antwort lautet, der planetare Abbau ist absolut sicher und leistet einen wichtigen Dienst für die Erde und die Kolonien. Ob sich da auch Fische festkleben an dem Mond? Wer weiß. Hut aus. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Na, Käpt'n ist keine Güte weit und nicht. Ja, aber schön dicke Kerzen. Er hat sich das aber schön gemacht. Käpt'n Matthias hier. Ganz, ganz toll. Ganz hübsch gemacht. Schön. Ah, betreffend vertraulich. Flottenposition bestätigen. An Käpt'n Benjamin Matthias. Bezugnehmend auf unser Gespräch vor der Abreise kann ich mit Freuden berichten, dass die Anwärter eine erstklassige Stase-Kapsel für sie an Bord der Heiligen Flotte der Kirche genehmigt haben. Glückwunsch. Ihre großzügigen Spenden im Laufe der Jahre haben bereits alle Kosten für die Postmortale Stase und die Kryokonservierung gedeckt. Ich kann zwar nicht garantieren, welche Arche ihren psychischen, äh, physischen Körper, meine Güte, schützen wird, aber alle Schiffe der Flotte sind für einen jahrhundertelangen Betrieb im Deep Space ausgelegt und mit modernsten Verteidigungstechnologien ausgestattet, die sicherstellen, dass die Konvergenz ungestört verläuft, wenn die heilige Stunde naht. Ich muss noch einmal betonen, dass dieser Platz direkt von der erfolgreichen Beendigung ihrer Pilgerreise abhängt. Sobald der Marker sicher in den Händen der Kirche ist und alle elektronischen Aufzeichnungen entsprechend geändert wurden, werde ich ihre letzte Ruhestätte unter den Gesegneten der Kirche einschließlich Ordnung selbst einrichten. Gepriesen seien der Marker und seine Propheten. Phoebe Triemann, geheiligte Boten, Flottenauswahl, Pipapo. Gesandter Schriftverkehr nach dem Baba wird überwacht, Weitergabe der Information und so weiter an ketzerische Parteien strengstens verboten. Ja, schön. Es droht Exkommunikation. So. Geil. Hat er die ganze Zeit dann hier gesessen auf dem Bett und hat sich jetzt einen Kiegel. Schön. Geil. Guck mal. Guck mal. So. Hier vorne sich dann nochmal violet leuchten. Guck mal. Er holt. Ja. So. Was nun. Draußen hin, wo wir die Post haben? Plötzlich. So, hier haben wir noch Credits und Master-Überbrückung. Ach du Schande, nee, Alter. Wo kriegt der denn bitte eine Master-Überbrückung her? Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master-Sicherheits-Überbrückung erforderlich. Okay. Krass. Wozu hinkt ihr jetzt hier kaputt gemacht, die Leitung? Schade. Zweiten Offizier. Alter, haben die alle eigentlichen an der Waffe hier, ey. So, okay. Ach, schöne Sitzecke hat er hier. Schöne Sitzecke. Wunderbar. Oh, ist noch ein Knoten. Schönes Ding. So, ich bin der Meinung, ich weiß nicht, also wenn man die Master, normalerweise sollte ja wirklich, der Käpt'n sollte ja die höchste Sicherheitsstufe an so einem Board haben. Also an Board haben, ne. Theoretisch, wenn wir sie jetzt nicht bei, bitte, wenn wir sie nicht bei ihm gefunden haben, finden wir sie wahrscheinlich noch irgendwo anders, aber eigentlich müsste die da sein. so, und wartet jetzt. Dankeschön. Wird das gut. so, jetzt dürfte ein Marker hoffentlich da unten frei sein. Da drüben ist jetzt was geöffnet worden. Schauen wir mal, wie er da hinkommt. Können wir da durchlaufen? Sieht gut aus. Okay, hier ist noch ein Container, den können wir öffnen. So, das ist einfach. Groß, Schief, Stewards. Oder Chef, Stewards. Ne, doch, Schief. Wir werden vollkommen sein. Das ist... Hallo, ich bin Dr. Terence Kine. Wissen Sie doch, wir haben auf der Vela gesprochen. Wenn Sie jetzt wirklich sind, lassen Sie mich rein. Ich muss den Knoten hinter Ihnen zerstören. Noch nicht? Wenn Sie mit dem Shuttle fliehen, bringen Sie uns alle um. Warum? Als Sie den Marker von Aegis 7 wachten, wurde das Wesen im Kern des Planeten geweckt. Das ist die Oberm entwurst. Was zur Halle ist das? Das nennt das Kollektiv. Ein Nexus-Organismus, der diese Necromorphs-Telepate steuert. Wenn wir gehen, wenn das Kollektiv aktiv ist, tja, Sie haben die Valaia gesehen. Wenn nur ein Necromorph entkommt, ist die Menschheit am Ende. Aber der Marker... Amnilia wusste es. Sie sagte, er würde die Bestie wieder in den Schlaf versetzen. Okay. Wenn wir den Marker nach Aegis 7 zurückbringen, wird der Ausbruch gestaubt. Genau. Aber wir müssen ihn mit dem Shuttle zum Planeten bringen. Sie haben einen Singularitätskern. Ich kann sie durchlassen. Was sagen Sie dazu? Wenn wir es so beenden können? Der. Wunderbar. Ich kann ein Maas verablenken, aber nicht lange. Bringen Sie den Marker zur Schöpfung. Schnell. Können wir den Knoten dann mal kaputt machen? Danke, Mr. Clark. Dass ich meine Fehler wieder gut machen konnte. Er hat auch den Käpt'n getötet. In dem Video haben wir das gesehen. Der spritzt ins Auge. Okay. Okay. Freigabe bestätigt. So, schnell geguckt. Schwung die Wum. Okay, er hat aufgemacht. Und. Er ist gone. Der Textblock. Am Anfang war sie nur eine Stimme. Aber jetzt ist sie wieder meine ständige Begleiterin. Ich hatte vergessen, wie sehr mich ihre Anwesenheit beruhigt. Und wie immer sieht sie den Kern des Problems. Der Marker muss zurückgegeben werden. Vielleicht gab es eine Art Unfall. Eine Art Brennung. Stimmen sich der Marker und das Kollektiv immer ab? Oder kann sich das Kollektiv dem Einfluss des Markers irgendwie entziehen? Wie auch immer. Wenn diese Theorie richtig ist. Wenn die beiden jetzt zerstritten sind. Wenn der Marker das Kollektiv unterdrücken kann. Würde das die Fäden des Bockspielers mit einem Schlag zerschneiden? Im Nachhinein scheint es offensichtlich. Diese Necromorphs haben keine Intelligenz. Wie sollten sie auch. Dennoch steckt ein klarer, wenn auch rudimentärer Zweck hinter ihren Handlungen. Insbesondere dem Sammeln von Leichen. Sie folgen eindeutig dem Drang, lebende Organismen zu töten und Biomasse zu sammeln. Aber woher kommt dieser Trieb? Wie werden sie von ihm gesteuert? Teilen alle von einem Marker verwandelten Necromorphs dieses Band? Es ist wie ein Rudelinstinkt. Oder kommuniziert das Kollektiv tatsächlich telepathisch? Oder wir sind die Ersten, die das beobachten? Ich gebe nur ungern zu, dass das Grauen des Markers mich immer noch fasziniert. Ich glaube, ich verstehe meine Vorgänger, die den schwarzen Marker studiert haben, jetzt besser. Der Weg zur Hölle beginnt mit prinzipienlosen Neugier. Loser Neugier. Wie töricht. Ich hätte wissen müssen, dass die Sabotage der Triebwerke nur eine Notlösung ist. Kehren wir zur Erde zurück? Fällt der Marker wieder in die Hände der Kirche? Ja. Amelia. Es gibt immer eine... Es gibt immer eine Alternative. Immer. So, warum haben denn aber bitte die Necromorphs in der Ehen-Szene zu dritt den Singularitätskern zerstört? Weil das war ja nun wirklich kein Organismus und nichts. Irgendwie. Kollektiv gesagt, kaputt machen. Das ist ja wirklich so intelligent. Fuck the church. So, können wir jetzt sehen. Wir müssen tatsächlich wieder da lagen. Aber ich würde gerne nochmal... Gehen wir mal hin. In den Wartungsbereich. Oh, hier haben wir so eine Bank. Das ist sehr geil. Okay. Da müssen wir einfach durchjangen. Da kann man gar nicht mehr durchgehen. Sauerstoff. Upgrade. So. Swim. Und da ist noch ein bisschen was dazugekommen jetzt. Na mal. So, dann haben wir erstmal alle Knoten verholzt irgendwie. Und wir können noch tatsächlich fünf Upgrades irgendwann einsetzen. Je nachdem, ob wir für zwei Millionen uns die letzte Rieck kaufen. Völlig überhaupt. Das ist für teuer. So. Jetzt müssen wir schon wieder zum Punkt zurück. Hole den Marker zurück. Na dann. Packen wir einfach auf eine Euro-Palette und dann geht der Klaus. So. Jetzt habe ich die herzen Schlammachel hier zusammen. Wunderbar. Und wir können quasi die Marker transportieren. Sehr schön. Okay. Na dann. Jetzt kommen wir down. Mal gucken, was der Ega wieder macht. Wahrscheinlich wird der jetzt mir ja auch gut. Alter, hier ist alles voll mit Biomasse, Alter. Aber da ist die gefährliche Anomalie. Ja. Ja. Dann. Oder. Nee. das ging noch ganz gut von der hand also man muss auch wirklich sagen oh hallo und der makler strahlt seine aura aus man muss sagen wir kommen jetzt durch den kampf hier sehr gut durch und extrem entspannt schwierigkeitsgrad spielen und weg die haben wir jetzt den singularitätskern im schatten ich helfe ihnen den marken zu verladen na klar mit eisek jedes mal unter stress gesetzt wird mach mal schnell hier mach mal schnell da wir müssen ach du scheiße oh gott so ein bisschen manchmal ist es schon unfreiwillig komisch so ich habe das shuttle so hier drin hier kommen wir noch nicht rein können wir die stars nochmal aufladen das der marken ich würde mal erst mal sagen ich packe den singularitätskern ins schiff wir können sich damit auch verpissen jetzt wissen wir können eigentlich gar nicht glauben so wo soll denn hin das kommt bestimmt nicht der alte flugs kompensator die installation der hardware abzuschließen wirken wir schon wieder die ganze stars kapseln hier angucken dann wisse ich schon dass hier gleich wieder die scheiße bestimmt nicht die later fliegen wird oder wundertprozentig so und zwar mal erst mal schnell den marken an bord krass kann ich gar nicht nehmen wahrscheinlich ein bisschen groß okay ich muss anscheinend noch eine testzündung machen auch jetzt ist hier vorne offen die testzündung können wir nur hier machen glaube ich genau und ich bin auch der meinung dass wir hier nicht zu viel verraten jetzt so ok ich bin schon groß hier ich bin schon groß na nun soll ich den andere grobeweise soll ich den von hier zünden oder was ok müssen wir ihn von da zünden über das display auch aber du kannst das ist aber gleich bei mir hier drin und beeilung 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 so da ist nur okay nein und ich hab den kassmann an der hand ist natürlich totale kacke jetzt gerade echt nörser versprochen wurde die augen zuhören wissen was das ist als wenn er sich jetzt festhalten kann so so kontrolle wieder ich ja so sehen wir jetzt der mark hat das schiff durchbrochen irgendetwas der captain ist tot wegen diesem irren wir können ihm nicht trauen wenn es um den mark geht er sagt dass er zurück auf den planeten muss um es zu beenden wir müssen es versuchen folgen das ist denn amelia das war alleine also fängt ja auch schon an zu halluzinieren so kapitel 10 ist abgeschlossen auf zu den offenen wegen so monorail fahren monorail fahren denn auf geht's so und wir müssen in den frachtraum nichts leichter als das ja amelia bald wir schicken das kollektiv zurück in die dunkelheit schön dass du dem kerl unser einziges shuttle gegeben hast scheiße isaac was du da getötet hast ihre biomasse läuft in den frachtraum sie setzt sich wieder zusammen zu zu irgendwas riesigem und der marker ist direkt in der mitte wie zum hanker sollen wir das schaffen ich habe die frachtkarte der ishimura sie können ein halbes lager an ausrüstung transportieren wenn das was da unten ist und den marker kämpfen will bin ich dabei deaktiviere die sicherheitsvorkehrungen aber mal schnell die kritischen systeme versagen schwung wir haben einmal rubin halbleiter zehntausend attacken und dann lass uns doch mal kurz schauen wir haben einmal rubin halbleiter zehntausend attacken so ich würde sagen wir können uns auch noch ein paar von dem verkaufen so die rest würde ich tatsächlich erstmal so lassen ich spare immer noch auf die letzte rick hier gucken wir jetzt noch können wir jetzt gerade eh nirgends mal so richtig ansetzen und wie von daher hier bin ich auch da müssen wir nach mehrere systemausfälle entdeckt kritische funktion können nicht umgeleitet werden so wie sieht es denn hier aus dem lagerraum also der marke hat schon massiven einfluss gerade auf uns hier lecker so so Was? So, was haben wir jetzt damit? Achso, das müssen wir machen, damit wir den Marker hier durchgehen, verstehe. Kann ich ihn überhaupt greifen? Kann ich ihn nicht greifen. Ach du Scheiße, ey. Der heult denn hier so rum. Geht, Alter. Oh nein. Den haben wir jetzt aber relativ gut getroffen gerade. Schön. So, okay, was haben wir hier noch? Ich bin Jacob Tempel. Ich werde von Dr. Mercer gefangen gehalten. Dieser verlogene Scheißgeher hat mich vom Abortec gelockt, weil ich irgendwas bauen soll, damit es ein Marker anfing. Zu komper gehen? Ich weiß es nicht. Liz, wenn du das hier findest, berühre den Marker nicht. Und wenn du Mercer sagst, lauf weg. Ich liebe dich. Ach, David, dachte ich nicht. Verdammt, der kommt zurück. Peng. Wir haben Peng gefunden. Nice. Ja, Peng ist tatsächlich diese komische Statur. Eine seltsame, faszinierende Artefakt aus der Vergangenheit. Verkaufe es im Shop, um Credits zu erhalten. Ja, war wirklich mal eine ordentlich versteckte Trophäe auf der Playstation damals, das Ding. Ganz schön anstrengend gewesen, sie zu kriegen. Also halt zu finden, das Ding. So, okay, was macht denn das Panel? Drücke hoch. Nein. Zu spät. Haben wir dann einen Hunk und Schalter, weil jetzt einfach bis die Brücke, beide Brücken hoch machen. Ich weiß nicht, ob denn was passieren wurde überhaupt. So, was haben wir noch? Ah! Ah, schöner Greifautomat. Kann ich ja mal gut gehen. Komm schon, komm schon! Okay, jetzt muss ich die Brücken hoch machen. Alles klar. Jetzt rufen Sie ihn, grüßte ich, hi! Schön, dass du da bist. Wir sind jetzt in Kapitel 11 und traben den Marker, ich wollte. Na, scheiße. Oh! Oh! Das war knapp. Das war knapp. So, ich gehe mal hierhin und komme nochmal an die Spinde ran. Ich gehe mal hierhin und komme. Zack, zack, zack. Wumms, wumms. Mal Kredits. Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. I know, I know, I know. So, Farrg ist nicht... ... 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 So, hier kommst du da rüber, oder was? über die Schnattermasse. Oh! Einen kleinen Schleicher. Hin bei mir. Warum? Mann, Alter, kühl ich den Arm. Ich will die Kralle haben. Ich will die Kralle haben. Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Boah! Alter! So, geht mal damit, glaube ich. Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Ja, 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 ja. Ich bin ja schon da. Ich bin schon da. So, okay. So, jetzt wird er wahrscheinlich nach oben transportiert. So, wir müssen den Marker auf den Planeten runterkriegen wieder. Ich werde einfach rennen. Das ist auch geil. Okay. Okay. So. Und... Trifft keinen im... Was? Pangalager. Oh, okay. Schön. So. Nun dann. Achso. Achso. Verlagestationen ist ja natürlich unsere Normale hier. Ach, shit. Ach, shit. Zack. Und... Einmal annehmen, bitte. So. Und weiter geht's da vorne. Angeranlagen. Oh, nice. So. Monorail. Nee. Tausch dir noch rein. Ist wirklich erstaunlich irgendwie dadurch, dass man hier echt nicht viel mit der Monorail unterwegs war im Einsatz im Original spielt. Und... Auf dem Monitor. Er ist an der Luftschleuse. Lass dich von diesem Ort nicht unterkriegen. Kendra. Wir haben keine Zeit mehr. Er ist nicht da. Ich kann es schaffen, wenn ich renne. Nr. Gefährliche Anomalie registrieren. Quarantäne wurde aktiviert. Zuuuck. picked up. Ich stets. Ich stets. Mann, 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 Mann. Nicht einmal in Ruhe zur Hangar-Anlage laufen. So eine Scheiße. So, okay. So, auf jeden Fall ist unser Anzug jetzt wieder ein bisschen Patina. Bisschen Dead Space Patina. So, warte mal, müssen wir nach da? Warte mal, müssen wir nach da, okay. Weil wir müssen, ja, bin ich der Meinung. Was ist denn das Holz? Das sieht schon imposant aus. Isaac, die automatischen Ladekontrollen funktionieren nicht. Liegt wohl an der Beschädigung des Schiffs. Wir verlieren Zeit. Das Kollektiv ist da unten. Kein, ganz ruhig. Ich werde die Schwerkraft im Hangar ausschalten. Dann kann ich den Marker von Hand verladen. Okay. Keine Sorge, Amelia. Sie verstehen es. Heilige Scheiße. So, wir müssen, genau, wir müssen, glaube ich, jetzt da hoch. So, das Ende ist spürbar nach, Freunde. Schwere Losigkeit aktiviert. Uam. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier kurz. So, irgendwo müssen wir die Marker jetzt erstmal herkriegen. Und wir brauchen wahrscheinlich erstmal eine Batterie mal wieder. So, da haben wir sie. Ob das bloß eine ist. So, wunderbar. Was haben wir denn? Frachtschienen oder Ladeklappe? Jetzt können wir erstmal Ladeklappe sagen. Wo gehen wir? Nach oben? Ah, alles klar. Kommt mir in den Marker jetzt ran. Hallo? So, können wir hier berufend etwas tun? Eine Menge Kohle liegt hier so im Hangar rum, muss ich mal sagen. So, Spinte checken wir natürlich auch nochmal schnell. Na. Ich wollte gerade sagen, kann man das nicht in der Schwerkraft? So. Okay. Kiste. Alter. So. Jetzt mal ausrichten. Ich hoffe natürlich, dass die Hangar für offen bleibt. Okay. So. Jetzt mal ausrichten. Okay. Jetzt mal ausrichten. Okay. Okay, das kann man durchdrehen. So, ich muss sogar da rein. Jetzt noch mal eine Kiste. Alles klar, hier runter. Ah, hier runter. Da müssen wir ja auch noch eine Batterie, schau mal an, schauen wir mal, gucken, wofür wir die brauchen. Hier sind doch schon wieder Freunde. Okay, wo muss die Batterie hin? Lass mal zum Schiedensystem hin. So, okay, da wäre jetzt. So, dann müssten wir das Ding jetzt einfach mal hier bei dem Shuttle in die Verladebucht knallen. Und der muss mal weiter gehen. Dann muss ich gleich drehen. So. Oh. Oh. Ich feuer bis gerade hier. Was schweigt? So. Alles klar, haben wir. So. Ich muss das ausrichten hier. Alles gut. Was hat er denn hier gerade für eine interessante Aura um sich? Pusht der Marker liegen? Kann das sein? Kann das sein? Also, die Necos? Wofür braucht man jetzt die zweite Batterie? Oder haben sie uns einfach zwei Stück einfach nur gegeben? Soll ich das Hangar jetzt noch absuchen? Irgendwie nach der zweiten Tür dafür? Oder? StoryProgress. Also, was ist das so? Ich hab ja gern mit nichts. Ist das so? Hat es denn wie an der anderen Seite? Ich hab ja andere Sachen gemacht nicht. Scherelosigkeit deaktiviert. Er ist an Bord. Kommen Sie schnell! Öffnen Sie die Luke für ihn. Ikora, ist sie hier? Wir müssen endlich ins Warten. Beallen Sie sich, bevor noch mehr Dekromaten... Wir wollen noch im Zusammenhang gehen. Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was machst du da? Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Valor nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für EarthGraph. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 Tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst keiner hat das nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Das krasse ist irgendwie, dass im Gegensatz zum Original. Wir waren ein tolles Team. Scheiße. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du wirst ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle aufbinden. Dann jetzt. Im Gegensatz zum Original. Irgendwie hast du jetzt halt wirklich hier eine gute Erklärung gehabt. Irgendwie für ihre Reaktionen. Das ist tatsächlich davor nicht so wirklich... Also war eher ein bisschen diffus irgendwie. Ihre Motivation. Äh... Ich schwöre. So, die Frage wäre jetzt nämlich auch gewesen. Irgendwie, er wollte jetzt eigentlich in den Shuttle einsteigen. Und er hat eigentlich... Ihr wusstet, dass ein Korn noch an Bord ist. Geben Sünden. Fangen wir es noch mit. Und ein Knötchen. Haben wir hier noch. Kommt noch mal. Los. Da haben wir. So. Geschafft. Ich hab nach dir gesucht. Die halbe Ishimura fährt auseinander. Und in der anderen Hälfte filmet es von diesen Dingern. Wie kamst du hierher? Der Weg ist frei. Ich kann immer auf dich zählen. Hey Juma, grüß dich. Daniels hat mich reingelegt. Du wusstest nicht, dass sie den Marker mitnehmen würde. Sie hat uns hier zurückgelassen. Es gibt noch auf Wur. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Du kannst uns wieder vollkommen machen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Schon okay, Isaac. Du weißt, was zu tun ist. So, alle wenige führen nach Aegis 7. Das ist einfach nicht ganz geil. Wo ist denn Shuttle jetzt einfach wieder zurück? Verdammt, Isaac. Du weißt nicht, was du tust. Irgendwer wird sich dafür verantworten müssen. Halt das. Warnung. Rettungskapsel von Shuttle. USG 09. Rettungskapsel. Rettungskapsel. Neben dem Kaffeebecher, das ist ja geil. Wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Ach, schön. Sie können dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Kein bisschen unheimlich, ne? Und da kommt der Shuttle wieder rein. Wer ist los? Weiß er? Ich weiß. Ishigura ist hier nur über. Wenn wir im Shuttle sind, wird es kein Zurück mehr. Zieh nicht zurück. Geh. Ich programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7. Dann komme ich an Bord. Alles klar. Merkst du mir den Rücken, Pfeil? Gert's. So, im Original gab es tatsächlich bei den Kapiteln ein Easter Egg versteckt. Wenn man die sich in einer bestimmten Art eingeschaut hat. Kann ich da jetzt gar nicht sagen. So. Suck. Könnte, kann ich wirklich, ne? Kann jetzt nicht die Schärkraft mehr herstellen. So, let's get the Shuttle. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Haben wir. Ja, als könnte man sich wirklich mal den Spaß machen, da ernst nach hinten zu laufen. Und da wird wahrscheinlich irgendeine Scheiße versteckt sein. Aber ich mach's nicht. I don't do it. I want. Du bist im Griff, die Ishimu zu verlassen. Du kannst nicht mehr zurückkehren. Alle aktiven Nebenmissionen werden abgebrochen. So. Haben wir denn noch aktive Nebenmissionen? Lieber Chat. Das geht jetzt mal in euch. Also in eure Richtung irgendwie. Sollen wir jetzt auf der Ishimura noch irgendwelche Sachen suchen? Oder sollen wir mit dem Shuttle nach Aegis 7 fliegen? Also das ist hier einfach ein Point of No Return irgendwie, ist klar. Und ihr Lieben, sagt mir bitte, was wollt ihr? Dann kann ich mal ganz kurz in Ruhe jemanden vom Kaffee nehmen. Und euch entscheiden lassen, wie das Spiel jetzt weitergeht. Benni hat gerade eine Abstimmung gestartet. Weitersuchen. So, weil das man hier mal kurz machen kann. Irgendwie. Ich kann das hier mal kurz ab... Hoppala. Nein. Uh. Fortsetzung. Ich kann hier kurz mal rausgehen, dass wir nämlich einfach mal kurz sehen, was haben wir denn noch überhaupt auf... Ja, wir können immer noch gewisse Bereiche irgendwie absuchen, wie zum Beispiel da hinten. Oder wir schauen einfach mal, was haben wir überhaupt noch an den Missionen da. Mission. Tiefergraben. Das ist halt die Frage, sind das alles noch offene? Nee, ne? Ich bin immer mehr für mehr Loot. Schauen wir mal, wie sich die Abstimmung entscheidet. Ich glaube, wir haben nämlich hier in dem Sinne keine Nebenmissionen im herkömmlichen Sinne mehr offen. Ja. Von daher... Können wir jetzt noch mal hier hinten in die Ecken schauen, irgendwie. Wofür muss ich da? Ja, das würde schon noch gehen. Danach hebt der Shuttle ab. So. Okay. Weitersuchen. Ja. Hundertprozentig abgestimmt. Okay, alles klar. Gut, dann schauen wir mal kurz hier hinten. Guck mal, was wir hier noch finden. Echt? Really? Völlig losgelöst. So. Hier ist mal gar nichts. Schön. Das ist ja toll. Toll. So, und die Entwickler lachen. Das ist doch kacke. Das ist doch Mist. Antiklimaktisch. Ich habe diese Worten noch nie vorher gehört. Antiklimaktisch. Welche Freigabestufe hast du eigentlich und haben wir schon alles geöffnet? Das Einzige, wir haben noch nicht, die Master Freigabestufe. Aber die haben wir nie tatsächlich erhalten. Und zwar waren die... Ganz kurz mal... Na, wir können jetzt hier natürlich bloß den aktuellen Hangouts anschauen. Können wir denn noch irgendwie sagen, zeige mir andere Karten von den anderen Ebenen? Also, es gibt zwei Container, die wir nicht öffnen können, weil wir die nötige Freigabestufe nicht hatten. Ich weiß nicht, wo die Freigabestufe ist, ihr Lieben. Ah, also, ich habe sie nicht gefunden. Die Frage ist jetzt irgendwie, sollen wir mit der Monorail da hinfahren? Extra? Und nochmal suchen? Also, wenn, war es irgendwie bei den Luxus Apartments? Meint er enttäuschend im Sinne von Spannungskurve. Ja, Erwartungshaltung waren hoch. Oder, äh, lohnt sich das tatsächlich? Weil die Frage ist, wahrscheinlich werden zwei Upgrades wahrscheinlich in den Boxen drin sein, würde ich mal sagen. Weil wenn da jetzt wirklich nur Credits drin sind, dann würde ich sagen, das ist aber, das ist aber eine Goke. Das war aber blöd, irgendwie. Luxus, gab es da Badewand? Nein, es gab keine Badewand dort. Es gab keine Badewand. Das Signal begibt sich sofort in die ihnen zugewiesene Sicherheitszone. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition, die wir finden. Die Flugbrüche, dann ist es auch kein Luxus. Ja, da ist was dran, da ist was dran. So, da muss ich tatsächlich mal wirklich überlegen, irgendwie wo die Sicherheitsfreigabe denn sein könnte. In Unfall. Protokolle für die Deck-Evakuierung sind in Kraft. So, nochmal kurz zum Monorail. So, wenn ihr und jetzt musstet ihr, ich glaube, es waren die Besatzungsquartiere, genau, die Besatzungsquartiere waren es. Da, die sind mal schnell hin. Ich erwarte da schon, wären Fällvorleger und überheizbare Kloschüsseln. Nein, es waren nackte, stehlerne Kloschüsseln. Ohne Decke, ohne nichts. Kein Plüsch, keine Rohseide, die von Dienern erreicht wird. Nichts. Also, das Einzelne, wirklich, die Offizierskabinen, die waren tatsächlich das Einzelne, die ein bisschen luxuriöser aussahen. Der Rest sah aus wie überall auf der Ichimora. So, jetzt habe ich natürlich aber auch, muss man natürlich bedenken, zu den Besatzungsdecks. Nackte Kloschüsseln. Hashtag ab 18 Nacht, Benni. Schön, und ist doch immer noch was los hier auf der Ichimora. So, wir fahren hier vorne. Zentraler Nexus. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Zero-G Fitness Center. Wo kam ich jetzt nochmal zu den Luxus-Apartments hier? Was machen wir denn da noch hier? Okay. Gut. Dann fahre ich wieder zurück. Verstehe. Der Junge. Was machen wir denn noch hier? Er hat doch die ganze Chance keinen Sinn mehr hier. So. Öh. Hier. Okay. Und. So, aber Junge, so konntest du auch mal das Lager der Unitology sehen. Den ging es nicht so gut, irgendwie. Mercer hat tatsächlich mit seiner Nagelpistole, äh, allen ein eher nicht so schönes Ende bereitet, irgendwie. Aber gewollt, ne? Irgendwie. Wie kann man halt groß sagen? Da haben wir hier Suizid. So. Na gut. Not this way. Not this way. Notfall. Interne Höllenbrüche registriert. Äh. Ne, Moment. Da hab ich mich verdagen gerade. Entschuldige bitte. Da hab ich mich verdagen. Ich geh ja nicht zum Monorail. Moment. Was für ne Nagelpistole. Ja, äh, das ist das Ding, was Mercer die ganze Zeit in der Hand hatte. Das ist auch geile Schild, Alter. Ne? Notausgang. Ja. Alles klar. Super. Tschö. Alter, lege ich jetzt, spinne ich jetzt gerade völlig, oder was? Moment mal. Frachtraum. Müssen wir in den Frachtraum? Nein. Müssen wir nicht, oder? Okay. Ulf. Gut. Zurück. Bitte. Geh mal jetzt wieder zurück. Falsche Tür. Flugdeck, da steht's ja auch. Mann. Wahrscheinlich hier, ne? Zur Fluglounge. Denbrüche. Da bist du du. Wo kommt der denn jetzt her? Hm. 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 Ah. Ah. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Hopp, hopp, hopp. Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die Ihnen zugewiesene Sicherheitszone. Ja. So, Nicole. Auf geht's. Komm. Wir fahren dann. Energie. Ich hatte nie zweite Leisek. Ich wusste, du würdest zurückkommen. Bist du bereit? Ja. Wir sind wieder zusammen. Nichts kann uns aufhalten. So hab ich mir den Abschied von A.C.O.R.E. nicht vorgestellt. Welchen Schiff liegen wir da grad ab? Das ist ein Shuttle tatsächlich. Das Dr. Kane organisiert hat. Hast du Angst, Isaac? Nein. Es gibt kein Zurück. Auf nach Elgissim. Es ist einfacher, wenn es nur vorwärts geht. Es begann alles im Kern des Planeten. Daniel sagt, der Erdkopf habe den Marker gebaut. Ein Experiment, das sie vor hunderten von Jahren abgebrochen hätten. Schöner Aussetzer. Wunderbar. Geil. Wenn man nicht bereit ist, muss ein Wunder so schrecklich wie ein Alptraum sein. Der Planet ist rastlos. Hungrig. Ihr frisst uns bei lebendigem Leib. Aber wir haben den Marker. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Wir werden vollkommen sein. Das sollten wir schon mal wirklich alle Alarmsirenen angehen irgendwie, wenn man das die Quatsch hört. Isaac. Insektik. Insektik ist es so. Steuerer das Shuttle nach Elgissim. Haben wir geschafft. Kapitel 11. Fertig. Kapitel 12. Dead Space. Nice. Sowieso. Nicht autorisiert. Wissenschaftliche Methode. Abgebaut. Schau mal. Wir hatten doch noch ein paar offen. Irgendwie. Sie sahen jetzt nicht als aktive Missionen aus. Schreit doch nicht so. Dann machst du doch selber. Sag mal. Komm mal. Da ist er mit Schmuckstück. Sieh mal. Ein Licht vom Himmel. Die Gravitationsstrahlen der Ishimura versagen. Die tektonische Belastung. Bald fällt das ganze Gestein herumtragen. Was sollen sie tun? Wir stellen den Marker auf seinen Socken zurück. Die Prachtschäden fügen direkt zur Ablaufstelle. So stellen sie die Energie für die Zelle wieder her. Alles klar. Machen wir. So und jetzt ist es wirklich so dass wir dem Ende immer näher kommen tatsächlich. Oh sie erzählt immer noch was her. Was war denn jetzt? Mich hat die Tür gerade verletzt. Bist du fertig gewesen Nicole? Oder wie kann ich jetzt? Ich würde jetzt ein bisschen arbeiten. Ja danke. Ciao. Tschönen. So und vorne lag noch. Sag mal. Nein scheiße da ist noch einer draußen ne? Oder was? Wo ist das? Kassel diese Infekte sind so. Ach. Da ist noch mal Kontakt. So, transportiere den Marker. Na dann, auf geht's. So, zack. So, wir können jetzt hier nochmal ganz schnell mal rein. Hier war nochmal ein Textlog. Das geben wir uns nochmal schnell, glaube ich. Text oder Audio? Textlog. Keine Audio-Logs mehr hier. Auftrag zur Bergerung für PCSI von Captain B. Matthias. Werden sie die Opfer des Massen-Selbstmords am Union Square von Aegis VII. Die Leichname werden mit Sicherheitsbegleitung in das Leichenschauhaus der USG Ishimura gebracht. Benachrichtigen sie bei Ankunft Dr. G. Dormus und Dr. T. Kane. Einsatzkräfte. Autorisiert. Und so weiterer Kommentar. Gabe. Ja, ich weiß, es ist ein Leichentransport, aber ich denke, das hier wird dir gefallen. Ich habe gehört, dass ein Kumpel von dir auf Aegis VII ist und wahrscheinlich habe ich die Zeit für ein Treffen. Ah, anstatt die Neuenlinge nicht. Alyssa. Okay. Hier haben wir noch einen Shop. Schibidischobidischob. Ja, da können wir noch ein bisschen was verkaufen. So, okay. Mal rüber damit. Nein, kommt noch wirklich ein bisschen Sonne raus. Ich dreh ja durch. Ich dreh ja durch. 25.000. Diamantenhalbleiter. Bueno. So. Peng ist unser Besitz. Können wir verkaufen. 30.000. Wadabend, wadabum. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Sauerstoff. Damit. So. Okay. Tja. Kann man aber erstmal nicht kurzen, leider. Egal. Allein weg. Auf jeden Fall haben wir erstmal nur ein bisschen Platz. Und die Waffen sind in der Zeit voll ausgerüstert. Also an Kohle liegt es derzeit gerade nicht. Wenn wir jetzt natürlich noch irgendwie ein cooles Update finden, das wäre natürlich auch eine neue Sache. So. Schnell mal nachladen. Und wir werden mal auf den Plasma Cutter gehen. Weil hier wird es jetzt gleich wahrscheinlich etwas kuschelig werden. Nehmen wir an. Das. So. Stars sind einfach voll. So. Und jetzt müssen wir nämlich den Marker hier durchleiten. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht die ganze Zeit in Intervallen. Aber ich denke, das wird ja nicht gewesen sein. Nicht jetzt. Wo ist er? Nicht jetzt. So. Okay. Nice. Schön. Ich nenne es Montagmorgen. Einziger Lichtblick in dieser Dunkelheit. Weiß jetzt nicht finden. So. So. Somebody hier noch. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Schade. Jetzt noch irgendwie so ein wirklich cooles Upgraded wäre noch geil gewesen. Dann hätte ich mich schon gefreut. Aber nein. Dann nutzen wir den Marker hier mal durch. Das sieht komplett zu aus. Da ist ein Schild vor. Da geht nichts. So. Okay. Erschreckend langsam. Aber ich finde das Ding eigentlich von der Form echt mega geil. Ich habe den auch als ein kleines Statue hier. Seitdem benehmen sich alle um mich herum so total komisch. Und ich höre tote Leute. Aber. Cool. Ja. Auch hier als T-Shirt. Extra noch von gestern an. Wie eklig. Aber wenn man schon mal Deadspiel spielt, dann muss man noch ein Deadspiel-Shirt anhaben. Finde ich. Anders geht das nicht. Ich kann mich jetzt hier nicht mit so einem Pokémon-Shirt ansetzen. Kann man machen. Aber. Spiele ist hier echt. So. Okay. Da ist er vervoll. Denk schon. Denk schon. Ich wäre bereit. Dankeschön. Ich bin ein. Isaac. In diesem Bereich gibt es keine Energie. Der Marker bewegt sich nicht. Wir verlieren Zeit. Schon okay. Drücke Testverbindung. Was steht da? Energieaufbau registriert. Schwerkraftsteuerung. Eine der Gravitationsstrahlen am Boden. Vielleicht eine kaputte Leitung. Ich sehe mir das an. Bitte beeil dich. So. Komm mal hoch. Alter. So nicht. Bitte. So nicht. Keine Wann. Überall ist dieser Pumps. Dieser schwingende, gutgehefte, gleiche Pumps. So. Können wir mal den Generator nochmal anspeisen? Oh. Warte mal. Ich glaube, es kann halt sein, dass wir jetzt hier gleich Besuch bekommen. So viel sei gesagt. Mal schauen. Oh krass. Das sieht so eklig aus, Mann. Ach. Das tut ja schon weh. Es tut einfach schon weh, wenn man es einfach nur anguckt. So. Okay. Nicht ran. So. Nee, 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 nee. Und das ist auf der Weg. Oh, jetzt. Ach. In Sinne mich. Hm. In Sinne mich. Eintritt in die Strahlensteuerung. Kreuz-Kontaminationssiegel aktiviert. Ich bin Anton. Ich flippe aus. Hab mit mir ein bisschen Punkt. Flipp ich einfach aus. Ich explodiere. Ja, Pokémon ist tatsächlich eine Sache. Irgendwie bin ich zu allzu. Und das ist nicht... Ich bin zu allzu. Als ich rauskam. Ich weiß, sehr großer Beliebtheit erfolgt sich das irgendwie. Auch heute noch, ey. Ich glaubt ja nicht irgendwie, ich hab für meine Nicht-Nexo-Pokémon-Karten gekauft. Alter, das hat sich ja nun immer nicht mit dem Scheiß. Das ist ja Wahnsinn. Die sind ja längermachen lehnen hinter verschlossenen Sicherheitsglas hier halten. Bei den Preisen und Optimum? Nein. Aber da hab ich erstmal nicht schlecht erstaunt, wie teuer der Mist ist. Also ich denke mal, die jüngeren Zuschauer bei uns hier, also die jüngeren Semester, die ganz schön Pokémon gehupt haben und wird wahrscheinlich ein elementarer Teil ihrer Vergangenheit oder ihrer Kindheit gewesen sein. Aber wie gesagt, bei mir war das so ein bisschen schon zu alt dafür. So, Anton ist nach Bummelpuff-E am coolsten. Mutti, ja? Du, echt? Du kennst das? Na klar, du bist ja ohne Mutti. Du musstest ja alle geben, wahrscheinlich. So, okay. Unos Batterios fehlt. Für mich war Yu-Gi-Oh! Äh, äh, hab immer noch eine große Sammlung. Der ist ja alle immer so aufgekommen, war? Diese ganze Karten-Ding-Ding-Ding-Ding. So, wo könnte er noch sein, Batterien? Hahaha. Kommt auch plötzlich Bewegung hier in den Chat. Pokémon, Moment, Moment. Ich auch. So, und so. Oh, hier auch mal. Ach, schön. Da oben wird eine Batterie gehalten, oder was? Sind die komplett runtergefallen? Das ist ja geil. Das wäre geil gewesen. Biss ich aber nicht. Pummelpuff, was, Alter? Pummel-Luft, nicht Pummelpuff. Film Pummelpuff eigentlich ganz geil. Hahaha. Was zu den, wenn? Ich steige Kamasen. Hahaha. Hahaha. So, muss ich jetzt hier wirklich oben hier und auch noch eine Batterie finden, oder was? Oh, what? So, hier sind keine Männer, hier sind keine Männer. Wo kommen sie doch noch, weil ich den hinten weggehe. Oh, hier hin. Ach, guck mal, jetzt ist hier einfach zur Freierung. Sure. Nimm mal den. Ja, hashtag Amazon ist wirklich das Ding, was hier echt massivst benutzt wird. Das immer muss ich merken. Ja. Näh. Warte mal, hier bin ich da herkommen. Hier bin ich da herkommen, verdammte Axt. So, mir fehlt ein Batterie-Pack. Wo bekomme ich das jetzt her? So, Lox. Muss doch hier irgendwo zu finden sein. Kann ich das hier oben irgendwo? Hängt es hier oben? Auf einer Stelle vielleicht? Das ist nur das Kabel tatsächlich. Oh, da muss ich... Nee, die Batterie-Packs sind doch jetzt unter Verschluss, oder? Warte mal. Ah, okay, alles klar. Wahrscheinlich muss ich... Oh, okay. Ich muss die von Note aufnehmen. Verstehe. Schön. Cool, ey. Die Strahlen-Generator aktiviert. Bereit zum Neustrahl ist neu gestartet. Ein Schritt in Schwerelosigkeit. Du hast es geschafft, Isaac. Die Energie fließt wieder. Komm zurück zum Marker. Schnell. Die Abbaustelle ist gleich davon. Mach uns vollkommen. Scheiße. Ich bin jetzt hier nicht durchgekommen. Komm mal. Ist doch blöd. Ich bin jetzt hier nicht durch den Scheiß-Organismus-Fliegen. Ist das ungegabend. Ist... Wo? Wo? So, okay. Jetzt wähle ich mal aus. Bitte. Tschö. schon so wunderbar haben so ein bisschen cooler gemacht tatsächlich als original und wie im original war eine relativ eine jahr viel lange passage wo du irgendwo durchfliegen musstest mit strom da ist der dicker vom ski okay okay now open the bridge So, was haben wir hier noch? Lass maaaannn Da kommt er So, hier können wir noch ein bisschen Stars auffüllen Das hab ich jetzt auch in der Zeit brauchen, aber Gut So, auffüllen So, auf 0,1% Na, das kann Open up Dankeschön Oh, okay Okay, wir haben keine Energie Mal die Treppe hoch Das ist auch neuer Part Tatsächlich Den gab's ja vorher noch nicht im Game Oh, okay Das ist aber fies Irgendwie das Kannst halt nicht rennen Das war's, das ist mies Klebst du hier auf dem Boden fest Ja, das ist tatsächlich hier mit so einem Part Das ist das einzig wirkliche Ding, was für mich negativ gefällt in dem Spiel Irgendwie, dass es sehr gestreckt ist Das war vorher ein bisschen essentieller irgendwie Jetzt hat man so das Gefühl Okay, alle klar Das ist Ist etwas unnötig tatsächlich In der Menge gezogen Also so kommt's mir vor Und ist halt für euch immer noch catchy Ist cool Hä? Na Sind die Die Ratschen noch ein bisschen mitgeteert Gigantischer Umweg, für was? Für was? Und nun bringen wir den Marker. Ich muss mit Opifix einkaufen. Bleib Lurky da. Sterb nicht ohne mich. Don't die on me. Alles klar Mutti. Gruß an Opi. Ich werde. Aber ich habe keine Energie. Ich werde hier. So, okay, wo ist hier der Schwachpunkt? Stein ist in coming. War der doch hier vorne irgendwo noch zu sehen? Wollt ihr eigentlich hier noch was essen nach dem Let's Play? Ich denke, das wird mischt werden. Gut, sehen wir von hier auch nicht so unbedingt. Doch hier. Fantastisch. So, damit ist der Weg frei. Da drüben kommt schon nochmal ein Dicker angeplitzt. Und diese rote Aura, die die jetzt um sich haben, sind die jetzt tatsächlich gepusht noch durch den Marker? Die kommen jetzt auch nicht unbedingt stärker vor. Aber schon mal so eine Frage im Raum bestehen. So. Okay. Fass mich nicht an. Rot anfassen. Ah ja klar. Nicht besser zu tun, als euch vollkommen zu machen. Oh, der ist aber schön durchmarschiert gerade. Der ist ja schön durchmarschiert. So. Wir haben noch einen Textlog. Mal schnell über die Sachen. So. Ich bin ganz so sticky zu laufen. Wir benutzen die Macht. So. Patientenlogbuch. Abernathy. Autorisiertes Transkript. Dr. Abernathy. Ich habe die früheren Doktoren Clifton und Hogan in die Quarantäne überstellt. Wir sind verbarrikadiert. Ich habe vor, ein vollständiges Logbuch zu führen, egal was da draußen passiert. Es scheint verschiedene Infektionsvektoren zu geben. Irgendjemand muss darüber Buch führen. Wenn das Signal des Markers seinen Körper aus der Ferne verändern kann, müssen wir das wissen. Update. Der Brustkorb von Dr. Cliftons Leiche hat begonnen sich auszudehnen. Es sieht so aus, als ob er tief einatmen würde. Irgendetwas scheint unter der Haut zu passieren. Der Körper krampft. Das ist eine gelbliche Flüssigkeit, die aus dem Mund herausläuft. Er wirbt. Aber er ist... Oh Gott. Ich hoffe, es ist nur Gas, das entweicht. Update. Okay. Jetzt ist die Spreisöhre gewölbt und der Kiefer kollabiert. Der Kopf spaltet sich. Er setzt sich neu zusammen und sieht aus wie eine Rüssel mit Fühlern. Die Brust spaltet sich in der Mitte. Die Brust spaltet sich und sie dehnt sich aus. Sie dehnt sich nach außen aus, während die inneren Organe, Muskeln und Knochen nach innen gekrümmt werden. Kann ich bitte einen Scanner haben? Nein, den Scanner. Danke. Update. Die inneren Organe haben sich also neu geordnet. Es ist... Die Struktur ist nicht... Es scheint ein zentrales Organ zu geben, das einer massiven Blase ähnelt. Die Blase füllt sich mit einer Flüssigkeit, von der etwas aus dem Rüssel dieser Kreatur austritt. Es muss also eine Verbindung bestehen. Die Beine zittern heftig. Das Fleisch schält sich ab und verschmilzt mit dem Fleisch des Brustkorbs. Scheiße. Sorry. Scheiße. Das Bein hat sich einfach nach hinten gebogen und... Okay. Jetzt ist das andere auch noch am Knie abgeknickt. Es setzt sich auf. Das... Es scheint vollständig reanimiert zu sein. Können wir... Hallo? Ja? Peacehack? Ich brauche jemanden, der Zeit hat für eine Euthanasie. Gott. Muss ich alles allein? Die Spritzer auf dem Glas erschweren die Beobachtung. Ich habe erst jetzt gesehen, dass Dr. Hogan sich auch verwandelt. Aber es ist nicht... Seine Beine werden nicht länger und häuten sich irgendwie... Sie drehen sich um seine inneren Organe. Es wird ein neues Körperteil. Wie eine Art Schwanz. Sein Gesicht verzieht sich. Sein Kiefer presst sich zusammen und öffnet sich wieder. Er knirscht und scheiße mehrere Kieferähnliche Fortsätze kommen. Aus seinem Mund. Sein Mund. Aber er kann nicht... Scheiße. Sein Kopf spaltet sich auch auf. Wie der von Clifton. Ich kann nicht... Geräusche von er brechen. Update. Oh Scheiße. Er läuft durch den Raum. Es ist nicht wie bei Clifton. Ich glaube... Er jagt. Sieht er mich? Nein. Die Lüftungsschächte. Er will zu den Lüftungsschächten. Pisek? Pisek? Ist da noch jemand? Geräusche von Einschlägen. Schreien. Organischen Knirschen. Hätte man perfekt in einem Audio-Log machen können. Bin ich der Meinung. Warum denn als Text-Log? Der coole Econ hätte man jetzt eine Frauenstimme gehört. Mit dem ganzen... Oh Gott. So. So. Ja, 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 ja. Na. Goin. Ich doch. Okay. Muss also erst... What? Da vorne. So. Wir müssen die Marker tatsächlich hier vorne an die Spitzposition bringen. Ja. Sag mal. Hat er noch ne Frage? Ja. 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 So, Marker ist in Position. Und wir haben den Marker zurück auf Position gebracht. Ich habe immer an dich geglaubt. Nicole. Wir sind wieder vollkommen. Wir sind vollkommen. Geoorbitaler Gravitationsstrahl offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Gesamtes Personal sofort evakuieren. Die Ladung. Ich starte den Strahl neu. Das bringt Zeit. Okay. So, da fällt es um ein Geruch. Sieht gar nichts. Irgendwie. Aber okay. Nehmen Sie ihn natürlich noch mit. So. Stahlstreuung. Gravitationsstrahlen. Wird umgelöst. Komm schon. Verkehrtes Isaac. Das wird nichts mehr. Lass sie gehen, Daniels. Wen denn? Weißt du nicht, wie wahnsinnig du geworden bist? Wir müssen weg. Die Ladung aus dem planetaren Abbau wird bald fallen. Du hattest deine Chance, Isaac. Aber wenn du es immer noch nicht verstehst, helfe ich dir. Ein letztes Mal. Ringling wird überbrückt. Siehst du, jetzt bis zum Ende an. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Nur Gerede. Um mehr ging es bei seiner Forschung nicht. Ist nicht viel, oder? Wie bringt man ihn zum Zuhören, wenn er um Konvergenz bettelt? Ich hatte eine andere Bitte. Er sprach. Und dann hörte er zu. Mach, dass es aufhört, sagte ich. Ich weiß nicht, ob er mich verstand. Was genommen wurde, kann ich nicht zurückgeben. Warum kann ich dich nicht wiedersehen, Isaac? Ich hab dich gelebt. Ich hab dich immer geliebt. Hoppe. Sie ist Elisabeth Cross, die Wissenschaftlerin von der Hydrostation. Der Marker hat euch beiden etwas vorgemacht. Sie hat Jacob Temple gesehen und du sahst Nicole. Das ist ja krass, okay. Vielleicht wusste ich, dass was nicht stimmte, aber sie hatte so viel durchgemacht und... Wenigstens ist es jetzt in sicheren Händen. Der Marker wird niemanden mehr zu seiner Marionette machen. Hier mit der Steuerung! Nein! Es ist vorbei! Wir sind wieder vollkommen, Jacob! Ich werde Sie nicht noch einmal bitten, Cross! Nein, es sind genug Menschen gestorben! Dann tun Sie es doch! Ich habe nichts mehr zu verlieren. Cross! Es ist besser so, Isaac. Du wirst nie überwinden, was der Marker dir angetan hat. Wenn die tektonische Ladung fällt, wird alles begraben. Das war so dermaßen unnötig, ey! Warnung! Seismische Aktivität nimmt zu! Bitte an einen sicheren Ort begeben! Ja, das... Nicole war von vornherein halt tot, ne? Das ist halt tatsächlich das Easter Egg, was sie angebaut haben. In der Kapitelauswahl, wenn du die Kapitel untereinander gestellt hast, so müsste man bei uns im Full Game nachher schauen. Ähm, steht halt da. Nicole is dead. Man hat es tatsächlich irgendwie vor der Nase gehabt. Was es aber nicht weniger krass macht, irgendwie so in seiner Wirkung, ne? Dass ich halt selber in einer Verzweiflung halt die Spritze gesetzt, irgendwie, um das gleich zu enden. Das ist krass. So, jetzt kommt quasi... Ich darf was sagen, der finale Loot! So, jetzt sind wir hier wieder im Hauptraum. Ja, tatsächlich, ähm... Wir können immer ganz gut an die Gangbank gehen, aber ich bin der Meinung, wir können jetzt nicht weiter irgendwelche Knoten einsetzen, irgendwie. Es sei denn, eventuell noch den einen hier beim Impulsgewehr einfach pro forma nachladen. Aber that's it. Na, Plasma Cutter sind wir voll. Anzug sind wir ebenfalls voll. Na, das sind wahrscheinlich halt die Sachen, die wir halt nicht gemacht haben in den Nebenmissionen irgendwie, um noch irgendwelche Updates zu bekommen. Ich bin aber der Meinung, irgendwie das, trotz alledem, irgendwie wir hier einen fetten Anzug am Start haben und die Waffen auf jeden Fall ihren Job tun werden. Für das, was uns jetzt bevorsteht. So, dann haben wir uns safe. Dann geht's! Und dann kommen die Klamotten runter. Da! Mach mal nicht, Alter! Mach mal nicht! Aua, krass weggewischt! Oh! Immer eine Menge Kisten rum hier. So! Was fight! Was kollektiv! Na los! Das hier ist alles, was ich noch habe! Also, oder? Wir sind jetzt mal weg. So! Wir sind jetzt mal weg! Wir sind wieder weg! So! Oh! Oh! Nicht so gut! Nicht so gut! Oh! Nicht so gut! Nicht so gut! Blicken wo oben hin noch ein paar kleine hier Oh, ganz schön. Ich weiß nicht, kann man nicht hier sonst irgendwelche kleinen Punkte, die wir sehen, ob wir geschießen können. Soll ich einfach Stumpf hochschießen? Oh, alles klar. Wie war das? Alter! Mach mal nicht! Oh Gott! So, die kleinen Knödelbällchen mal schießen hier, mein Freund. So! Oh, das ist aber hier vorne ein-rein. Na komm, öffne deine Schwachstelle. Zweimal noch. Das ist schon eklig gemacht, Alter, das Ding. Eieieieiei. Eieieieiei. Oh. Das ist aber eng hier. Mal verrühren und schauen, wie viel hier abzieht. So, Angriff mit Magen-Säule. Das ist die Karte. Das sind großen Star-Specs hier. Geh zu. Oh Gott. Einmal noch. Und jetzt, aber hat es geht's. Aiai, Aiai, Aiai. Da hast du es. Ich freu die Blase. Oh, nee, invertiert das. Fallein ist immer fies. Kann ich echt schlecht. Uh, Schweinehart. Steh auf, Jörg, steh auf. Und, haben wir ihn? Oh Mann, lauf! Na klar. Oh, mega taff noch davor stehen geblieben. Die Blöden weg. Fällt es hier noch vor mir zu wohnen. Vernichte das Kollektiv. Wir haben das Kollektiv vernichtet. Auf geht's. Auf geht's. Los Mann, Schubdüsen an. Auf geht's. Krass, das war jetzt mal ein Start. Oh. Und da kommt das Ding runter. Fliegt weg. Fliegt weg. Fliegt weg. Fliegt weg. Muss so eine krasse Schockwelle sein. Irgendwie. Wir sind da fast am Orbit. Kapitel 12. Totraum. Fertig. Martin, bei Fragas. Du kommst den exakt zum Ende. Du kommst zum Ende. Da sag ich ja. Jürgen. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Wollen wir uns mal gucken, ob es wie im ersten Teil jetzt ist? Also. Morginal. Ist es. Ihr Lieben. Das war Dead Space. Das Remake. Wir haben's geschafft. Yes. Es war ja wohl mega krachig. So. Und äh. Musik. Dankeschön. Schön. Den Abspann haben sie auch ein bisschen umgestaltet. Irgendwie. Sieht ziemlich cool aus. Der Bert. Ist gar nicht gewachsen. Ja. Absolut. Absolut. Aber. Donnerlittchen. Es war geil. Es war richtig geil. Muss man wirklich sagen. Haben sie ein schönes Remake abliefert. Wir sagen. Einzel Ding. Einzel Schmanker. Einfach einen Ticken kürzer jetzt tatsächlich irgendwie gemacht. Aber ansonsten. Muss ich sagen. Sound. Mega. Necromorphs. Sagen ja mal. Ultra Porno aus. Also. Die waren ja wohl. Richtig geil. Der Suit von ihm. Auch. Cool gemacht. Ja. Das war Dead Space. Das Remake. Wenn es euch gefallen hat. Lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Unterstützt den Kanal mit einem Abo. Und kommt wieder beim nächsten Projekt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.